Hallo und herzlich willkommen zu meinem Longplay. Ich habe einfach alle Videos zusammengeschnitten von Beyond Good & Evil, was ich schon einmal Let's Played habe, damit ihr euch das hier auf dem Kanal so durchsuchten könnt und nicht die ganze Zeit zwischen Videos hin- und herspringen. Ich dachte, es wäre für euch vielleicht angenehmer, um das irgendwie beim... Ich gucke sowas immer zum Schlafen oder zum Kochen. Also ich hoffe, euch gefällt es und ja, wie gesagt, ihr könnt... Ich glaube, es geht acht Stunden, vielleicht auch zehn, vielleicht auch weniger. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder einen Kommentar da lasst oder ein Däumchen nach oben und dann viel Vergnügen und viel Spaß und ich lasse jetzt auch die Einleitung von Teil 1 nochmal laufen, deswegen wundert euch nicht, dass ich vielleicht Sachen doppelt sage und ja, dann vielen Dank fürs Anklicken und Gucken und viel Spaß. Willkommen, willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt auf diesem YouTube-Kanal. Wir spielen gemeinsam Beyond Good & Evil und zwar den ersten Teil. Der zweite soll vielleicht dieses Jahr oder vielleicht nächstes Jahr noch erscheinen, das ist noch nicht so ganz klar. Aber ich habe mir gedacht, dann müssten wir also Teil 1 auf jeden Fall mal gesehen haben, wenn wir Teil 2 auch gemeinsam Let's Playen wollen, was ich eigentlich schon geplant hatte für diesen Kanal. Und ja, ich will gar nicht lange quasseln. Es geht sofort los. Eine Sache, es leckt an einer kleinen Stelle im Spiel in einer Kinosequenz. Aber das ist ehrlich gesagt echt verschmerzbar. Das Spiel hat nämlich vorher gar nicht funktioniert und ich musste mega tüfteln, damit das ja alles noch klappt. Aber jetzt geht's. Also ja, dann zocken wir das jetzt gemeinsam. Auf geht's! Der Krieg steht nun vor den Toren von Helios. Dieser friedliche Bergbauplanet in System 4 wurde komplett von der Domsarmada eingekreist. General Keck, Oberbefehlshaber der Alpha-Truppen, möchte die Gelegenheit wahrnehmen, sich ein letztes Mal an die Bevölkerung zu wenden. Treue Helios, der bevorstehende Kampf wird schwierig. Aber dank der Alpha-Abteilung werden sie... Treue Helios, der bevorstehende Kampf wird schwierig. Aber dank der Alpha-Abteilung werden sie... Sie kommen! Schnell, spring auf! Sie kommen! Schnell, spring auf! Sag es, Paige! Ich kümmere mich um den Schild! Los, mach schon! Schild aktiviert. Schild deaktiviert. Auf ihrem Optima-Konto fehlen 350 Einheiten. Die Stromzufuhr wurde unterbrochen. Das kann doch nicht wahr sein! Vielen Dank, vielen Dank für Ihr Verstandnis. Oh, die DT! Passt zu uns! Geht wieder rein und... So! Dann werden wir auch mal direkt die Dinger hier mit dem Stöckchen verhauen. Und uns mal die Kinder wiederholen, die gerade einfach mal eiskalt entführt wurden. Na, einen nach dem anderen. Huh, komm mal. Slow-Mo. Nice. Okay. Ich frage mich, wie ich diesen Flickflack hinkriege. Der ist mega cool. Na, komm. So, geschafft. Kinder sind frei. So, ihr ahnt es schon. Hier ist der kleine Leck. Bitte. Dich. 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 Befreie dich, Jade! Ich lenke es ab! Ja. So, ich glaube, jetzt ist es gleich wieder normal. Da ist das Schwein. Das ist Paige. Und wir werden uns jetzt mal befreien. Länger halten macht so eine Special-Attacke. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt. Dann wird das so pink. Und, äh, ich mach's mal eben. Ah, Laser, Laser, Laser! Ja, nein, das war nicht so gut. Hey, ich frag mich immer noch, wie ich diesen Flickflack gemacht habe. Ich bin mega angetan von diesem Move. Das hat so ein bisschen... Uh, uh, what the fuck? Wann gehen wir? Äh, so, Länge halten. Zack! Und jetzt schön aufs Auge donnern. Wir pieken ihm mit dem Stöckchen ins Auge. Oh nein, Laser! Ah, Laser! Aber man kann ja auch hier nicht weg. Also man wird ja irgendwie auf jeden Fall erwischt. Sorry. So, super Angriff ist in der Macht. Zack. Und drauf. Ja, mit diesem Le... Also... Ja, was soll ich da sagen? Vielleicht haben wir es jetzt? Ja, vielleicht soll ich auch in die richtige Richtung kämpfen? Ja, okay. Ja, ich schau... Ja, dann sammeln wir doch mal hier das Auge ein. Eine Perle von Aramis. Bueno, Jade. Aber Vorsicht. Ich habe dich nach dem Kampf durchgecheckt und bemerkt, dass etwas in dein Psycho-Karma eingedrungen ist. Okay, danke für die Info. In mein Psycho-Karma, alles klar. Ja, Kollege, du bist zu spät. Wir haben das schon alles hier in den Griff gekriegt. Danke für die Hilfe. Hä? Hä? Nichts zu danken, Fräulein. Oder sagen wir lieber, nichts zu danken, Fräulein. Es ist die Aufgabe der Alpha-Abteilung, die Einwohner von Hiddles zu beschützen. Super. Dann seid doch beim nächsten Mal pünktlich. Okay, dann, ähm, was sagst du denn dazu? Nach ihnen, mein Herr. Brauchst du Energie? Nein. Danke nochmal für die Hilfe. Erstmal danke. Danke nochmal für die Hilfe. Um ehrlich zu sein, bin ich ein wenig besorgt, Jade. Die Doms schlagen immer härter zu. Und sie kommen immer näher. Das ist richtig. Äh, ja. Nach ihnen, mein Herr. Nein. Ladies first. Außerdem traue ich diesen neumodischen Aufzügen nicht. Hm. So neu sind die ja gar nicht. Die sind von 2003. So. Rein. Hier auf Hiddles hat der Krieg sein grausiges Gesicht gezeigt. Viele Zivilisten fielen ihm zum Opfer. Zum Glück trafen unsere Eliteeinheiten wieder einmal gerade rechtzeitig hier ein. Ich berichte live aus dem Refugium am südlichen Leuchtturm. Hier wurden einige der Kinder, deren Eltern gefangen genommen wurden, von zwei tapferen Illianen in Sicherheit gebracht. Ein paar Worte für unsere Zuhörer. Äh, ja, 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 ja. Ihr Jungs seid nicht unbedingt die allerschnellsten. Macht weiter so. Und nächstes Mal ist vielleicht nichts mehr übrig, was gerettet werden kann. Schnitt! Hey, Opa, bleib locker. Verbrenn dir bloß nicht den Mund. Okay, Jungs, das war's. Packt zusammen. Danke, Paige. Wenn du nicht gewesen wärst, ich... Jade! Jade! Großer Gott, sie stellen das hier! Jade! War das schon das Psychokarma? Okay, das klang ja gruselig. Paige! Sie ist okay, sie wacht auf! Oh, Jade! Wie geht's dir, mein Schatz? Mir geht's gut, Paige. Gut. Immer noch keine Energie? Nein. Nein. Und ohne den Schild sind wir ein gefundenes Fressen für alle Vorrax in der Nähe. Was für ein Pessimisto. Euer ergebene Diener Fecundo hat die Lösung eurer Geldproblemos gefunden. Sekundo. Wir sitzen hier fest. Ohne Hovercraft und ohne Schild. Optima hat uns den Saft abgedreht. Das Konto ist leer. Einheiten? Du brauchst Einheiten? Dann komm zu Sekundo, schöne Senorita. Hör zu. Die Senorita Direktorin vom Forschungszentrum will eine Aufstellung aller Tiere auf diesem Planeten. Wie gibt ihr Mucho Dineros für alle Fotos mit kleinen Tieren drauf? Mira, dieses Vieh zum Beispiel. Mach ein Foto davon und hat da Mucho Einheiten verdient. Sogar dein Hund interessiert sie. Mal wieder einer von deinen Superplänen? Sekundo. Schätze, ich muss mal deine Schaltkreise checken. Wer sollte sich jetzt für sowas interessieren? Wir stecken mitten in einem Krieg. Du verstehst nada, Speckschwarte. Die Kontrolle über die Spezies ist mucho importante. Jade, geh und hol dir deine Kamera zurück. Dann werden wir sehen, ob Sekundo Peperoni in deinen Schaltkreisen hat. Adios, Muchachos. Adios. Okay. Ich finde die Idee gut. Ich habe deine Kamera gefunden, Jade. Ich lege sie hier hin. Jo, vielen Dank. Es leuchtet schon. Die nehmen wir auf. Sagt man dazu? Wir nehmen die jetzt mal in die Hand. Kamera bereit. Jetzt liegt es an dir, Jade. Miau. Okay. Aktivieren. Fotoalbum öffnen. Rhabarber, Rhabarber. Kriegen wir hin. Gut. 2D, 3D. Oh. 3D? Sie werden analysiert und in 3D umgewandelt. Heißer Scheiß. Das braucht die Welt. Halte Umschalt gedrückt, um in den Fotomodus zu wechseln. So, Käferchen. Adalia Octo. Tata. Hallo, Jade. Wir benötigen eine komplette Auflistung aller hier lebenden Tiere. Viel Glück. Gut. Kriegen wir hin. Machen wir so. Eins von vielen. Sobald du 8 Fotos gemacht hast, kannst du einen Digital-Zoom laden. Und dann? Was bringt mir das denn? Werden wir dann erfahren. Dann knüpfen wir uns mal die Finger wund. So, du bist... Bist du ein Tier oder bist du... Ach, kurz noch erwähnt. Das hier ist ein Waisenhaus, glaube ich. Oder zumindest ist es so eine Art Auffangbecken für Kinder und also so Jugendliche, die ihre Eltern im Krieg verloren haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil Krieg gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre. Und ja. Dieses Geld, was wir auftreiben müssen, ist halt dafür da, diesen Schutzschild zu reaktivieren. Und das kostet halt alles Energie und Strom und Geld regiert die Welt und so weiter. Das ewige Leid. Also. Homo Sapiens. Identifiziert, datiert, abgelegt. Merci. Okay, Jade. Ich überweise die Daenerys an diese miesen Optima-Typen. Ich dachte 300. Stromzufuhr wieder hergestellt. Danke, dass Sie sich für optimal schieben haben. Schild aktiviert. Gute Arbeit, Jade. Ich guck mal, ob wirklich alles wieder funktioniert. Komm mal hier unten. Hier ist eine Mission für dich. Jade Reporting. Mission M-Disc liegt bereit. Okay, da gehen wir gleich hin. Allerdings müssen wir ganz kurz hier durch die Bude hüpfen und mal eben hier noch ein paar Sachen einsammeln. Das weiß ich nämlich noch, dass sich das gelohnt hat. Das ist ein Stück Pizza. Nein, Quatsch. Warum denn? Das ist ein Starkhaus. Es stellt Energie wieder her. Mit Kuh können wir essen. Das ist gut. Weiß ich auch dann jetzt mal. Und hier im Kühlschrank sind noch mehr. Ich habe natürlich, wie soll es auch anders sein, schon wieder ein Herzchen verloren. Durch meinen schlechten Movement-Skill. Dritten nehmen wir die auch noch. Ja. Bist du ein Mensch? Oh nein. Warum wird das denn immer genau dann? Ah, die kriegen wir noch. So, das hier ist doch irgendwo, hier war doch so eine kleine Ziege. Ziege? Nein. Gut, dann müssen wir mal hoch. Da lag ja irgendwo noch mein Hund. Und den wollte ich auch nochmal eben knipsen, weil... Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Geld auftreiben. Hallo. Bitte lächeln. Verdammte Axt. Ich habe echt kein Talent. So, hier ist... Dichter. Da. Warte. Stehen bleiben. So. Caprasapien. Das läuft sehr schön. Gute Jagd. Ja. Merz. Foto-Hunter. So, wer hat denn hier die Wand... Ich sag mal... Verziert. Hm. So, da ist unser Dock. Schildebön. Canis, Canis. Super Exemplar. Bild gespeichert. Der sieht gar nicht aus wie ein Hund. Ach so, der hat ein Spielzeug im Mund. Okay. Äh... Wo ist das Bad? Hier irgendwo? Ah ja. So. Digitalisierung abgebrochen. Miau. Das ist irgendwie so ein kleines Herzchen. Ah, wir kriegen eins mehr. Cool. Boah, wie cool ist denn das? Wenn das hier die Badewanne ist, das hier, dann ist das hier Spielzeug für die Badewanne. Sogar ein kleines Auto. Oh, wie süß. Aber verhältnismäßig wäre mir das Klo hier zu nah an der Wanne. Und irgendwie frage ich mich auch, ist das hier überhaupt ein Klo? Oder ist das... Das hat kein Gulli. Ich glaube, das ist ein Waschbecken. Okay. Haben wir das auch geklärt. Ähm. Hier geht's hoch. Oder? Äh, ja. Aber hier war noch ein anderes Zimmer. Das da. Also ich verspreche euch sehr, es wird gleich etwas angenehmer von der... vom, ähm... Also von der Bild-Einteilung. Zum Glück gibt es die Alpha-Abteilung. Es ist ja doch sehr eng hier im Haus. Sie werden uns beschützen. Was? Seid tapfer. Wir müssen stark sein. Ach so. Ach so. Sie sagt, zum Glück gibt es die Alpha-Abteilung. Aber da... Hm. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finden soll. Haben wir schon. So, das hier ist ein Terminal. Ja. Da fehlt der Code. Komm mal wieder. Und hier ist auch noch irgendwo... Da ist auch noch ein Zimmer. Ach, das scheint jetzt hier mein Zimmer zu sein. Mit den Fotos und so. Wir sind ja Reporterin. Und wir sind quasi Enthüllungsgenrein. Analyst. Und wir decken auf, was andere versuchen zu vertuschen. So, da war noch eine Pizza im Zimmer. Warum auch immer. Lockt doch die Ameisen an. Und dann gehen wir jetzt mal nach unten. Nach runter wollte ich gerade... Ja, gehen wir jetzt nach unten. Ach, wir können sogar rennen. Mal im Freilaufen. So. Oh, ein Amadello. Zu weit. Priodontes Campestris. Ein Feld-Amadillo. Die werden sehr selten. Klar, wer kennt sie nicht? Die Amadello. So, einmal schnell gelaufen und gerannt. Ein paar Möwen geknipst. Na, komm her, Vögelchen. Ne. Müssen wir aus einer anderen Perspektive machen. Und zwar hier vielleicht von diesem Felsen runterknipsen. Na. Wir wollen das nicht. Oh, ja, jetzt gerade. Ja. Ah, wir können von hier aus aber auch... Da hinten ist die Stadt. Können wir quasi noch die ganzen anderen... Ja, da. Erlischt. Larus Albus. Seemöwen. Gut gemacht. Gut. Gleich ist der Film hoffentlich voll. Ups. Wenn ich mich nicht irre... Ihr werdet euch jetzt fragen, wieso weißt ihr, dass das hier ein Feld-Amadillo ist? Und so. Ganz einfach. Das ist schon 30 Mal abgeschissen, dieses Spiel. Und die Anfangsequenz habe ich bestimmt schon 80 Mal gespielt. Bis ich auch mit Bild und Ton zufrieden war. Oh mein Gott. Ich kann das ja auswendig. Aber nur bis zu einer bestimmten Stelle. Und ja, also gleich wird es dann wieder blind sozusagen. Blindes spielen. Und jetzt zum Beispiel weiß ich, dass wir zur Page müssen. Und gleich müssen wir noch Glühwürmchen knipsen. Das machen wir jetzt. So. Hier hängt die... Ist die Message für mich? Der Auftrag? Ja, dann laufen wir dem Ding mal hinterher. Hangar. Äh. Das ist der Hangar. Und hier ist, äh, Pages Werkstatt. Ja. Da liegt er auch auf dem Rücken. Servus. Bist du's, Jade? Wir haben gerade eine M-Disc bekommen. Vielleicht noch ein Job für Jade Reporting & Company. Wenn du sie direkt einlegst, könnte ich versuchen, diesen Decoder einzustellen, dass eine Meister nicht gehorchen wird. Ja. Das Teil sieht sehr vertrauenserweckend aus. Schreit nach Stromschlag. Machen wir auch sofort. Ich hab aber eben noch hier den... Ich will Knöpfchen drücken. Nix. Schade. Versuch was wert. Gut. CD rein. Spiel speichern. Hm. So. Spiel ist gespeichert. Einmal Page anquasseln. Hallö, hallö. Funktioniert der Decoder? Ah, blödes Mistding. Aber ich glaube, er sollte funktionieren. Versuch dein M-Disc zu lesen und sag mir, ob das Bild in Ordnung ist. Ach so. Ja. Oh, muss ich das wirklich sagen? Ich glaub, ja. Wir machen's einfach. Zum Glück ist die Alpha-Abteilung aufgetaucht. Ich weiß nicht, was ich von den Typen halten soll. Hm. Immer am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Komischer Zufall. Ja, das, äh, da hast du wohl recht. Wie hausgemacht irgendwie, ne? Also so. Wie Feuerwehrmänner die Brände legen, um dann zu löschen. Bueno, ich behalte das für dich. Äh, M-Disc von Mr. The Castellac. Gut, da ziehen wir uns mal rein. Äh, hier war das. Hallo, Miss Jade. Ich bin im Auftrag von Mr. The Castellac hier. Okay. Der Krieg ist eine Katastrophe für uns alle. Mr. The Castellac möchte Ihnen einen sehr delikaten Auftrag erteilen. So, so. Delikat. Sollten Sie annehmen, machen Sie sich bitte so schnell wie möglich auf den Weg zur alten Mine auf der schwarzen Insel auf der anderen Seite der Stadt. Okay. Da er sich des damit verbundenen enormen Risikos bewusst ist, wird Mr. The Castellac Sie großzügig belohnen. Bis bald. Klingt gut. Klingt gut. So, was gab's denn hier? Das startet man nochmal neu, dann könnt ihr das auch sehen. Loiale Helianer, der Krieg zeigt sein hässliches Gesicht auf euren Planeten. Mit Hilfe der Verräter vom Iris-Netzwerk konnten unsere Feinde, die Jons, durch unsere Verteidigung brechen und die Stadt infiltrieren. Jeder Tag bringt einen neuen Deutschsturz. Ein Freund, ein Mutter, ein Sohn, genug ist genug. Tretet der Alp-Anteilung bei und mit vereinten Kräften werden wir triumphieren. Tretet der Alp-Anteilung bei und lernt den Geschmack des Sieges kennen. Geht zu unserer stolzen Iliadischen Armee. Sie werden euch zu uns bringen. Sie werden euch zum Sieg führen. Da klingeln doch eigentlich schon die Alarmglocken. Ähm, wo müssen wir hin? Achso, hier. Okay. Wieder raus. Wir müssen auf jeden Fall unser Hovercraft reparieren und mal eben auf die Tabulator-Taste drücken. Puh, das war die nicht. So. Schwarze Insel. Hovercraft. Verschiebe den Notgenerator, um Hovercraft wieder zu laden. Jo. So, mal eben ein kurzer Check, ob hier schon dunkel ist. Äh. Nein, noch nicht dunkel genug. Da müssen wir nämlich ja... Ich bin völlig versessen von diesen Glühwürmchen. Weil dann, wenn man den Film voll hat, gibt es nämlich auch nochmal so eine Perle. Oh, was haben wir hier? Blut, Blut, Blut. Die Boost-Kapsel verdreifacht die maximale Geschwindigkeit des Hovercraft. Okay. Okay, das ist gut. Das klingt nach Verfolgungsjagd. Können wir noch eins vor mitnehmen? Perfekto. Was ist das? Oh ja, das ist gut. Das ist sogar sehr gut, weil... Das heißt übrigens SOD. Weil ich fahre ja immer alles kaputt. Ne? Dann haben wir das dann auch geklärt. Und wissen, wie wir das dann wieder reparieren können. So. Total schaden. Du lädst das Hovercraft wieder auf? Ach, die Batterien sind tot. Und der verflixte Generator ist auch hin. Fang schon mal an, die Ladestation hierher zu schieben. Ich helfe dir dann. Okay. Dieser Mr. DeCastellac ist gerade rechtzeitig gekommen. Ja, ja. So viel ist sicher. Okay. Alles klar. Dann schieben wir mal das Teil hier. Was so vertrauenserweckend unter Strom steht. Äh, ein Stück nach vorne. Maust du Hilfe? Ja, gern. So. Ja, nice. Dann haben wir jetzt hier so einen Lichtbogen. Weiß das so? Ach, ich weiß es nicht. Jo. Dann ab dafür. Huch. Erstmal kurz einfinden in die... Oh, schon kaputt. Nein. Erstmal kurz in die Steuerung einfinden. Oh, Mann. Mr. Hovercraft geht's gar nicht gut. Ja, der sieht... Es muss halten, bis wir bei Mama groß sind. Wir haben, was wir brauchen. Es qualmt. Wir fahren mal schnell. Vielleicht schaffen wir es ja doch. Ich glaube, das ist Wunschdenken. Ja, wir sind abgesoffen. Nun, das war's. Fini. Finito. Ende. Zum Glück gehen wir nicht unter. Guckt mal das Fenster. Sehr fortschrittlich. Huch. Hat der uns gerade angerempelt? Jo. Hallo. Hi, Sam. Jo, Jade. Schön, dich zu sehen. Hab mir schon Sorgen gemacht. Diese Doms mit der Ohre sind auch recht nah bei euch runtergekommen, oder? Ich hoffe, ihr konntet euch in Sicherheit bringen. Und die ganzen Knirpse? Sind die okay? Und die neue? Wie macht sie sich? Oh, Mann. Das sind ja ganz schön viele Fragen. Es ging schon heiß her, aber am Ende ist alles gut ausgegangen. Danke, Isam. Übrigens, danke nochmal, dass ihr uns den Abschleppwagen geschickt habt. Kein Problem, Jade. Man muss doch seinen Nachbarn helfen, wenn sie in Not sind. Oh, das ist nett. Dankeschön. Äh, ist hier auch einer dieser Meteore runtergekommen? Hm. Ich mag gar nicht daran denken. Fast das ganze Lager ist in Rauch aufgegangen. Oh, das ist mies. Dieser Krieg ist eine Katastrophe. Ja, das ist Krieg ja meistens. Kann ich ein bisschen bei euch einkaufen? Klar kannst du, Jade. Bedien dich. Aber nicht vergessen. Unsere Mama akzeptiert ausschließlich Perlen. Ah, okay. Daher kommt das also? Alles klar. Moment. Menücheck. Blick. Achso. Ja. Tasche. Da. Perle. Kann ich mir die angucken? Info. Die Mamako-Werkstatt, ne? Akzeptiert sie ausschließlich als Zahlungsmittel. Also ist das hier quasi Schwarzmarkt. Ja, cool. Wenigstens etwas. Hi, Babuka. Yo, Jade. Wie läuft's Geschäft? Hat Jade Reporting genug Aufträge? Äh, es geht bergauf. Es war ein bisschen ruhig für eine Weile. Äh, und dann kommen plötzlich zwei Missionen auf einmal. Viel Glück, Jade. Nicht zu viel Schaden durch den gestrigen Angriff? Ach, wir hatten nicht einmal genug Zeit, den Schild zu aktivieren. Wenigstens ist Mama... Hall? Sagen wir mal Hall. Oder Hi. Hall? Ich weiß. Hall und Issam nichts passiert. Das ist das Wichtigste. Ja. Das stimmt. Family first. Cool. So, können wir hier mal eben speichern? Hm, machen wir den auch noch voll? Ja. Bitte sehr. So. Hey, Jade. Halt doch mal die Füße still. Du bringst dich noch um mit dieser Hektik. Och, Quatsch. Immer auf Zack sein ist nicht schlecht. So, Hi, Hall. Hast du was, um unsere Howercraft aufzupeppen? Hey, es war genau richtig, hierher zu kommen. Wir haben, wir haben was ihr braucht. Einen brandneuen Speedcraft-Motor. Für nur eine kleine Perle gehört er dir. Lege deine Perle einfach in das Empfangsgerät neben dem Antrieb. Keine Ahnung, ob ich die nicht richtig synchronisiere. Ich garantiere, du wirst einen großen Unterschied bemerken. Und wenn du mal Probleme hast, kann er einfach mit einem S.O.D. repariert werden. Ein S.O.D.? Schweizer Offiziersdrohnen. Sie sind echt praktisch. Du kannst dir welche am Automaten direkt hinter dir ziehen. Nice, danke. Cool. So, das kostet eine Perle. Das ist das hübsche Teil, oder? Ja. Leg mal die hier rein. Verkauft. Esam, ein Speedcraft-Motor zu installieren. Ein Speedcraft-Motor. Kein Problem. Piep, piep, piep. Das funktioniert hier alles total automatisch. Bravo, Jade. Ja, drücken zum Beschleunigen auf der Leertaste. Gut, jetzt wissen wir, wie wir Gas geben. Was ist das hier? Neutralisierer-Kanone. Fünf Perlen. Hübsch. Können wir unser Hovercraft mal ein bisschen aufpeppen, wenn es dann soweit ist und wir genug gedönst gesammelt haben und Fotos gemacht. Und irgendwann gibt es dann hier die 30 Perlen. Sternenantrieb, ja. Ach, das hier ist so ein Schlüssel zum Reparieren. So ein SOD. Den brauchen wir gerade nicht. Wir haben ja welche gefunden bei uns, glaube ich. So. Dann nix wie raus. Upp, falsch. Ja, 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 ja. Im Radio sagen sie, es würde einen neuen Angriff geben. Lasst euch nicht überraschen. Ja, abwarten, ne? Wir sind ja jetzt schneller. Ups, jetzt habe ich angedockt. Vielleicht bleiben wir einfach hier. So. Dann Action. Tschüss. Boote, 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 Boote. Okay, oh, was ist das denn für ein Flugobjekt? Gut, dann, äh, werden wir hier wohl drauf schießen müssen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Teil ist. Oh, hier sind Minen. Ach, meine Güte. Das habe ich auch jetzt erst verstanden. Ja, ich feuere aus allen Ruhen. Danke sehr. Ich hoffe, das Teil hat sich gleich im Wohlgefallen aufgelöst. Wach, 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 wach. Wir schießen einfach die Minen vor uns auch ab. So, jetzt aber. Ja, das verliert tatsächlich Stücke. Ah, Entschuldigung. Gerammt. Boah. Gleich hast du es hinter dir. Oh, zack, zack, zack. Ja, er sollte stillhalten, wenn wir ihn abschießen wollen, ne? Finde ich auch. Hey, Paige. Eine neue Perle. Die können wir gut gebrauchen, wenn wir wieder zu den Mama-Gos müssen. Jo. Eine neue Perle in unserem Repertoire. Läuft. Cool. Aber es gibt so viele Perlen noch zu plündern. Damn. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich habe gerade gesehen. Komm, pass auf E. Fabrik und Stadt. Beides sehr nah nebeneinander. Man möchte also eher nicht in der Stadt wohnen, wenn die stinkige Fabrik direkt daneben ist. Dann die schwarze Insel, da auch um die Ecke. Hm. Schlachthausrennen. Oh, cool. Muss man es merken. Da ist Mama-Go. Da waren wir schon. Und last but not least sind wir einmal rum. Okay. Dann. Tabulare. Miss Jade. Mr. de Castellac möchte Sie so bald wie möglich auf der schwarzen Insel treffen. Es geht um viel Geld. Ja, das haben wir schon verstanden, aber man sagt doch rar machen. Treibt das Angebot nach oben. Achso. Hier durch. So, fahren wir hier durch. Durch den Kanal. Und dann müssten wir auf der anderen Seite rauskommen. Die haben wir jetzt übersehen. Damn. Ja, wir müssen kurz umdrehen. Einmal wenden. Einfach geradeaus. So, wo ist jetzt hier der Schwarm? Du hast mir was vom Pferd erzählt, Schwein. Ich sehe keinen Schwarm. Foto. Ah, doch hier. Oh nein. Da. Ob das genommen wird, das Foto? Ich weiß ja nicht. Das ist ja schon ziemlich verwackelt. Raskax. Zeruleus. Aus der gleichen Familie wie die Skorpionsfische. Schwer zu fotografieren. Ja, haben wir gemerkt. So, hat sich aber gelohnt. Jetzt düsen wir hier durch. Warte, war das der richtige Tunnel? Ach, ist ja auch egal. No risk, no fun. Hauptkanal, Hauptkanal, Hauptkanal. Warum können die eigentlich alle fliegen? Und wir dödeln hier am Boden, also auf dem, auf der Wasseroberfläche. Ich möchte auffliegen. Und da hinten brennt's. Die Meteore sind durch den Schild gebrochen. Wir müssen super vorsichtig sein, Jade. Die Angriffe werden immer intensiver. Ja. Die Hauptstadt, also die Stadt an sich hat also auch Probleme mit den Angriffen. Das lässt ja tief blicken. Also nicht mal der Schild ist ausreichend. Und ich bin mir sicher, die haben schon genug Geld. Für ein super duper Schild. Und so, da hinten sehe ich... Ja. Genau. So, das Loch hier. Ah, Tabulare. So, das ist jetzt hier die Hylianische Armee. Also kommt jetzt hier von... Die Mail ist von den, ähm... Von Team Alpha. Heißen die so? Alpha Team... Ne? Ihr wisst, wen ich meine. Die Alpha-Abteilung. So. Team Alpha. So. Reingeschlitzt. Da sind wir also richtig. Huch, erstmal parken üben. Wie machen wir das? Ach, so. Hm. Andocken. Können wir hier reinspringen? Nein. Sehe aber auch nicht. So, jetzt. Hallo, Miss Jade. Hallo. Mein Arbeitgeber, Mr. De Castellac, ist wie alle Hylianer an einem schnellen Ende des Krieges interessiert. Die Alpha-Abteilung behauptet, die Doms zu bekämpfen, aber man sagt uns nicht die Wahrheit. Die Doms-Monster haben bereits jeden Winkel unseres Planeten infiltriert. Zwei Exemplare wurden unten in dieser Mine gesichtet. Wenn wir die Bevölkerung nicht warnen, wird sich ihre Anzahl radikal erhöhen. Mr. De Castellac ist bereit, eine sehr hohe Summe zu bezahlen, um Fotos von einem Paar dieser Monster zu bekommen. Dies ist eine sehr riskante Mission und es steht ihnen frei abzulehnen. Die Doms sind nicht unbedingt unsere Freunde. Sagen Sie Ihrem Boss, er bekommt das Foto. Gegen einen dicken Gefahrenzuschlag natürlich nur. So, erstmal speichern. Wir arbeiten uns durch, durch die Slots, von oben nach unten. So, aber auch hier, muss ich sagen, sieht ein bisschen mafios aus, der gute Mann. Sagt er denn noch was anderes? Die zwei da hinten, oder? Zwei Pterolimax. Nur bei diesen handelt es sich um Doms-Kreaturen. Wir wissen, dass sie auch an einer Aufstellung einer helianischen Fauna für das Forschungszentrum arbeiten. Aber Mr. De Castellac ist ausschließlich an den Doms Pterolimax interessiert. So, Knoten in der Zunge. Okay, okay, okay. Hallo! Sind sie da drin? Mr. De Castellac fährt hier so eine Art Cadillac. Hm. Klingt ausgedacht. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Also, ich soll beide auf ein Foto kriegen. Na. Alles klar. Ob wir die dann nicht in Flagranti bei irgendwas erwischen müssen? Okay, hier können wir hochhüpfen. Bin jetzt einfach mal von vorne rechts gelaufen. Ob das so schlau war, das weiß ich nicht. Hier können wir was knipsen. Astakus Erectus. Das läuft sehr schön. Gute Jagd. Ja, das... Äh, ja. Okay, dieser Film ist voll. Bravo, Jade. Ich schicke den Zoom. Und ich werde den Film neu laden. Danke. Danke. Hatten wir nicht vorher auch schon Zoom? Egal. Haben wir nicht gebraucht. So, nehmen wir das Starkus-Gedöns hier noch? Ich würde zu gerne wissen, wie Starkus schmeckt. Ich hoffe, irgendwer macht irgendwann mal so ein... Wisst ihr? Wie so Game of Thrones-Wein, den man ja auch kaufen kann. Oder so Wein von Bans. Da gab es auch mal sowas. So Metal-Wein. Das würde gerne mal so. Oder Harry Potter-Butter-Bier. Das würde ich auch gerne mal probieren. Aber nein. Das habe ich noch nirgendwo gefunden. Und wenn, dann waren die Rezepte eklig. So, hier konnten wir auch reinlaufen. Hat nicht viel genützt. Ähm. Ja. Hätten wir da irgendwie... Moment. Ich muss da nochmal hin. Ganz cool. Da war doch ein Gitter. Vielleicht konnten wir da drüber... Da drauf treten. Habe ich gar nicht ausprobiert. Kannst du was daran ändern? Ja? Nein? Macht ja nichts. Dann kommen wir wieder. Das ist dann wieder so ein... Later-Return-Punkt. Return-Later-Punkt. Gut. Äh. Ja. Dann fangen wir doch hier an. So. Das ist eine ganz beschissene Sicht auf die Dinge. Und ich bin mir sicher... Die Käfer hatten wir schon mal. Oder? Ja. Haben wir schon bereits fotografiert. Aber hier, das sind auch wieder die Amarill... Mehrzahl von Amarillo... Amarilli? Keine Ahnung. Äh. Ich steig mal hier drauf. Los geht's. Und... Paige hüpft. Ja. Teamwork. Wir könnten auch hier oben noch hin. Dafür... Ich weiß nicht, ob mein Sprungtalent... Dafür reicht mein Sprungtalent nicht. Das war nicht mein Sprung. Von vorn. Einmal will ich es noch versuchen. Paige konnte auch gerade irgendwas machen. Aber kann er wohl jetzt nicht mehr. Los geht's. Ach so. Das triggert nur den Schalter. Okay. Dann gehen wir hier rein. Wir werden seine Erdwürmer schon finden. Ich bin da ganz... Zuversichtlich. Das machen wir schon. So. Und das erste... Sich lohnende Subjekt... Musca Saprophagia. Die gemeine Hausfliege. Danke, Jade. Fliegen sind verkannte Wesen. Da spricht der echte Fan. Ja. Äh... Dann müssen wir hier hoch. Ne? Oder? Ich glaub... Sonst haben wir keinen anderen Weg. Ja. Dann müssen wir wohl hier lang. Jade? Mhm. Kannst du bitte mal kommen? Ich hab was Wichtiges zu erzählen. Das klingt ernst. Ja. Schieß los. Irgendwelche Ideen? Jetzt ist wohl ein guter Moment, um dir meine neueste Erfindung zu zeigen. Zwei Jahre Arbeit unter größter Geheimhaltung. Das Ergebnis der Arbeit meines Lebens. Meine kleinen Juwelen, die Jetboots. Sie laufen mit selbstgemachten Biotreibstoff. Hier ist die Tasche mit Druckmethan. Und in der Sohle sind die zwei Turboreaktoren. Um sie zu starten, musst du einfach den Hintern zusammenkneifen. Das Transportmittel der Zukunft. Ich warte auf dein Signal, Jade. Die erste Frage ist, wo kann ich sie kaufen? Ja, war doch voll gut. War die, das war sozusagen die Alpha-Version. Falls du noch eine Vorführung möchtest, lass es mich einfach wissen. Los geht's. Ah, okay, ah, okay, okay. Ich hab verstanden. Wir stehen falsch. Er muss da drauf hüpfen. Kein Problem. Wow. Warum hast du mir das verheimlicht? Naja. Miene. Ich arbeite ja noch da. Da entlang. Änder bloß nichts mehr. Die sind perfekt. Ja, die sind schon ziemlich cool. Vor allem, weil du die immer und immer wieder aufladen kannst. Du musst nur Zwiebeln essen. So. Gut gemacht, Jade. Hier entlang. Da ist die Beschilderung. Eine Miene. Und sofort wird die Musik gruselig. Hey Jade. Da ist die Karte. Mach ein Foto. Cool. Können wir die anscheinend auch analysieren? Äh. Die. Ich sag jetzt nur noch die Maxis. Weil den, ich kann das nicht aussprechen. So, die Maxis, die sind da hinten. Uh. Was hab ich jetzt gemacht? Ähm. Wir sind hier am Eingang. Wie ihr sehen könnt. Und ich glaube da bei diesem, äh. Und ich glaube da bei diesem, äh, äh, Ausrufezeichen, da hinten sind die Maxis. Und die müssen wir knipsen. Und ja. Das, äh. Ne? Kämpfen wir uns jetzt durch die Miene. So, Minach. Hier entlang, hier entlang. Oh, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich hab am Anfang als, äh, als Kind, also mit 13, gar nicht gerafft, was man damit machen muss. Aber man, ähm, er muss hüpfen. Und wir müssen draufhauen. Ja, aber sei vorsichtig. Sie beginnen zu glühen, wenn sie sauer werden. Sollen sie doch. Es hindert uns nicht, sie durch die Gegend zu schießen. Ist ja noch eine recht harmlose Explosion dafür, dass da so Fat Danger draufsteht. Und man eigentlich damit rechnet, dass der TNT-Inamin rumflügt. Aber okay. So. Pastakos. To go. Äh, ein Booster. Auch nicht schlecht. Und, wo müssen wir hin? Da. Machen wir hier ein Foto von. Oh, das geht sogar. Anemonia mutabilis. Mutabilis, so. Ja, die sind irgendwie zu groß geraten. Eine Amenonia. Gut, dann hauen wir drauf. Vielleicht kommt was Gutes raus. Ah. Dineros. Die hilianische Bank zahlt fünf Einheiten für jede Materie, für jeden Materienkristall. Unumateriekristall. Ich werde es prompto an die Bank transferieren. Sie zahlen mucho dinero für jeden Kristall. Bravo. Hm, Melegratia. So. Mucho dinero. Oh, aber sie beißen zurück. Ja, sorry. So. Die noch eingesammelt. Und dann weiter durchlaufen. Was ist das? Das glüht so ein bisschen toxisch da oben. Äh. Scheint okay zu sein. Hey, Jade. Komm, schau dir das an. Warte, wir haben doch hier noch was. Ach, das ist auch wieder eine Fliege, ne? Warum sind hier so viele Fliegen? Als ob ihr irgendwo Essen gammelt. Hallo. Ach, die können wir auch knipsen. Luku, perdon, furiferous. Das war jetzt aber ein Zufall. Verblüffendes Foto, Jade. Ja, ich kann es auch selber kaum glauben. Können wir das auch knipsen? Das wäre jetzt so der Oberhammer. Nein, können wir nicht. Okay. Aber dann, äh. Ja, das können wir so verhauen. Vielleicht können wir hier diesen... Ne, unseren super-duper-Angriff können wir da nicht machen. Ach, ich wollte mal testen, ob das von so weit funktioniert. Ups. Nochmal. Auf geht's! So, es regnet Kristalle. Das gefällt mir gut. So ist das voll in Ordnung. Und mir scheint, das müssen wir hier so... rüberschießen, vielleicht? Ah, das hat aber geklappt, war ziemlich schief, aber es ist in Ordnung. So, die erste Brücke ist frei. Und dann laufen wir mal hoch. Weil hier ist nämlich noch so ein Gitter. Mal kurz mit Paige darüber reden. Und Danny, die hat... Wir werden ein paar Werkzeuge brauchen, um durchzukommen. Wir sind in einer alten Mine. Da sollte es doch einen Werkzeugschuppen geben. Ja, generell. So, kannst du etwas mit diesem Gitter anfangen? Oh, dafür werde ich einen Seitenschneider brauchen. Sieht mir aus, als wäre es der Haupteingang in die Mine. Hm. Ja, die Schilder haben da alle hingezeigt. Wir müssen wiederkommen. Seine Zeichnung ist ein wenig dürftig. Ach so, ja, die Maxis. Äh, mach dir keine Sorgen. Ich glaube, wir werden verstehen, warum es keine bessere Zeichnung gibt, wenn wir sie sehen. Ja, vielleicht. Okay. Ähm, gut. Dann hier hoch. Und. Nimm mal der Nase nach. Ja, die Nase zeigt darüber. Hallo. Erst mal ein Foto machen. Wie zu nah. Kann ich ja gar nicht verstehen. Ah. Das wird ein gutes Foto. Ach, das hat geklappt. Okay. Krochax. B-Logs. Krochax? Egal was. Du solltest nicht in ihre Nähe kommen. Zu spät. So, jetzt, äh, hat mir das von gerade, ne? Schuldet ihr noch was, Kollege Schnürschuh? Nimm dies und das. So. Tschüss. Was war das? Krochax. Hier werden noch mehr sein, Jade. Sie greifen immer in Zweier- oder Dreiergruppen an. Das schieben wir jetzt rüber. Auch bei dieser Stelle. Das nützt jetzt auch nichts mehr. Oh. Ja. Äh, auch an dieser Stelle habe ich als Kind mega gehangen. Und ist nicht gerafft. Hat sich quasi eingebrannt, ne? Vergisst man nicht mehr, wenn man einmal so lange getüftelt hat. So. Ja. Hier drauf. Da noch drauf gehüpft. Und hier reingelaufen. Das sieht nach Kugel aus. Sekundär Schacht. Achso, nein. Ist nur Deko gewesen. Mein Gott! Qualen! Dann renn doch nicht rein. Schweini. Okay. Ja, ich hab, ich hab, ne? Lenk sie ab, ich mach Fotos. Cyania Urtica. Ah, diese kleinen Medusas. Lichter im Schatten. Ah. Kleine Medusa. Okay, da hinten. Die müssen wir aber auch noch weghauen. Achso. Ja, spring. Ja, spring. Äh, Foto. Äh. Pelagia Pachydermis. Die Großen sind Mutanten. Sei vorsichtig. Hm. Auch schon wieder ein bisschen zu groß geraten. Ah, zieh mal weg. Okay. Ja, Paige, da hüpf mal. Oh, die können da kicken. Und hier gibt's immer mal ein paar Kristalle. So, den nächsten bitte. Ach, die Dinger sind wohl angenehm. Die erinnern mich ein bisschen an Matrix. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht wegen dieser Optik hier mit diesem... Ah. Ist auch schon lange her. Äh, das da. Hallo. Alicia Splendence. Wunderbar. Normalerweise leben Alicias im Wasser. Ja, aber das sieht hier auch so ein bisschen so aus. Muss ich sagen. Das hat so einen leicht unter Wasser Charme. Haben wir's jetzt? Ach, da hinten ist noch einer. So. Jetzt gibt's Quallen-Gilie. Komm her. Jetzt müssen wir zu zweit auf diese Dinger hier drauf springen. Na? Okay, Musik hat aufgehört. Vielleicht haben wir etwas übertrieben, hm? Na gut. Wieso übertrieben? Ich finde, man kann nicht dramatisch genug mit Dingern kämpfen, die uns umbringen wollen. Sorry. So, hier reingelaufen. Alte Mine. Autsch! So. Gut, jetzt sind wir hier in diesem Raum gelandet. Ähm. Jetzt muss ich mal eben schauen. Action. Action. In diesem Schuppen sollten wir was finden können. Hm. Moment. Treten. Ja, treten. Treten war richtig. Hier, das überlasse ich dem Experten. Wow! Eine Barranco T53 sogar mit Seitenschneider ausgestattet. Das ist was für mich. Für den Besten nur das Beste. Schleim. Oh, Tabulare. Öffnet die Augen. Die Alpha-Abteilung ist der Komplize der Doms. Werdet Mitglied im Iris-Netzwerk. Hm. Ja. Scheint so, als würden sich diese beiden Fronten jetzt hier so ein Mails-Spam-Battle liefern. Cool. Zu, äh, ganz zum Leidwesen meines Posteingangs. So, hier können wir noch was abluten. Stellt gesamte Energie wieder her. Das können wir bestimmt bald gebrauchen. Oh, da flog eine Fliege raus. Boost. Boost. Ähm. Noch irgendwie irgendwo was? Aktion? Aktion? Wieso denn Aktion? Los geht's. Ah, er kann das Ding aufschneiden. Alles klar. Wer's kann, der kann's. Keine Gnade für Gitter. Wo haben wir noch das andere gesehen? Ach, ich kann die sogar wieder zumachen. Treten. Ach, cool. Süß. Ähm, haben wir alles gesehen? Du musst suchen, Jade. Such überall. Ja. Gucken wir noch mal, was es hier so gab. Gibt's hier noch was? In der Ecke? Ja, wir speichern mal. Das kann nicht schaden. Hm. Machen wir mal den ersten Slot. Überschreiben wir jetzt. Der erste Slot ist eh nur Schrott. So. Starkos. Kontoidentifizierung. Okay. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ja, wir hätten gern alles. Geht gar nicht. Doch, wir müssen drehen. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Das, äh, habe ich jetzt gedacht, war ganz günstig. Ich meine, die Preise sind zwar immer dieselben, aber hey, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Gut. Ich habe doch mal irgendwo so ein Ding getriggert und dann war, dann war doch hier. Also ich versuche gerade, ihr haltet mich jetzt für irre, aber ich versuche gerade die Lampe hier auszutreten. Weil ich bilde mir ein, dass irgendwas kommt, was cool ist, was man dann knipst. Ich weiß aber nicht mehr, ob das hier war. Egal. Wie gesagt, ich habe dieses, dieses Spiel als Kind mega geliebt. Neben Harry Potter 2 war das so meine Leidenschaft hier. Allein die Aufmachung und vor allem der Soundtrack. Also ich bin so ein Soundtrack-Typ. Das quetzt sofort in die Ohren bei mir und bleibt dann auch tagelang drin. Finde ich immer schön. So. Analyse. Karte haben wir ja schon. Gut, dann nicht. Was haben wir hier? Was ist das denn für ein Gipsch? Ich glaube, dass meine Fotos immer besonders schlecht werden, wenn ich direkt davor stehe. Spongus Gluateus. Klasse, ich fahre ein Backup. Okay, mach das. Okay, dieser Film ist voll. Gut, ich überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu laden. Okay. Irgendwie kommt mir das trotzdem komisch vor. Dass ich jedes Tier ablichten soll. Ne? Also es hat so mit Datenschutz auch nichts mehr zu tun. Nein, ich meine, ähm, es ist doch irgendwie merkwürdig. Was, der Schwamm? Oder was? Oh, zumindest klingt es etwas merkwürdig, wenn wir darüber laufen. Oh, oh, oh. Oh, ich ahnte schon, dass hier eine Mupfel und ein Schneckchen zu sehen ist. Ach, verdammt. Äh. So, jetzt nochmal. Komm raus. Zeige dich. Im Ganzen, bitte. Na komm, trau dich. Tu dir nix. Ich hab auch den Blitz aus... Okay, ich bin zu nah. Ich hab auch den Blitz ausgemacht. Na komm. Die ist ja schon süß. So, Schnecke. Jawoll. Helix Rupestris. Glückwunsch. Infos zu Riesenschnecken findet man nur schwer. Ja, dann finde ich... 500, da hätt's aber noch einen Batzen drauflegen können. Aber wir wollen ja gar nicht, äh, ne? So, wir wollen ja gar nicht meckern. Gut, dann, äh... Dann geht's wohl hier weiter. Einen anderen Weg seh ich jetzt nicht. Sekundärschacht. Ah, wir sind zurück, glaub ich. Oder? Ah, man kann doch runterfallen. Und es gibt mehrere von diesen Anemonenwedeln. Wir sind ja süß. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Bin ich von da gekommen? Ich hab wieder null Orientierung. Ich glaub, ich bin von da gekommen. Moment. Wir laufen hier lang. Dum-di-dum-di-dum. Ja. Ah! Oh Gott! Schock! Einfach nur Riesenschock! So, bitte hüpfen mal. So, ich drehe das Ding hier einfach runter. Ah! Okay. War's das jetzt? Ich glaub schon. Entschuldigung. Angebabbelt. So! Hier lang? Ich hab... Mir sitzt der Schock noch in den Knochen. Ich hab damit überhaupt nicht gerichtet jetzt. Angriff von Quallen. So, zurück zur alten Mine. Und jetzt können wir ja das Gitter da hinten beseitigen, glaub ich. Find ich das noch? Down. Ja. Ich weiß wieder, wo war. So, nämlich. Oh, ja, da war einer ein langes Rohr verlegt. Also, jetzt gar nicht pervers gemeint, aber... Wofür? Fürs Mitarbeiter-Klo. Und da geht's auch ganz schön weit runter. Ja, die Geräusche sind auch ganz schön ermutigend. Machen wir doch mal hier das Tor kaputt. Bitte schön. Du darfst. Jawohl. Hier können wir auch nochmal... Ach, hier... Ah! Warte mal, was piept denn hier so? Ist das der Automat? Ja, auch hier plündern wir wieder den Mitarbeiter-Automat. Konto-Identifizierung. Okay. Ein PB1 erhöht deine Energieanzeige um ein Herz. Das sollten wir uns schon reinziehen. Das ist wichtig. Perfekto. Ich nehm's auf. Prima. So. Ja, cool, dass das dann automatisch auch immer direkt voll ist, ne? Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Boah, ist das nervig, dass der jedes Mal diesen Text wiederholt. Ich wünschte, wir hätten zwei nebeneinander liegen. Dann könnte man ein Stadadako, ein, 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 ein Stadadako machen. Aber, nein. Schade. Hüpfen? Ich glaub' aber, dass, wo geht's denn da runter? Ach, wir, mein Gott, wir müssen hier weg. Ach, guck mal. Cool. Das war Zufall. Ich hab mich einfach an die Wand gelehnt. Ja, prima. Dann nehmen wir doch den Weg. Ob das Schwein das auch schafft? Ohne mich, Jade. Hm. Okay. Antwort geklärt. Hey, Jade! Zusammenbleiben! Verzeih! Ja, ja, ja! Ich folg dem Pfeil! Keine Sorge! Bin ja hier! Hier wird nichts passieren! Pass auf, was du sagst, Fräulein! Respektiere die Älteren! Ach so! Ach, da ist eine Brücke! Warte mal. Ach so, okay. Ja gut, dann müssen wir die Brücke hier irgendwie... Hier ist eine Schiene. Aber das Ding ist so gut versteckt. Vielleicht müssen wir das ein Stück nach vorne... Hoffentlich können wir das jetzt alleine schieben. Ja, das geht. Ich hoffe, es reicht. Ja, ist ganz angekommen vorne. Ja, jetzt muss das Schwein doch eigentlich hier rüber. Paige, wir brauchen deinen einen... Ach, der kann... Sag einfach wann, Jade! Ach, das geht? Ach, cool! Ja, nice! Oh, voll... Voll in die falsche Richtung. Voll falsch gezielt. Also überhaupt nicht gezielt. Knapp vorbei ist auch daneben. Sieg mal. So. Ne? So, Brücken runterlassen kann sie. Das kann sie. Ach toll, du bringst Besuch mit. Prima. Ja! Ihr wart nicht eingeladen. Ich mach jetzt hier meinen super Angriff... und ich will dabei nicht gestört werden. Oh nein, oh nein, das Schwein in Not. Oh. Hä? Na, komm her! Trau dich! Ich glaub, sie sind weg. Danke, Jade. Ach, wenn's dich nicht gäbe, dann... Schon gut, alter Mann. Wir sollten los. Ich glaube, dass das Beste noch kommt. Ich find's... Äh, ich... Also... Faszinierenderweise ist mir vorher nicht aufgefallen, dass er alt sein soll. Ich wüsste jetzt nicht, woran man das sieht, aber... Es wird immer wieder gesagt, von wegen bleib locker, Opa, oder so, ne? Also, er ist wohl echt alt. Hm. Au. Da können wir auch noch mitnehmen. Das sollten wir tun. Mucho dinero! Oh. Das sieht zwar schön aus, aber es war jetzt leider nicht so effektiv. Ja. Die brauchen wir. Ding, 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 ding. Da ist noch einer. Dein Einsatz. Alles klar. Ja, das mach ich vielleicht. So. Erstmal loslassen. Hier summt und brummt es schon wieder, als hätte wieder irgendwer von früher hier sein Schokoriegel liegen lassen. Oder sein Wurstbrot. Ähm. Da. Da war's doch. Gefunden. Oh nein, falschrum, falschrum. Ah. Hilfe. Nochmal. Jetzt müssen wir es nochmal machen. Ja, müssen wir. Ja. Wo ist er? Wo ist er? Oh nein. Kommt er jetzt nicht mehr? Jetzt sag nicht, ich hab ihn verpasst. Er ist zu schnell. Nee, dich wollen wir nicht. Geh weg. Nein. Ich muss es schaffen. Ich werde es schaffen. Schnapp sie dir alle. Komm, 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 komm. Komm, schnapp sie dir. Komm, schnapp sie dir. Oh nein, nein, nein. Sag mal. Was ist denn hier los? Ach, jetzt. Planaria rupestris. Planarien hassen das Licht. Es ist sehr selten, dass sie aus ihrem Bauch riechen. Na, siehste. Alles für die Kugeln. Oder Perlen. So, das Schwein wartet. Und wir wollen speichern. Speichern. Welchen nehmen wir uns denn jetzt? Nehmen wir die alte Mine? Ja. Zack. So, dann machen wir den mal auf hier. Schildeböen. Kommen Sie rein spaziert. Sollten wir in dieser Mine verschüttet sein und ich Hunger kriegen, komme ich darauf zurück. Aber jetzt zuerst bitte das Ding entfernen. Bin ich eigentlich mit dem Verwandt? Also, Jade. Ist das der Onkel? Ich glaube, das ist der Onkel, ne? Das müsste man ja mal nachforschen. So, Hauptschacht. Und es geht los. Ein bisschen Pilzparty. Was ist das hier? Fungus Maximus. Huch, was war das? Ah, danke Paige. Du bist mir schön in die Hacken gesprungen. Ist gespeichert, Kollege. So. Oh nein. Babytrampel. Möchten Sie braunen oder weißen Toast zum Omelette, Fräulein, trampeln? Nein. Oh nein. Da kommt auch schon die Mami. Palinurus Rupestris. Unglaublich. Es gibt noch Palinurusse da unten. Hm. Ja, wenn man die Kinder antrampelt, dann kommen die auch mal aus ihren Löchern. Aber auch nur da. So, nehmen Sie dies. Äh. Boah. Ich glaube, du musst gar nicht hüpfen. Das geht auch so hoch. Wir haben die einfach da runtergeworfen. War ganz in Ordnung. Aber hier hinten waren doch auch noch welche, oder? Ich habe doch da gerade mehrere paar Augen gesehen. Na, dann haben wir wohl noch ein paar vor der Nase. Was sag ich? Joa, jetzt! Ups. Also ich habe diesen Angriff immer noch nicht so ganz verstanden, was der wohl bewirken will. Ich glaube, das ist dann halt einfach, dass die hochfliegen. So, wir treten das Teil hier einfach runter. Ne? Das hat sich ja vorhin auch schon bewährt. Und, äh. Ich muss mal eben hinter die Dinger laufen. Sonst dauert mir das hier zu lang. Oh, du auch noch. Jö. Oh, zack. Schön, dass die Brillanten dann wieder hochfliegen. So gefällt mir das. Und dann muss ich extra was runterlaufen. So, Paige hat hier Bug-Using gemacht und das Teil einfach an die Ecke gedrückt. Ich wusste gar nicht, dass deine Zange auch eine Coin-Funktion hat. Modell D53, kleine Lady. Schneidet, würfelt, plättet. Also eher ein Multi-Tool. Okay, hier ist noch so ein Ding. Mal eben dran gehüpft. Ja. Prima. Oh, hallo. Euch habe ich ja gar nicht bemerkt. Habt ihr euch heimlich als Zuschauer hier hingeschlichen? Nautilus fluorius. Meine Mathematiker-Kollegen sind von Nautilus-Muscheln fasziniert. Ja. Die Mathematiker. Ähm. Gut. Wo haben wir sie? Die. Lösung unserer Probleme. Weil wir kommen ja da hinten nicht an den Kristall. Hm. Müssen wir den hier nehmen? Können wir den irgendwie abprügeln? Nö. Aber da stecken doch so Dineros drin. Ja, dann nicht. So. Gibt es was Neues zu erzählen? Nein. Energie braucht er auch nicht. Ähm. Ach hier. So. Ach, hier haben wir wieder unsere Konto-Identifizierung. Okay. Kebabs. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Ja, das klingt gut. Was noch? Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Danke sehr. Danke sehr. So. Erfolgreich geplündert den Automaten. Hm. Sieh mal einer guckt. Eine neue Freundin. Wer die Annenone? Annenone? Die ist auch uns auch nur freundlich gesonnen, wenn wir die verhauen. So, die Musik wird schon ein bisschen mysteriöser. Na? Ach, kletterst du auch hoch? Mädel? Ja. Gut. Dam, 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 dam. Haben wir auch schon? Soll ich dazu sagen? Da hilft nur noch. Draufhauen. So. Äh. Oder springen. Ich glaube, wir sind ganz nah. Ja, wir sind ganz nah. Okay. Das hier, das ist keine normale Treppe, oder? Also so ein Steg. Sieht un... Sieht komisch aus. Hat was von einem Seepferdchen. Hm. Warte. Wo? Ach da. Ach süß. Wie süß. Hallo. Schlechter. Schlechter Schuss. Also schlechtes Foto. Äh. Sobald Sie die Fotos der Doms-Monster haben, schicken Sie sie an Mr. Kastelag. Ja, publizieren. Fantastisch. Ich leite es an Mr. de Kastelag weiter. Oh. Was war da? Das Seepferdchen. Ist größer, als wir dachten. Oder? Hm. Hallo? Hä? Das waren nur seine Augen. Das waren nur seine Augen. Und die Augen machen süße Geräusche. Verrückt. Ich muss mal gerade ein Herzchen essen. Ey. Ist aber auch wirklich ätzend hier. So. Wir nähern uns. Ey. Ey, warum dreht denn der sich so bekloppt? So, draufgehauen. Nimm das. Wo haben wir denn die noch? Äh. Ja, wir schicken immer direkt das Schwein rüber. Oh, Quallen-Alarm. Wieso muss ich mich jetzt hier mit so Ätzungen schlagen? Entschuldigung. Oh nein, ich weiß nicht, ob man dem schaden kann, so lebensmäßig. So, dann. Wir sind schon da. Und immer wenn es lila aufleuchtet, dann kassiert das Ding ganz ordentlich. Oh, die kann ich nicht leiden. Geh weg. Nein. Lass mich los. Haut ab. Die sind wie diese Knochenwürmer, die wir besiegt haben. Also diesen fetten Knochenwurm. Nur in klein. Und mit Flügeln. Und Gesicht. Und ohne, dass wir es mit unserem Hovercraft abschießen können. Komm, du musst jetzt gehen. So. Weg. Alles klar. Uh. Rotation. So, immer schön drauf. Das Ding ist schnell. Äh. Aber wir sind schneller. Hallo, was soll das denn jetzt? Können wir das von unten hauen vielleicht? Würde mich mal interessieren. Au. Ah. Noch nicht. Ich kann jetzt drauf springen und episch darauf reiten. Oh, wenn wir, wenn wir das Drehen abkriegen, kriegen wir auch richtig Schaden. Alles klar. Okay. Mann, der Kampf dauert ganz schön lang. Sorry, aber ich habe ja was zu tun. Ich muss sozusagen das Problem bei der Spitze greifen. Jade, Jade, du machst hier mit Rennen einiges falsch, ganz ehrlich. Ich meine, ich kann verstehen, dass du deinen Gegner im Auge behalten willst, aber das nervt. So, jetzt bitte kassier nochmal ordentlich und dann können wir das ja auch beenden. Oder? Das gefällt mir überhaupt nicht. Nein! Er war doch schon fast tot. Und ich hatte meine Herzchenanzeige überhaupt nicht. Ah. Ich hatte meine Herzchenanzeige nicht im Blick. So, jetzt. Jetzt, jetzt. Ich bin wütend. Ich bin richtig wütend. Nimm das. Ich muss die Brasilien nochmal machen. Dreh ab. Ist das wenigstens die zweite Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden? Nein, wahrscheinlich nicht. Ah, oh ja. Oh, gut, dass du sagst. Vorne. Vom rotierenden. Superbild. Superbild. Pterolimax Gigantea. Oh, oh, 3K. Danke dir, Paige. Meine Güte. Fast vergessen. Ja, gut, dass der Kampf dann noch nicht vorbei war. Dann hat es sich das ja doch gelohnt, das zu wiederholen. Hm. Yay. Ihr seid auch wieder da. Schön. Sehr super. Leute, für euch habe ich keine Zeit. Notwendiges Übel. So. Oh. Uh. Nein. Ich wollte rennen. Nicht fotografieren. Ist er denn jetzt hin? Ja. Na gut. Na gut. Na gut. So, da haben wir direkt sechsmal draufgehauen. Ah, diesmal nicht. Diesmal nicht. Nee, 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 nee. Aber von unten können wir es auch nicht schlagen. Das können wir komplett vergessen. So. Gehüpft. Na? Wir fangen dich am Loch ab. Nein, wir fangen dich nicht am Loch ab. Tut mir leid, was ich gesagt habe. Beschone mich. Warum fliegst du in immer engere Kreise? Geh weg. Geh weg. Oh. Stehen wir zu nah? Ich glaube, ich stehe zu nah. Oh, ich stehe zu nah. Ja, aber eben alle Herzchen hier voll machen. Mein Gott, das ist aufreibend. Na. Oh. Man darf echt nicht stehen bleiben, ne? Also, den hat man wirklich verloren. Er wird schwächer, Jade. Halt durch! Wo ist er hin? Die Musik ist vorbei. Nicht schlecht für ein kleines Mädchen und einen abgehangenen Schick. Wir haben es geschafft, Paige. Ganz gut für einen alten Mann. Ja, krass. Dann haben wir dem noch einen mitgegeben und dann hat sie ihn doch geplättet. Kugel? Äh, Perle? Du, 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 du. Ui, da haben aber zwischendrin noch welche ausgelassen. Wenn du mich fragst, da ist etwas faul an diesem Handy Cadillac. Hallo? Glückwunsch, Miss Jade. Sie haben... Mit Ihrem Boss habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Mr. de Castellac hat es eigentlich nie gegeben. Schätze, ich schulde Ihnen eine Erklärung, Miss Jade. Wulver. Steigen Sie ein. Okay, das war mal ein Downgrade jetzt, ne? Vom Cadillac zum Taxi. Mies. Miss Jade, Sie haben den Situationstest voll und ganz bestanden. Situationstest? Ja, bitte verzeihen Sie diese kleine Scharad. Mein Name ist Han, ich arbeite für das Iris-Netzwerk. Iris? Die Rebellenorganisation? Ja, die Rebellen. Wir kämpfen gegen eine Bedrohung, die niemand kennt. Wenn nichts geschieht, wird die gesamte Bevölkerung vernichtet. Ach, mit Hilfe der Alpha-Abteilung können wir die Doms zurückschlagen. Die Alpha-Abteilung ist nicht das, was sie vorgibt zu sein. Für jeden, den sie retten, entführen sie zehn andere. Aber die Alpha-Abteilung beschützt uns seit Generationen. Sie kümmern sich um die Verwundeten, schlagen die Doms-Angriffe zurück. Ja, so zerstreuen sie jeden Zweifel und erschleichen sich ihr Vertrauen. Sie saugen alles Leben aus diesem Planeten, so wie sie es zuvor schon mit Hunderten gemacht haben. Die hilianische Regierung hatte keine Zeit zu reagieren. Sie wurde komplett überrumpelt. Aber wir können die Alpha-Abteilung stoppen. Und wie genau sollen wir das anstellen? Sie sind sich bewusst, dass ein Aufstand der Bevölkerung eine Katastrophe für sie wäre. Bringen sie Beweise für diese Verschwörung und der Sieg wird unser sein. Mehr als je zuvor braucht das Iris-Netzwerk Leute wie sie, Jade. Helfen sie der guten Sache. Entscheiden kommen sie zur Akuda-Bar. Fragen sie nach Peepers. Mhm. Und fährt weg. Ich hoffe, ich sehe sie bald wieder, Miss Jade. Also, was hält voll ein Jade von diesem Hokus-Pokus? Wenn es einen Weg gibt, den Krieg zu beenden, dann müssen wir ihm gehen. Oh. Wir haben nichts gesagt. Danke. Wir sollten rausfinden, was hinter all dem steckt. Diskretion ist der Schlüssel. Aber warum werden wir dann ständig angemailt? Hm. Da ist doch irgendwo ein Loch. So, weil wir jetzt gerade hier waren und wir wissen, es gibt ja da oben ein Gitter und jetzt würde ich ja gerne nochmal eben nachgucken. Nehmen wir mal eben den ersten Slot nochmal. Okay. Paige. Ich brauche deine Hilfe. So, hier hoch. Die sind ja irgendwie süß, ne? Bisschen langsam unterwegs, aber doch ganz entspannt. Servus. Ja, bitte aufmachen. Ich habe zu danken. Hm. So, dann mal rein. Danke. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt nicht wieder schubsen, Kollege. Ich muss, äh, mal eben schauen, wo wir hier... Ah. Oh. Moment, ich muss wieder... Nein. Ich muss hoch. Oh nein, ich wollte doch... Habe ich da nicht gerade was Cooles zum Fotografieren gesehen? Das da? Oh ja. Was immer das ist. Hm. Komm nochmal raus. Da. Ich fand, das war jetzt schon eine gute Bildaufteilung. Also, ich bin empört, Freunde. Von wegen Zoom. So, nochmal. Komm her. Na. Kleiner Mann. So weit, so weit, so weit. So geht das alles nicht. Ah, okay. Und du so, bist du wenigstens erschwinglich, fotografierbar oder wer auch immer man... Nein. Gut, dann holen wir uns ja das Herz. Bravo, Leute. Ich behalte das für dich. Okay. Danke sehr. So. Kamera. Ich fühle mich verarscht. Nochmal. Ein letzter Versuch. Komm, 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 komm. Nee, Mann. Der ist nicht ganz drauf. Vielleicht müssen wir doch hier an die Kante gehen. Hm. Du überschätzt mich, Jade. Wenn du mir nicht ein Part dieser PB1 gibst, falle ich dir zur Last. Oh. Sorry, ich war ja gerade total abgelenkt von diesem ätzenden Ding. Ah, okay. Wo ist er denn? Wieso? PB1? Kannst du die auch nehmen? Das wusste ich nicht. Kommt der Fahrer nicht mit uns? Wir werden ihn sicher wiedersehen, sobald alles erledigt ist. Jetzt hängt alles an uns. Glaubst du, wir können ihm trauen? Jade, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Er ist sehr gefährlich. Ach so, es ist sehr gefährlich. Hm. Ja, das hatten wir schon. Brauchst du... Ja, es ist sehr gefährlich. Ach so. Paige, ich verstehe dich nicht. Wir müssen die Wahrheit daraus finden, was hier wirklich vor sich geht, oder? Weißt du, wo ich diesen Piepers finden kann? Akudabar. Fußgängerzone. Brauchst du Energie? Hier. Nimm noch ein Stück. Mampf. Aber das verstehe ich nicht. Ich gebe ihm Energie und er nimmt sie aber nicht. Was für mich ja bedeutet... Sag nicht, ich kann ihn auch spielen. Wie cool wäre das? Das wäre mega. Ja. Ähm. Ähm. Nö. Zielekarten, Mails. Sind wir jetzt das Schwein? Nö. Na gut. Na gut. So, und hier fühle ich mich, wie gesagt, immer noch ein bisschen veräppelt. Aber hier ist ja auch kein Durchgang. Kein Schlupfloch. Vielleicht hier vorne? Du, 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 du. Ähm. Das sieht nicht so aus. Vielleicht können wir da... Nein. Schade. Okay. Okay. Nochmal schnell speichern und dann diesen Ort des Schreckens verlassen. Ja. So. Dann mal nix wie in die Stadt gedüst. Zack. Huch. Helis. Läuft. Du kennst die? Akudaba. In der Fußgängerzone. Mal eben ganz kurz checken, ob man hier... Also so schön die Musik auch ist. Aber sie ist lauter als das gesprochene Wort. Und vielleicht kann ich das noch kurz ändern. Nein. Okay. Ähm. Kompass. Mama Go. Mama Go. Basis. Stadt. Fahren wir doch da hin. Doch, das war der richtige Weg, glaube ich. Ja. Hauptkanal. In Propaganda City. Die konnten wir irgendwo, glaube ich, anlegen. Huch. Weil sie im Gegenverkehr... Geisterfahrer! Naja. Jetzt bin ich auch noch auf der falschen Seite rausgedüst. Zurück. Oh. Rops. Wir können schießen. Gibt's da Ärger? Nö. Juckt keinen. Alles klar. Okay. Dann fahren wir mal langsam, weil irgendwo war ja hier die Ecke zum Anlegen. Fußgängerzone. Da. Prima. Wir sollten uns dieser Tage mal die Fußgängerzone ansehen. Mhm. Wann immer du willst. Bin dabei. Klingt gut. Ich krieg schon langsam Durst. Oh, das ging schnell. Da sind wir schon. Und hier hängen tonnenweise Plakate von der Rekrutierung. Hier hat einer an Totenkopfen gemalt. Aber das ist so dieses We want you for Alpha Abteilung. Interessante Gespräche, die hier geführt werden. Würde mich nicht überraschen. Zum Glück gibt es die Alpha Abteilung, die uns beschützt. So, wir stellen uns mal dazu. Einfach so. Und hier den Kollegen können wir auch anquasseln. Hallo. Sie wollen sich anmelden. Hahaha. Bleib auf dem Teppich, Zucker, Schnute. Hä? Noch so ein Spruch und ich deaktiviere deine Schaltkreise, Junge. So. Oder ich halte mal einen dicken Magneten an deinen Kopf. Gucken wir hier. Noch richtig tickt. So, was ist das hier für ein vergitterter Eingang? Komm mal nicht rein. Gut. Hm. Vielleicht hier irgendwo. Vielleicht hier hoch. Eventuell. Ah, mit denen können wir dann auch reden. Hallo. Große Schäden durch den Doms Angriff. Die Alpha Abteilung ist hier, um uns zu beschützen, Junge Frau. Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Es ist per Dekret verboten, Perlen als Währung zu benutzen, Junge Frau. Ach so, ein richtig korrekter. Okay. So, was will er denn hier? Hallo. Bevor wir Geschäfte machen können, müssen sie ihre Kreditkarte in den Dekoder einlegen, um ihr Konto zu identifizieren. Klar. Konto, Identifizierung, okay. Ihr wollt ja nur das Beste von mir, das ist mein Geld. So, sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Ein Rätsel? Äh, Moment, Moment. Wie war das gleich? Eine Schale der Strömung? Äh, nee. Also ich muss nachdenken. Hm. Na dann. Ja, ich hab ja hier... Ach so, ich kann nicht mehr Zeitungsabo, dass ich das noch erleben muss. So, mal sehen. Eine Zeitung gibt's in diesem Zeitalter, also das spielt ja in der Zukunft, also auch immer noch eine Zeitung. Ist quasi noch kein ausgestorbenes, äh, Medium. Medium? Ja. Ihr wisst, was ich sagen will. So. Ich könnte Ihnen anbieten, erstens das helianische Wort. Die Zeitung für den informierten Bürger. Mhm. Ich glaub, das ist so ein Propaganda-Blatt von der Alpha-Abteilung. Ich würde das glatt mal abonnieren, damit wir wissen, was, äh, die so für einen Mist posten, sozusagen. Zweitens, das Hillis-Journal, Werbung, Geschäfte und Tipps. Ja. Warum nicht? Alle Abonnements kosten 50 Einheiten pro Jahr. Ich nehm' alles. Das Hillis-Journal, also, ja, das auch. Aber auch das andere. Ich steh' einfach auf Spam. Das HW. Kein Problem. Gut. Du bist registriert. Danke, danke, danke. Noch was? Nein. So. Ähm. Oh, und schon geht's los. Glückwunsch. Sie haben sich für das helianische Wort entschieden. Für den informierten Bürger. War das der Sprecher von Medical Detectives? Glückwunsch. Sie haben sich für das helianische... Na, ist ja auch egal. Oh. Das kann ich später recherchieren. Sowas mach' ich immer gerne. Ähm. Wo kommen wir denn hier durch? Hm, hier leuchtet's. Da fragen wir doch glatt mal nach. Oh, da liegt ne Perle. Hallo. Hi, Nu... Noori. Noori. No... Noori. Noori. Äh. Hi, Noori. Hey, Jade. Hast du Hunger? Vergiss nicht, deine Karte in den Dekoder zu stecken, bitte. Kontoidentifizierung. Okay. Und schon werden wir voll gespammt. Die Doms schlagen wieder zu. Vor zwei Tagen im Westviertel. Ohne die Hilfe der tapferen Alpha-Abteilung wären die Verluste noch höher ausgefallen. Rekrutierungskampagne wird verstärkt. Ja. Ja, ich hab ja gesagt, ne? Propagandablatt. Ähm. Wie 3000 Perlen. Was? Ich hab die Perle gekauft. Das war ein Versehen. Ach so, 3000 für die Perle. Ich war ja jetzt grad abgelenkt. Okay, jetzt haben wir halt ne Perle mehr. Ja. So ist das. Ne? Ist genau wie, wenn man bei Ebay aus Versehen auf Kaufen drückt. Läuft. So, sonst noch was? Laut der Maschine ist die Identifikation okay. Ja. Wir haben auch schon was gekauft. Also. Fällt dir früh ein. Dann ist gut. Nimm so viel, wie du brauchst. Ähm. Sicher ist die Schale in ihrer Perle blablabla. Ein Sklave der Strömung. Du kennst das Iris-Netzwerk. Ihr Typen leistet fantastische Arbeit. Und deshalb verkaufe ich auch euch meine Perle. Viel Glück. Aber die haben wir schon gekauft. Hm. Na gut. Gut. So. Dann. Halt. Zutritt nur für Anwohner. Auf Befehl der Alpha-Abteilung. Okay. Was hältst du von dem Iris-Netzwerk? Jade. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Es ist sehr gefährlich. Oh, das hatten wir schon. Paige. Ich verstehe dich nicht. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Piepers. Gut. Akuda-Bar. Genau. So hieß die Bar. Da müssen wir hin. Wir müssen unbedingt unser Konto auffüllen. Ja, vor allem nach dem Fehlkauf mit 3000 für die Perle. Du sagst es. Weißt du, Mingze. Verkauft in seinem Laden alle möglichen Detektoren. Ach so, das sagt er. Für Tiere, Perlen. Diese sind sicher eine große Hilfe. Hm. Na gut. Ich bin mir sicher, da kommen wir noch hin? So, jetzt gebe ich einfach mal ein bisschen Gas. Sonst kommen wir nämlich gar nicht mehr vorwärts. Und hier ist die Akuda-Bar. Oh, hier ist auch noch ein Knopf. Knöpfchen. Hier, Akuda-Bar. Dann immer mal rein. Necord. M. Der Metzger. Kanonenball. Hofungs und Seven. Mhm. Okay. Ja. Fangen wir doch hier vorne mal an. Eine gute Bar ohne ein Mo ist keine gute Bar. Ich suche nach Pipas Hi Paige, willst du dir einen trinken? Die erste Runde geht auf mich Also, ich suche nach Pipas Er ist oben, wie immer Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Ströme? Wegen der Schalen solltest du besser mit Pipas reden Ich habe einen guten Auftrag Fotos für das Forschungszentrum schießen Diese Aufstellung aller Tiere auf Helis? Ja, ich kriege um die 100 bis 3000 Einheiten pro Foto Nicht übel, gar nicht übel Warum? Was gibt's? Hast du was Besseres? Viel besser, Jade Viel, viel besser Aha, machst du auch nicht so spannend Kannst du schweigen? Äh, meine Lippen sind versiegelt Hör zu, ich bin zu alt dafür, aber Aber du? Ich bin sicher, du könntest Ein Schatz, Jade, ein sagenhafter Schatz Der seit Jahrhunderten im Krater des Vulkans versteckt ist Er liegt einfach da und wartet nur darauf, gefunden zu werden Aber pst Aha Vulkane? Hab ich noch nicht gesehen hier Aber wir sind interessiert Ich bin auf jeden Fall interessiert Aber erstmal müssen wir hier die Sache klären Ja, reden Probleme? Wer? Ich? Ja Nein Ist nur Fusel vom ollen Mo Das war stark Aber sonst ist alles okay Es ist diese andere Mama da drüben Der Problem hat Problem Äh, Rufus? Jawohl, junge Frau Ich weiß nicht, was er vorhat Aber er ist Nicht koscher Okay Ich bin vielleicht nicht ganz klar im Kopf Aber ich hab ihn beobachtet Er war ganz Nervös Entschuldigung Hat was versteckt hinter seinem Mantel Und dann Und hier zurück in die Kammer da oben Sicher ist die Schale Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung Du sagst es Puppazuck Okay Läuft Was sind das hier für Künstlerische Ambitionen? Eine Crewshow Cool Soulpower Das ist bestimmt eine Yogastunde So, hier ist es aber auch ziemlich eng Es läuft immer derselbe Song Und es geht um Propaganda Hey Francis Hey Jade Ein kleines Spielchen Kannst du mir die Regeln erklären? Klar Ist ganz einfach Du musst alle Pucks von deiner auf die andere Seite befördern Du ziehst mit Maus Und schießt mit Maus Du sollst ja Der beste Spieler der Welt Der weit Weit und breit sein Da ist was dran Niemand ist dumm genug Gegen mich zu wetten Wir schon Wetten? Natürlich Ich spiele auch Nur zum Vergnügen Aber dann ist es nicht so interessant Um was sollen wir wetten? Nun Es gibt ein Spiel für 100 Einheiten Und wenn du gewinnst, kriegst du 200 Ah Und für 1000 Einheiten Lege ich meine Glücksperle auf den Tisch Oh Viele haben es versucht Aber Ich hab meine Glücksperle immer noch Hm Ich versuch's Aber nicht für 1000 Möge der Bessere gewinnen Oh Gott Was Wir machen Wir sollten Ich trainiere Ein kleines Training Los Ein Training in Ehren Achso Au au Ah Das ist nicht mein Spiel Und schon habe ich uns Verstanden worum es geht Und ich weiß Das ist wie dieses komische Spiel Was man immer im Urlaub spielt Mit diesen komischen Schlägern Also dieses Puppding Und es geht mir jetzt schon Auf den Keks Hauptsache Spanien Urlaub Und es läuft auch direkt So eine Mucke Wir könnten auch versuchen Seine Wenn er versucht sie durchzubringen Dann kicken wir sie zurück Freu dich nicht zu früh Okay Jetzt haben wir ihn unterstützt Na Ich glaube ich mach Wow der ist echt schnell Einmal will ich noch Ich glaube Oh Man hat eh immer zwei Runden Ich kann mich gar nicht wehren Ui das war gut Aber ich glaube Das hält auch nicht lange an Meine Glückssträhne Oh nein oh nein oh nein Hä Aber ich werde wahrscheinlich Nie gut genug sein Um seine Perle abzugreifen Ich sehe es schon kommen Wir haben alles in diesem Spiel gesehen Und die Perle bleibt übrig Ich sag euch Das ist hier nervenkitzel pur Boah ist das Never ending story Wenn wir gleich gut sind Was wird ich Ja Wir konnte ich nur annehmen Wir sind gleich gut Horny horny So Ja ich hab verloren Ja Wir beenden das jetzt hier Bevor es angefangen hat So richtig Kein Talent Kein Talent Kein Talent So Speichern Ähm Nehmen wir den Ne Immer schön alles aktuell halten So Hey Seven Hast du was gesagt Rufus Ich Nein Gar nichts Aha Ist ne ganz nette Hey Rufus Hm Was versteckst du vor mir Hast du ein schlechtes Gewissen Hör zu Puppelesser Mein Großvater konnte eine Familie Mit acht Kindern In 17 Sekunden verschlingen Mein Vaterschaft ist in 12 Sekunden Und ich Möchte es weniger In weniger als 10 schaffen Hast du mir gerade gedroht Dann gehen wir schnell Magic Pulp Hm Oh es gibt anscheinend ein Ogen Und es ist gar nicht mal so Uninteressant Versuch dein Glück So bist du Pipas Kollege Hallo Pipas Ein Mädchen in dieser Absteige Dieser Duft Ich hab Ich hab's Was Du züchtest Schweine Unten am Ozean Wow Ich hab ein Schwein dabei Ähm Wenn du dein Glück Beim Hütchenspiel Versuchen möchtest Musst du zuerst Deine Karte Durch den Ernsthaft Warum mach ich mir die Mühe Das hier so zu übersetzen Die erzählen mir alle immer direkt Bitte stecken sie ihre Karte ein Und geben mir einen PIN ein Ja Kann ich spielen Kann ich spielen Wie viel hast du zu verlieren Ah Ich will das gar nicht Sicher in ihrer Schale Ist die Perle ein Sklave der Strömung Du interessierst dich für Perlen Dein Einsatz bitte Huch Ich weiß gar nicht Was ich jetzt gesetzt hab Oh Gott Ich weiß es jetzt schon nicht mehr Oh nein Mitte vielleicht Ich glaube Mitte Mitte Jawoll Du kannst Zimmer Nummer 3 haben Es wird dir sicher gefallen Da ist ein schöner alter Schrank Den solltest du dir ansehen Gut Ich hab was übrig für Möbel Objekt drehen Äh Ah Q Q5 D7 Q5 D7 Zimmer 3 ne Hat er gesagt Zimmer direkt hier Q5 D7 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 Zack Korrekt Alles klar Ah das ist ja Propaganda Ne Das ist so ein Zimmer wo ich dann nachts sagen würde Mein Kopfkissen lebt Schrank Ach das ist ein Schrank Gut Dann Oh das Zimmer ist unerwartet groß Es hat noch so eine kleine Hintertür Hallo Oh kurz Leggy Neue Agentin Wir haben sie erwartet Kommen sie näher Das ist May Redakteurin und Herausgeberin unserer Iris Zeitung Nino unser Funker und unermüdlicher Plakatkleber Hey Auf diesen Monitoren können sie die meisten unserer Korrespondenten sehen Sie operieren im ganzen Universum in mehr als 13 Systemen Peepers kennen sie ja bereits Es war seine Idee ihnen diesen Job anzubieten Er wusste dass sie den Test bestehen würden Ha man müsste blind sein um das nicht zu sehen Das Kind hat Talent Hören sie zu Jade Die Ereignisse gewinnen Anschwung Eine Bombe der Dons ist im Kanal explodiert Offenbar hat die Alpha Abteilung den Sektor abgeriegelt Sie haben alle von dort evakuiert Zu ihrem Schutz richtig? Niemand weiß wohin sie gebracht wurden Jade Die Gouverneurin von Hillis hat sich direkt danach an uns gewandt Sie ist bereit zu helfen aber ihr HQ wird überwacht Sie können uns helfen diese Leute zu retten Jade Nino erklär uns die Situation Gut also das wissen wir Die Opfer wurden von der Alpha Abteilung entführt Und zur Nutri-Pillen-Fabrik gebracht Dann brachte man sie mit Shuttles zu den alten Schlachthäusern Von dort wurden sie mit Militärkreuzern zum Mond transportiert Wir wissen nicht was sie dort erwartet Keiner unserer Agenten ist jemals von dort zurückgekehrt Vor vier Tagen verloren wir den Kontakt zu Double H in der Nutri-Pillen-Fabrik Er war unser bester Agent Unser Freund Double H sollte uns Beweise für die Anwesenheit der Doms bringen Seine letzten Fotos waren erschreckend Ein Seelenfresser? Jemand muss die Mission zu Ende führen Jade Sie können ablehnen Weiter Wir brauchen Beweise Erstens gehen sie in die Nutri-Pillen-Fabrik Zweitens machen sie Fotos von den Alphas und ihren Opfern May wird ständig Kontakt halten Sie wird ihre Fotos veröffentlichen sobald sie sie bekommt Die Leute müssen die Wahrheit erfahren Ja das würde ich auch gern Zum Beispiel wer hier lügt und wer nicht Hier ist die offizielle Stadtpass Wir verdanken ihn der Gouverneur Er wird ihnen bestimmte Türen öffnen Viel Glück Gut gemacht Jade Ah Der Stadtpass ermöglicht den Zugang zur Fußgängerzone Wird automatisch erkannt Cool Jade Ich habe dir eine M-Disc gebrannt Ich lege sie hier hin Darauf wird alles detailliert erklärt Mhm Dankeschön Die holen wir uns jetzt So Okay Ja Wie ihr sehen könnt Funktioniert auch hier Ein Zoom-Meeting In verschiedene Sonnensysteme Sehr fortschrittlich So Was sagt er? Können wir der Gouverneurin trauen? Sie hat uns schon oft viel geholfen Sie hat ein Team von Dekodierungsexperten Wenn du vor der verschlossenen Tür stehst Schick ihr ein Foto mit der Seriennummer Sie können jeden Code knacken Den du ihnen gibst Ah okay Wer ist für die Verteilung Eurer Zeitung verantwortlich? Ich bin verantwortlich für den Druck Und liefere sie an die Verkäufer im Untergrund aus Kann ich ein paar Exemplare haben? Klar Der nächste Verkäufer steht Auf dem Platz bei Ming-Tzu Frag ihn einfach nach einem Exemplar Für Mitglieder ist sie umsonst Hm Gut zu wissen Wir sind ja gerade aktuell total im Zeitungswahn Wenn man alles abonniert Was man kriegen kann Könnte Double M euch Informationen über die Fabrik beschaffen? Konnte Der letzte Bericht von ihm ist auf dieser M-Disc Dann nichts mehr Sei vorsichtig Jade Schicke ich meine Fotos direkt an euch? Ja Ich habe eine sichere Leitung für dich eingerichtet Du bist ständig online Oh Totale Transparenz Beenden Gut Dann gucken wir jetzt mal was hier abgeht Und was auf der M-Disc ist Operation Freiheit Die Alpha Abteilung hat uns getäuscht Seit Beginn des Krieges stehen sie unter der Kontrolle der Doms Und nutzen das allgemeine Chaos Um unschuldige Leute zu entführen Dank Double H wissen wir jetzt Wohin die Opfer auf Hillis gebracht werden Okay Erstens In die Nutri-Pillen-Fabrik Zweitens Zu den alten Schlachthäusern in Shuttles Drittens Zum Mond in einem Frachtkreuz Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden warum Wir müssen diesen Alptraum beenden Jeder Beweis für die Verschwörung Den wir finden können Wird uns mehr Unterstützung in der Bevölkerung einbringen Eine offene Rebellion würde uns ermöglichen Die Alpha Abteilung zu stürzen Und viele unschuldige Leben zu retten Wenn die Revolte sich ausbreitet Können wir diesen Krieg vielleicht beenden Alles klar ich bin dabei Aber wir brauchen Fotobeweise Um herauszufinden Was genau in der Fabrik vor sich geht Klingt nach einem Plan Fotos von den Opfern Fotos von der Alpha Abteilung Ohne ihre Helme Damit man sieht wer sie wirklich sind Hier kommen sie ins Spiel Jade Sie übernehmen Double H's Mission Hier ist sein letzter Bericht Kryptisch Logbuch Krisselkrissel Double Krisselkrissel 19 Uhr 23 Bin in der verbotenen Zone 19 Uhr 30 Ich sehe Shuttles auf der oberen Plattform starten und landen 20 Uhr 3 Ich habe es geschafft in die Fabrik einzudringen 20 Uhr 50 Ich bin erschöpft Ich bin fast 3 Kilometer geschwommen 21 Uhr 10 Ich bin drin Das ist es Ich sehe die schwarzen Behälter Ein Geräusch Hey Was Anscheinend haben sie einen Reaper trainiert Die Anwesenheit dieses Tieres und die Sigma-Strahlung Sind der Beweis für die Anwesenheit eines Seelenfressers Aber hey, don't feel the Reaper Das sind seine letzten Bilder Seitdem kam nichts mehr Vier Tage völlige Funkstille Okay Double H war unser bester Mann Er hat viel für uns getan Dank ihm konnte das Iris-Netzwerk Kontakt zur Gouverneurin von Hillis aufnehmen Die Gouverneurin ist strikt gegen die Methoden der Alpha-Abteilung Aber das darf nicht bekannt werden Sie ist auf unserer Seite und will uns helfen Wenn wir die Wahrheit bekannt machen Und mehr und mehr Helianer dem Iris-Netzwerk vertrauen Wenn Sie eine Tür wie diese finden Fotografieren Sie sie Und schicken Sie das Bild an die Gouverneurin Ihre Experten werden dann versuchen Den Code herauszufinden Ich würde die Gouverneurin ja gerne mal sehen Wir zählen auf Sie, Jade Seien Sie vorsichtig Hagen Gut Okay, jetzt ist es offiziell klar Dieses kleine Buchstaben-Missgeschick Ist ein H Und kein M Ich habe es noch nicht Ich hatte es nicht so richtig identifizieren können Aber Ja So Ihr könnt es euch schon denken Gut, dann gehen wir mal hier raus Und dann Müssen wir Paige davon erzählen Weil der war ja jetzt gar nicht hier Jade Sie brauchen einen Codenamen Um Ihre Berichte zu unterschreiben Sharny Was Warum Warum Sean Mach weiter so, Süße Und eines Tages wirst du berühmt sein Hier können wir auch noch rein Was haben wir hier Oh Da hat einer Zu tief ins Glas geguckt Kann ich dir irgendwie helfen Ich glaube nicht Vielleicht aber doch Hier Nimm mir bitte dieses Ticket ab, okay Was ist das? Der Code für einen der Safes der Alpha-Abteilung Dort bewahren sie auf, was sie den Indianern gestohlen haben Weißt du, wo dieser Safe ist? In einem Schuppen am Brunnenplatz rechter 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 Hand Ich wollte doch nur meine Familie ernähren Ich hätte es nicht stehlen sollen Und bevor ich es benutzen konnte War ich ganz allein Sie haben meine ganze Familie weggebracht Du bist nicht allein Du musst tapfer sein Sicher in ihrer Schale ist die Pearline-Sklave der Strömen Ja Und wenn man dann was sagt Wird einem die gesamte Familie weggenommen Spricht nicht mehr über das Iris-Netzwerk mit mir Ich habe an das geglaubt, wofür sie eintraten Aber Das ist vorbei Oh, der klingt ja ziemlich desillusioniert Armer Typ Können wir uns das merken? Ich versuch's mal Ich hab's gleich eh wieder vergessen Unten und vergessen So Tach Die Nutri-Pillen-Fabrik Weißt du, wo die ist? Ja Südtor Das große Brecheisen Für 300 Meter lange Nägel Was? Hm Gucken, ob wir noch was anderes Sicher in ihrer Schale sagst du Sagst du Äh, sag Du kennst nicht zufällig einen Weg in die Nutri-Pillen-Fabrik? Hm Keine unnötigen Risiken, okay? Hä? Es gibt einen Eingang In der Südbucht Nah der Schwarzen Insel Aber Du musst den Wachroboter ausschalten Ah, okay Mach ich doch glatt Das mach ich doch glatt Ich weiß nur noch nicht, wie Aber hey, so ein Roboter Ähm Da unten Da stehen so Wachhansis Die müssen wir jetzt mal Da können wir jetzt dran vorbei Wir haben jetzt so ein Ticket So Ich darf hier durch Ich darf hier durch Was ist denn das hier? Schönes Wir brauchen einen Spezialschlüssel Ja, bleib ruhig Den besorgen wir uns schon noch Okay Hier rein Ming Tzu's Geschäft Ah, wie schön Wir gehen mal ganz kurz hier hin Und speichern So Gespeichert Und jetzt gucken wir mal Paige sagt nix Neues Oh, was schwimmt denn hier? Das sieht so aus, als wäre Dem Fisch das Ding hier einfach viel zu klein Und wir haben die Musik abgewürgt Okay Hallo Hallo Ming Tzu Tzu Hallo Fräulein Achso, das ist glaube ich ein Typ Hallo Fräulein Wenn Sie etwas kaufen möchten Brauche ich erst Ihre Kontonummer bitte Kontoidentifizierung Okay Okay Kontoidentifiziert Danke Bedienen Sie sich Es ist mir eine Freude Cool Was gibt's denn noch eigentlich So zu bequatschen Ah, okay Parole Sicher in Ihrer Schale Und so weiter Das machen wir gleich Mal eben kurz hier Ein bisschen stöbern Impulser Mhm Mhm Pipi Oh, das ist cool Das ist cool Wieder ein Herzchen extra quasi Und das ist ein Tiersensor für Fotos Und ein Perlensensor Ich glaube wir können nicht alles kaufen Mist Perlendetektor Superangriffverstärker Boah, das ist cool Das nehmen wir auf jeden Fall Wir müssen stärker werden Gute Arbeit Benutzen In der Flugphase In der Flugphase des Superangriffs Wiederholt auf Mausdrücken Also ne Linke Maustaste Um Feuerstöße zu schießen Alles klar So Perlendetektor Hätten wir mal nicht diese horrende Übertrieben teure Perle gekauft Impulser Ich weiß nicht genau Was hier Diese Impulser macht Aber ich hätte eigentlich gern Das extra Herz Gut gemacht Steigt um mein Herz Also Ich kann es gar nicht Page geben Und wir müssen uns glaube ich Jetzt entscheiden Tiersensor Ach ne Wir müssen uns nicht entscheiden Cool Perlendetektor Cool Wir können jetzt alle Verfügbaren Perlen Anzeigen lassen Und hier Den Tiersensor Noch Gut gemacht Ja Gut Dann fehlt nur noch hier Der Impulser Die können wir uns auch noch leisten Ich weiß nicht was dieses Teil kann Wir werden sehen Gut gemacht Ja Energieanzeige des Fahrzeugs Steigt um einen Schlüssel Das ist auch sehr viel wert Ich bin hier aber so ein Ja Das wollte ich aber Ich weiß nicht wie Ich habe keine Ahnung Ist er K Ach er kann Oh Oh Komm iss mal Starko Ja So Das hat er jetzt gegessen Jetboots Oder war das jetzt Meckern auf hohem Niveau Von Paige Hm Man kann ihn anscheinend heilen Okay Ja Die letzten Kröten Die wir noch haben Die heben wir mal auf Für so ein Starko To go Irgendwo aus dem Automaten Wenn wir mal wieder Einen sehen Und hier wer ist er Fesches Shirt Naja Okay Äh ne Parole Sich an ihrer Schale Ist die Perle ein Sklave Der Strömung So So Sie mögen also Haikus Wie Ich habe eine ausgezeichnete Sammlung Dieser Verse Warum sehen wir nicht Einmal im Lager nach Ich glaube ich habe noch Ein Exemplar Hm Klar Warum nicht Ab die Post Ach das ist auch wieder So ein drehbarer Schrank Schön Die nehmen wir mit Iris 511 Also 511 Und das Auch ne M-Disc Die 512 Das waren wahrscheinlich damals Noch normale CDs Hat nicht so viel drauf gepasst Beeindruckend Da wären wir Ich habe Kopien der letzten Ausgaben Von Iris auf M-Disc Wenn sie möchten Kann ich sie für den Irish Flash eintragen So kriegen sie immer Die neuesten Nachrichten Per Mail Für Mitglieder Ist dieser Service Natürlich umsonst Klar Ich schätze Ich nehme mir auch Ein paar M-Discs Mit Ausgaben Aus dem Iris Netzwerk Perfekt Bitte bedienen sie sich Oh Wir haben einfach zugeschlagen Wir haben erst genommen Dann gefragt Ich möchte Iris Flash abonnieren Ja Why not Perfekt Ich trage sie direkt ein Perfekt Du bist eingetragen Nun erhältst du die Live Nachrichten Als Newsletter Dankeschön Adieu Dann gucken wir mal eben was hier drauf Oh da schon geht's los Willkommen Du bekommst nun neue Nachrichten Aus dem Iris Netzwerk Ja Aber wer war denn das dann hier Iris Flash Und das normale Iris Hm Gut dann gehen wir hier mal um die Ecke Da können wir die CDs mal einmal lesen Äh Fangen wir mit der 511 an Achso da stand schon was Jetzt habe ich es nicht gesehen Moment Iris 511 Neue Entführungswelle in der Fußgängerzone Reporter Double H www.irisnetwork.net Interessiert mich echt mal Ob es die Seite gibt Die Doms haben der hilianischen Bevölkerung Letzte Woche wieder schwer zugesetzt Weitere 850 Leute Wurden in dieser Zeit als vermisst gemeldet Der sogenannte Schutz Den die Alpha Abteilung vor den Doms bieten soll Ist mehr als lächerlich Ah ok Noch schnell die andere geguckt Ach jetzt habe ich schon wieder nicht gelesen Irgendwas mit Mysterium Iris 512 Hillis mit Doms Meteoren beschossen Reporter Double H Die Kanäle Die Mamagoo Werkstatt Und das Refugium am Leuchtturm Unter schweren Beschuss durch die Doms Ja das war ja der Angriff Wo wir mit drunter gelitten haben Die Schutzschilde sind nicht in der Lage Die Doms Meteore aufzuhalten Ja Die wurden anscheinend irgendwie auch manipuliert Nicht mal die Mamagoo Werkstatt konnte rechtzeitig irgendwie Schutzschilde hochfahren Die Alpha Abteilung tauchte erst nach dem Alarm am Schauplatz auf Allerdings Die Alpha Abteilung ist unfähig den Schutz von Hillis zu gewährleisten Das Unfähig erstmal schön rot markiert Gut Dann haben wir das auch geklärt Also ich muss dringend so ein Herzchen für Paige auftreiben Aber die sind halt immer direkt aktiviert Hm Ich weiß gar nicht ob man das dann auch wirklich machen kann So gucken wir mal was Paige zu sagen hat Gibt's was Neues? Nein Dann nichts wie raus Und es ist schon dunkel Wie man sehen kann Hm Okay Huch die Steuerung ist gerade noch ein bisschen Überempfindlich heute Hier läuft auch Propaganda Weil das ganz cool ist mit diesem roten Oh Nachricht Hillis unter Beschuss durch Doms Meteore Die Alpha Abteilung durch die Ereignisse überlastet Lest Ausgabe Nummer 512 von Iris Jo die haben wir gerade gelesen Wir wissen schon Bescheid Ich glaube wir können jetzt aber auch vielleicht hier wieder raus gehen Tja die Armee hat nicht mehr viel zu melden seit die Alpha Abteilung aufgetaucht ist Wo kommt die Alpha Abteilung eigentlich her? Ja wo kommen die her? Frag mich nicht Ich weiß nur dass es viel besser geworden ist seit sie hier sind Ja? Meinst du? Ich finde es gibt immer mehr und mehr Entführungen Genau Und wenn sie nicht wären wären es sogar noch viel mehr Entführungen Hm Okay Ähm Oh Was ist das? Hier können wir reinlaufen Alpha Abteilung Headquarter Oder Quartier Miau miau Geschützt mit Laser Können also nicht wohin wir wollen Vielen Dank für nichts Alpha Abteilung Was ist das denn da? Grün ist am Boden Vielen Dank für nichts Weißt du wo dieser Weg hin führt? Offiziell wurde der Bezirk von der Alpha Abteilung gesperrt Aus Sicherheitsgründen sagen sie Ich glaube Ich glaube Dass sie definitiv etwas zu verbergen haben Hm Bin auch gespannt wo hier der Weg hin führt Da hinten stehen Glaube ich Steht so eine Packung Nutri-Pillen rum Und so Kebabs Interessant Und was ist das hier für ein Käferchen? Arachnis Virides Identifiziert Datiert Abgelegt Nichts Besonderes also Aber es stockt ein bisschen unser Taschengeld auf Das Foto ist brillant Gut Dann Raus hier Aber wohin? Wir gehen mal zum Boot zurück Ich hoffe ich finde das jetzt Die Stadt hier ist ja verhältnismäßig klein Im Vergleich zu anderen RPGs Was habe ich mich immer verlaufen? Früher im WoW In Sturmwind oder Oh es gab so schreckliche Schreckliche Städte vom Ausmaß Ja es war einfach nur furchtbar Bei Witcher verlaube ich mich auch ständig Ist auch echt übel Ist einfach alles zu viel Hier das sind so drei, vier gut sortierte Blocks Reicht mir schon Hier ist mein Hovercraft mit Parkplatz ausgezeichnet Alles klar Ja Und ich habe einen Kompass Und wir fahren Sollen wir mal ein Rennen fahren? Ich habe irgendwie Bock mal ein Rennen zu fahren Das erste oder das zweite? Huch jetzt habe ich ihn weggeskippt Huch jetzt habe ich ihn weggeskippt Willkommen in der Meisterschaft Ich habe kurz gebrochen Die Regeln sind simpel Eine Perle für den Gewinner Und die ersten drei qualifizieren sich fürs nächste Ja sauber Dann machen wir mit Die Alten, die Schwachen und die Wehleidigen Haben noch drei Sekunden Um zu ihrem Strickzeug zurückzukehren So, wir haben keinen guten Startplatz Position acht Läuft hier eine Uhr? Wann geht es los? Keiner sagt was Hallo? Ah So, jetzt schieben wir die alten Leute mal ein Stück nach vorne Wie gesagt, ich bin ganz neu Oh nein, oh nein Oh nein, oh nein Das wird ja was Ach, das sind diese Kurven So gehst du nicht rechtzeitig auf die Bremse Dann fliegst du raus Oder Ich habe noch viel zu viel Spielraum hier in der Bewegung Das ist auch mein erstes Mal Ach guck mal, wir haben glaube ich schon einen umrundet hier Die Runde ist aber echt verhältnismäßig kurz Das geht ja noch So, her mit der Perle, Kollegen So, haben wir die auch Und ein bisschen Cash Erster Preis Tausend So, wo ist das zweite? Machen wir das auch noch eben Da Let's Fetz Steht da Rekord 28 Minuten? Also ich weiß nicht, wie diese Strecke hier aussieht Werde wahrscheinlich gleich Überrascht sein, wie viele Kurven hier drin sind Aber ich bin ja echt angetan von der Steuerung Weil Die ist ja nicht so hypersensibel Da kann man auch gerne mal ein bisschen kräftiger drauf drücken Und es rastet nicht sofort alles aus Das ist sehr angenehm Kann man die auch abschießen? Das wäre glaube ich fies So, wir holen uns hier diesen Beschleunigungsstreifen Weg da Oh nein, oh nein Abkürzung Ha Weg da, weg da Ich hab was vor hier Ich brauch die Kohle Oh nein, auf welchem Platz sind wir? Auf dem vierten Das kann ich nicht auf dem siebten lassen Ui Aber es ist auch zu eng zu überholen Ist auch hier meckern auf hohem Niveau So, aus der Bahn Ich glaube, die anderen sind einfach viel schneller Wie kann ich denn hier mehr PS rausballern? Ich glaube, ich müsste mich erst pimpen lassen Bei der Mama-Go-Werkstatt Das war eine leiste Kurve Vielleicht kriegen wir die doch noch Mist, die hätten gebraucht Klingling Warum eigentlich nur für mich? Für alle Für mich beobachtet So Jetzt aber volle Power Wenn wir hier auf Platz drei landen Ja Versuch mal's wert So, jetzt Oh Mist, wir sind nur auf Platz zwei Das war aber eine knappe Kiste Verdammt Miss Seven Shit Die kann ich ja leiden Das ist diese blöde Katze aus der Bar Ich glaube, das war eine Katze Miss Seven Die kriegen wir auch noch Ja, 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 ja Ist gespeichert Wir kommen wieder So Wir sind der Sieger der Herzen Es gab auch ein Ganz Klein bisschen Geld So Gibt's ja auch noch ein Rennen Nummer drei Ne Gut Wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen schneller machen Bei der Mama-Go-Werkstatt Wer weiß, ob es da irgendwie was für uns gibt Zwar jetzt noch nicht Sondern erst, wenn wir richtig Knete haben Wir sind bereit für den dritten Durchgang Glaube, die Strecke ist direkt hinterm Leuchtturm Oh, ach, da ist noch eine Ah, ist ja interessant Strecke hinterm Leuchtturm Muss jetzt nicht sein Wir machen mal eben in der Story ein bisschen weiter Rennen, Rennen, Rennen Schwarze Insel Äh Hm Ich glaube, hier vorne links Ne? Oder? Wo zur Hölle bin ich? Ja, dann geht's zur Basis Ich glaube, das ist das Schlachthausrennen Wenn ich... Ja Oh, vielleicht machen wir das doch noch, oder? Ne Jetzt nicht So, Mama-Go Fabrik Fotografiere die Aktivitäten der Alpha-Abteilung Bei der Nutri-Pillen-Fabrik Okay Ach, shit Jetzt habe ich hier die Reparatur Ähm Dinger Ausgepackt Das war ja gar nicht so gewollt Wer ist er denn? Ne Ähm So, hier könnt ihr übrigens sehen Hier sind die Dinger, wo man speichern kann Hier sollen angeblich überall Perlen sein Und das ist sehr interessant, weil ich kann ja auch reinzoomen Und ich kann aber die Dinger nicht anwählen Ich kann nur ungefähr schätzen, wo Hm Und dann kann ich auch nicht sehen, ob ich die, glaube ich, schon hab Das weiß ich dann Erst wahrscheinlich, wenn die Kugeln dann hier weg sind Oder wenn ich davon eine aufgesammelt hab Ja, und Tiere Die kann ich hier auch sehen Ist auch ungewiss, ob das die sind, die ich schon hab Aber wir haben fünf Perlen, Freunde Und wir fahren jetzt mal eben zu der Mama-Go-Werkstatt Und gucken mal, was wir dafür Also, was wir so kriegen dafür So, was gibt's denn dafür, Feindes? Platt nicht, aber ein bisschen lahm Und auch sonst verbesserungswürdig Ja, ola Ein kurzes, äh Ein kurzes Speichern Wir fangen wieder von oben nach unten an So, ach, da ist schon was für fünf Und alles andere ist, glaube ich, teurer, ne? Hm 15 Perlen Sprungkit Ha, cool Flugstabilisator Oh, wir können auch fliegen Nice Gibt's hier was Neues? Ach, hier ist auch wieder so was zum Rappen Muss man eben hier interagieren Nee, Kebabs nicht Vielleicht sollte ich eins nehmen, weil Ich hab sie halt Ich hab sie halt verschwendet Oh, hier gibt's Boostkapsel Ja, 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 ja Ne, so oft rammen wir gar nichts Das brauchen wir nicht Zurück Wir nehmen hier das Neutralisierungskanone, was auch immer das Ding kann Es sieht cool aus Was ist es? Was kann man tun? Bis zu drei Ziele einloggen gedrückt halten Taste loslassen, um zu feuern Was auch immer wir damit neutralisieren Ich hoffe, es ist ganz schnell weg vom Fenster Gut, dann Irgendwas Neues? Nein Adieu, Freunde Ich hoffe, ihr habt sie schon eingebaut Tschaui Tschaui So Huch, oh nein Aber ohne Witz, ne Jedes Mal, wenn ich aus der Mamago-Werkstatt rausfahre Ist das nicht irgendwie verdächtig? Was ist das hier für ein Kriegsschiff? Oh Sorry Was muss ich aber denn hier jetzt machen? Hier qualmt doch was Aber wir versuchen einfach, uns in Sicherheit zu bringen Wir fahren mal hier durch Halte gedrückt, um Ziel zu erfassen Und jetzt? Na? Ey, lass mich los Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz Okay, an dir werden wir unsere neue Kanone auf jeden Fall testen, du blutes Ding So Ja, zielen kann sie gar nicht Nein, nein, nein Lass mich los Ich brauche mehr Abstand Boah, ich habe gerade einen richtigen Knoten in den Fingern Das muss doch hier machbar sein Ah, jetzt sehe ich auch was Prima Also, die waren jetzt ja gerade rot, ne Das hat irgendwie ein Schild ausgereicht Das Ding ist auf jeden Fall weg Cool Schießen wir uns also den Weg frei Gefällt mir, gefällt mir Eine weitere Schiffladung verloren So, eine weitere Schiffladung Die wir uns mal eben einverleiben Ein bisschen rumballern Ich muss ein bisschen Frust abbauen Weil wir gerade fünf verdammte Perlen ausgegeben haben Aber ich glaube, es hat uns schon weitergebracht Wir konnten auf jeden Fall diese Dinger hier killen Und wir müssen ja in die Fabrik Gewick So Dankeschön, Dankeschön Eine ist noch da Gut Dann mal los Ein bisschen Speed Und Fabrik war wo? Oh, wir fahren genau drauf zu Glaub ich Ja, wir fahren drauf zu Passt Ab dafür Ja, was soll ich sagen Wir kommen nicht in Frieden Tschüss So geht das nämlich Fabrik Wo bist du? Ich glaube, ich muss hier ums Eck Wenn ich mich Ah ja, da Da steht es schon drauf Gut, da müssen wir hin Ich glaube, wir fahren hier den Bogen am besten Ach, da sehe ich ihn schon Da ist der Nächste Sogar diesen Weg haben sie gesperrt Normalerweise kam man von hier direkt zur Fabrik Ja, aber er ist jetzt frei Jetzt können wir reinfahren Neutralisation sei Dank Ja Muckelig Ne? Und kuschelig Hier drinnen Auf jeden Fall alles sehr klein Andocken Direkt hier hochhüpfen Zack War davon schon ein Foto Von diesem komischen Ja Anscheinend schon So Fräulein Dann Zeig mal, was du so drauf hast Und deine Kryptofreunde auch An Gouverneurin schicken Weil das ging Ja Ja, das ist der Code Den wir vor ein paar Tagen Entziffert haben Ich schicke ihn euch Na, so ein Glück Bist du schon da, Shawnee? Vergiss nicht, dass die Gouverneurin dir helfen kann Wenn du Probleme hast mit einem Code Durch eine Militärtür zu kommen Schick ihr einfach ein Foto Von dem verschlüsselten Signal Ja Haben wir schon gecheckt Ich erinnere mich Da war ja was Gut, dann lass mich mal rein Achso, der Code Wenn er ihn nicht geändert hat Lautet er immer noch Viel Glück Hm R9J7 Dann sag ich es halt R9J7 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 R R9 J 7 Korrekt Alles klar Gut, dann Paige Geht's los? Ja Aufzugraum Ach, das sieht ja spooky aus Ach, hier ist ein Gitter Prima Wir können direkt hier unser Multitool einsetzen Na gut Hauet weg Dat olle Draht je flecht Mhm, mhm Nix wie rein Na, ob das so einfach wird Johnny Ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert Und auf deiner Karte verzeichnet Schick uns die Fotos Mhm Sekunde Mal eben kurz hier reingucken Bericht Die Karte ist noch verdeckt Können wir nix machen Müssen wir uns hier wieder eine abfotografieren Vielleicht haben wir Glück Und das ist hier alles wieder sehr besucherfreundlich gelöst Abwarten Oh, hallo Kleiner Freund Ratus Gigantus So dick sah die gar nicht aus Klasse Ich fahre ein Backup Whatever Der Film ist noch nicht voll Da fehlt auch noch ein bisschen was Ein Foto Ja So, der Boden gefällt mir außerordentlich gut Den hätte ich gerne in der Küche Sieht hübsch aus Treten Ah Oh Ja, das müssen Jetzt weiß ich, was es dafür gibt Die hauen wir jetzt weg Wenn wir die sehen Okay Was ist das denn hier für ein Raum Ah Hier gibt es dann Knackiges Schwein Nach Stromschlag Und hier kommen wir auch nicht rein Können wir denn da irgendwie Vorwärtsrolle Oh, äh Ich hab doch gedrückt, Leute So Ja Der Movement-Krüppel ist wieder unterwegs Oh, wir können in die Hocke gehen Das war mir neu bisher Zu wissen Ups Zack So geht das also Halt durch, Jade Ich komme Schon alles gelaufen Schon da Was Was meinst du? Sieht nicht gut aus Aber dort Sind einige Kisten Wir müssen mehr herausfinden Schätze, das wird ein höllischer Bericht Ja Aber vergiss nicht, Jade Spiel bloß nicht den Helden Schieß auf alles, was dir komisch vorkommt Und dann nix wie raus hier Mhm Das haben wir vor Das soll hier ein kurzer Besuch sein Achso, wir sind jetzt auf der anderen Seite quasi Und das hier sieht aus wie Schien Oder wie so eine Regenrinne Eine Also so ein Ablauf-Ding Na, vielleicht können wir hier die Kiste reindonnern Gucken wir mal, wa? So Hast du Hilfe? Ja, ich brauch Hilfe Dann mal los Ja, vielen Dank Dann schieben wir die doch mal dazwischen Ne, da ist nie Dazwischen So Wie er immer getriggert wird von dieser Bewegung Wegen dir werde ich noch meine schönen Jetboots ganz abnutzen, Jade Der letzte Schrei im Personennahverkehr Ja, aber das ist längst nicht alles Ha, so viel zu ihrem tollen Sicherheitssystem Okay, das haben wir geschafft Das war anscheinend richtig Zack, zack Ein Reaper Sie hätten uns einen Reaper auf den Hals Und es sieht aus, als wäre er auf der Jagd Er muss auf die Ohre aufpassen Es wird so riskant, Jade Wir werden zu Hause im Leuchtturm gebraucht Drehen wir um, solange wir noch können Hallo Wenn das Iris-Netzwerk die Wahrheit sagt Dann werden wir hier am dringendsten gebraucht Du weißt doch Paige, don't fear the Reaper Ne So, was ist das hier für ein Für ein Gehackstückel Kann man das irgendwie reparieren? Na gut Ich werde zum Affen-Onkel Nichts Persönliches, Jade Hier werden sogar die Aufzüge misshandelt Halt durch, alter Junge Onkel Paige wird's richten Kannst du ihn reparieren? Ich probier's Aber bitte erwarte kein Wunder Wenn ich mir das Kabel ansehe, hat er einen Schlag gegeben Er braucht einen neuen Schrittmacher Und dein Job ist es, einen Organspender zu finden Eine Sicherung Und wo, bitteschön, soll ich hier eine Sicherung finden? Er braucht eine Er ist in sehr schlechtem Zustand Mit dem Kolben Hab getan, was ich konnte Ich hab das Ding einfach wieder reingesteckt Gut, dann müssen wir jetzt theoretisch eigentlich nur Hier ist doch Strom Äh Drücken Kein Problem Kein Saft drauf, Jade Achso, ja Ja, ja, ja Hab verstanden Ja Ich glaub, das können wir noch nicht lösen Das Problem Eventuell dauert das noch Aber hier ist doch eindeutig Saft auf dem Schalter Gehen wir doch zuerst ins Labor Westflügel Ähm, da war jetzt aber keine Karte, oder? War da eine Karte? Nee Okay Moment Aufzug Aufzug reparieren Sicherung finden Strom wieder einschalten Aha, aha Okay Lastenaufzug direkt voraus, Jade Ah, hier ist so ein Teil Wir erkunden einfach erstmal Äh, oh ja Huh, aha Huh, ha, ha Huh, huh Testen wir doch direkt mal, was wir so drauf haben Mit diesen neuen neuen Kugelschleuder Dings da Booms Okay Man braucht immer so viel Zeit irgendwie, ne Wenn man seine Attacke laden will Äh Äh Okay, ich muss die normale herkömmliche Art nehmen Weil ich sonst zu viele Herzchen verliere Nein, das geht mir nicht gut Die sind irgendwie unkaputtbar, die blöden Dinger Oh, pardon Ich war so im Flow Noch mehr? Ich sehe nichts mehr Ach, gut Nein, nein, nichts zu danken Dein strahlendes Lächeln ist mir genug Ja, ich gebe dir gleich strahlendes Lächeln So, jetzt müssen wir, also 10 haben wir ja noch von den Dingern Blöpp, blöpp Gehen wir erstmal hier gucken, was hier so lauert Was ist das? Drücken Sieht aus wie eine Kühlkammer Oh, gruselig Und auch voll kalt Ich kriege direkt ne Gänsehaut Können wir da was knipsen? Hypothermischer Brutkasten Aluminium und Silikon Und irgendein Kristall Ach so Ja, lustig Den haben wir noch gar nicht fotografiert Okay, Bild gespeichert Okay, dieser Film ist voll Gut Ich überweise eine Perle, Jade Paige hat Knete gebracht Und ich werde den Film neu laden Danke sehr Mach das Hier ist aber auch sonst nix Vielleicht noch Ein paar andere Geschöpfe hier Ah, bereits fotografiert Ach, da ist die Riesenratte Lang lebe der Rattenkönig Okay Dann wieder hier raus Ist mir auch zu kalt hier drin Hm Wir fahren mal mit dem Aufzug Bin gespannt, was da kommt Ups, 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 ups Entschuldigung Verdrückt Na Kein Problem Drück den Knopf Jo So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Äh Vielleicht müssen wir hier auch mal ein paar Fotos schießen Äh Persönlich Wo willst du hin? Ich seh mich da drüben mal um Okay, okay Ich sitz wohl hier fest Zeit vorsichtig Mach dir keine Sorgen So, was ist das hier? Können wir dagegen treten? Oh Haha Aber man kann hier glaube ich gar nicht runterfallen Ah, ich will's nicht ausprobieren So, wo sind wir hier? Huch, was bist du denn? Au Na bitte hoffentlich kann dieses Teil nicht wieder so viel einstecken Wir schubsen dich jetzt einfach da rein Ja Das war sehr gut So sollte es auch sein Ähm Hallo Das sieht sehr gruselig aus Können wir davon ein Foto machen? Ja Ja, können wir Ah Das ist äh Für unsere Mission Anscheinend wichtig Bericht veröffentlichen Um die Gouverneurin zu überzeugen Den Code zu entschlüsseln Du hast es, Shawnee Das ist der erste Beweis Die Gouverneurin wird jetzt bereit sein Dir den Code zu schicken Welchen Code? Worum geht's hier? Das da? Ah, jetzt hatte ich's gerade An Gouverneurin Gut, mach das Mal kurz warten Ach, da ist es schon Das kann man auch zackig Das sollte funktionieren Aber Vorsicht W8 D6 Wieso Vorsicht? Alles, was mich hier erwartet Wird schon schief gehen Äh, bäh, bäh, bäh Hab ich doch schon Will den Code eingeben Benutzen So Was war's jetzt? W8 D6 Ach, wir probieren's einfach Und hoffen, dass mich mein Gedächtnis Nicht veräppelt W8 D D6 Und ich muss lachen, weil Wie konnte ich das so schnell vergessen? Oh, das ging Ja, prima Cool Äh Girodiskwerfer Zielmodus aktivieren Umschalten Also da, wo wir Fotos machen Dann die Maus Und schießen Ah, okay Ach, guck einen an Cool Haben wir also auch mal Ein Upgrade erfahren So, müssen wir's probieren Wir probieren's Tching, 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 tching Wir schmeißen CDs ins Abo Hat der ne Rüstung an? Oh Bist du okay? Sie 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 Haben mein Gehirn weich gekocht Ah Bist, bist du unser Kontakt? Bist du Double H? Nein Weiß nicht Sag dir das Iris Netzwerk irgendwas Hören Sie, Frau Silas Jade Jade Mein Name ist Jade Und ich hab nicht die leiseste Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen Dabei könnte ich behilflich sein Also bist du Double H Double H, Triple Z, wie Sie wollen Fragen Sie mich nicht Ich weiß nur noch 10 Minuten länger Und ich wäre Geschichte Ich verdanke Ihnen mein Leben Und deshalb können Sie auf mich zählen, Miss Cyrus Jade Es war ne Ritterrüstung Mein Name ist Jade Wieso nennt er sie Cyrus? Check ich grad nicht Aber okay Können wir durch? Action Nein Okay Vielleicht quaken wir kurz mit ihm Hallo Irgendeine Idee, wie wir hier rauskommen Tut mir leid, Miss Cyrus Ich bin nicht unbedingt in der Verfassung für gute Ideen Aber ich stehe zu Diensten Na dann Nett Vielleicht Klappt auch nicht Ja, was machen wir denn da nun? Ähm, vielleicht stell ich mich hier rein Kann ich gar nicht? Okay Vielleicht, ähm Ah Action Ups Hallo? Hallo? Ich kann aber auch nicht anders die Ach, ich kann Ah Oh nein, er hängt da unten Ach Oh nein, den sehen wir nicht nochmal So, wo sind wir denn jetzt? Ach, Gott sei Dank ist sie da selber hingesprungen Ja, zieh dich hoch Schätzelein Ah ja, okay Ah Ah, das ist gut Speichern Wo sind wir hier nur reingeraten? Überschreiben Okay Da geht's glaube ich lang Ja, hier geht's weiter Ah, wir sind wieder im Aufzugraum Ich glaube hier ist irgendwo Paige Ja, springen wir mal hier rüber Schock Was ist das denn für ein Glump? Halt durch, Jade 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 Hilt mir Äh, äh, ja Ich will mal das Teil hier ausprobieren Moment Das hat doch schon mal geklappt Dem einen ins Auge zu schießen Zu weit Zu weit Ist vielleicht nicht die beste Idee Huch Oh nein Was für abgedrehte Perspektiven Nein, er nutzt Paige als Schutzschild Wie frech ist denn das? Ist schon assi So Wir beschmeißen dich mit CDs, bis du blutest Ähm Das scheint nicht viel zu bringen Oder? Jetzt aber Haha Okay Mein Gott, er benutzt ihn wirklich als Schutzschild Das ist ein Skandal Man muss schweinen Aber irgendwie wehrt er sich auch nicht Also Paige ist anscheinend K.O. Uh, wir sind zu nah dran Na, ob das was bringt Auf kurz oder lang Oh Abfahrt Ja, jetzt ist gut Drauf, drauf, drauf Wisst Ach, jetzt schießt er wieder diese Dinger Na Uh Verdammt Ja Ja, warum nicht auch mal ein Foto zwischendurch aus Versehen machen Läuft Was haben wir denn hier überhaupt? Womit haben wir es zu tun? Dieses Monster ist seit tausenden von Jahren ausgestorben Ja Für mich sieht das Ganze sehr lebendig aus Danke So Auf die Füße Die Füße sehen so aus Als wäre das so der Geringste Ne Auf die Füße Und dann vielleicht umkippen Lassen So Könntest du bitte Hau ab Ja Das war ja schon nicht schlecht Die erwischen wir noch Jedenfalls glaube ich, dass ihm das ziemlich nervt wird Wenn wir ihn mit der Disc schießen Ich hoffe, das wird ein gutes Ende nehmen Jetzt aber Oh Oh Ja Es tut sich was Das fand er wirklich doof Äh Oh Hä Ja, dann Haben wir es auch so Danke, Jade Ohne dich wäre ich mit einem Apfel im Mund auf einem Silbertablett gelandet Ich glaube, so viel Zeit hätte er sich nicht gelassen Sei ruhig Du machst mir Hunger Ich bereue schon, dich gerettet zu haben Ja Energie So, ich genehmige mir auch ein Stück Tabulare Wir haben eine E-Mail von Double H bekommen Du hast ihn gefunden Bemerkenswert Er sagte, du sollst dir keine Sorgen machen Er findet den Weg allein Ja, cool Also so ganz dement ist er anscheinend nicht Hat noch geschafft, eine Mail zu schreiben Oh, was ist denn hier eigentlich los? Kann man da irgendwas knipsen? Und Beweisfotos machen Vielleicht Ja Jade Wir müssen einen Weg finden, an diese Perle da heranzukommen Das ist gerade belanglos Wir müssen Beweise suchen Diese Firma gehört definitiv eingestampft Und wir müssen mal eben hier speichern Sonst, äh Ich will diesen Kampf nicht nochmal bestreiten So Über die Bar Einmal über die Bar speichern Und hier waren wir auch noch nicht Da gehen wir auf jeden Fall als nächstes hin Und was mir auch noch einfällt Und das ist sehr wichtig Wäre, wir müssen vielleicht mal den Aufzug hier intakt Intakt bringen Okay, das war ziemlich gemein Ich hab die Ratte da runter geschnippt Bing Ah Paige Ich hab eine Energiequelle gefunden Ob die was taugt? Okay Ich weiß da nicht, was der TÜV dazu sagen würde Aber gleich wissen wir, ob es klappt Ich glaub, der TÜV findet das auch nicht so gut Alles, was hier offen irgendwo rum baumelt und Strom hat Na Ob das nochmal klappt? Sicherheitspanel Nichts besonderes Okay Dann, ja Wir nehmen den Weg hier Und gehen jetzt mal hier runter In den Elektrizitätsraum Ja Elektrikraum Hab ich doch richtig gesehen Und Wenn man hier nicht aufpasst Dann wird man auf jeden Fall gegrillt So wie es aussieht Und Hopp Dieses alte Schwein kann vielleicht nicht fliegen Aber es läuft immer noch wie ein Frischling So Ratten-Schnitzel Ja Ein lautloser Tod Mit dieser CD Oh, ein Plan Der Ventilator Er stellt den Kontakt her Wir müssen ihn in die richtige Richtung drehen Ich muss jetzt erstmal hier den Plan abfotografieren Analysieren Und Et voilà Gibt es hier mehrere Etagen Ah, okay Hier steht was Ich glaube, wir sind ganz nah Hier ist irgendwas los Oh, Snackautomat Geh mal her damit Das können wir gebrauchen Konto Identifizierung Okay Ein Starkkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her Ein Starkkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her Das ist mein schlimmster Albtraum Dass wir nicht nachleben können Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her Außerdem hat hier Geld eher weniger Bedeutung Ich fürchte, dass es wirklich nur für Essen da Achso, der Ventilator Der Die Ratte Alles eine Frage der Balance Außer Betrieb Nochmal Einmal rüber Wir wollen ja Da hinten soll er hin Dann schießen wir mal von hier Da so Ja Na, war das gut? Ich glaube ja Okay Wo sind wir jetzt? Im Verteilerraum oder so? Hey Jade Sicherungen Genau das, was wir für den Aufzug brauchen Dein Fachgebiet Tobt dich aus Für mich ist das hier alles Also vor Strom habe ich Krass Respekt Die Gefahr, die man nämlich nicht sehen kann Ist mir alles hier ein bisschen zu Wir brauchen ein Spezialschlüssel Ach, sie regt sich wieder auf Okay Ja, auf jeden Fall haben wir es hier mit sehr viel Volt und so weiter zu tun Und das ist mir alles ein bisschen zu risky Wer bist du? Ein Spezialschlüssel für Miss Jade Direkt voraus Ja, das musste ich dokumentieren Der Tag, an dem wir den Spezialschlüssel gefunden haben Schätze, das wird ein höllischer Bericht Ja, das haben wir schon Das haben wir auch schon Hatten wir doch schon Wie können wir das Ding denn hier aufnehmen? Hä? Das war doof Ähm Hallo, Spezialschlüssel Ah, gut Computer sagt nein Ups Können wir die auch Können wir die auch knipsen eigentlich? Kommen wir aus jetzt Oh, ja, das ist eine gute Idee Nicht gerade freundlich für einen Wächter Hat er dir wenigstens den Schlüssel da gelassen? Ja, das Ding leuchtet Liegt ja am Boden rum Bravo Achso, ja Können wir das Ding hier reinstecken? Hoffentlich Ich habe nichts gesagt Ihr habt nichts gesehen Okay, dann nehmen wir das doch für was anderes dann Huch Oh ne So, schön ins Stromkasten schmeißen Ey, das hat funktioniert Ich dreh ab So, ja, die explodieren Das ist echt auf jeden Fall richtig cool Wie, der hier hält schon was mehr aus? Ach, da war Der Weg nicht weit genug zur Wand Ja, ich darf den beim Explodieren auf jeden Fall nicht in die Quere kommen Ah, jetzt kann sie aber mal sterben Ja Okay Hm, gibt Schlimmeres, würde ich sagen Den haben wir mal im Anschlag Hier diesen Kababs oben links Weil, äh Die ganzen Starkus, die will ich gar nicht alle verballern Und ich fürchte Wir müssen gleich mal so einen Kababs-Beutel essen Oh, Gott sei Dank Ob wir das jetzt mal weiterreichen können? Hm, anscheinend nicht Sorry Sorry, ich habe es aus Versehen gegessen Hm Ja, nu Schlüssel Wir hatten doch hier was zu tun Äh Und jetzt Ach, der Strom war weg Okay Uh Hm Ich würde mal sagen Zurück zum Aufzug Oder? Mal kurz speichern Nehmen wir mal den leeren So Okay Die Frage ist nun Die Frage ist nun Wir brauchen ja eine alternative Energiequelle Für den Aufzug Könnten wir hier vielleicht Mit unserem neuen Schlüssel Irgendwas ausrichten Na gut Kein Saft drauf, Jade Hm, das geht also nicht Okay Hier gibt es auch nichts zum Betätigen Ich habe da Das Gefühl Wir müssen Eventuell In den Elektrikraum Und wenn ich mich nicht irre Müssen wir mit Vollspeed Gleich zurückrennen Und vielleicht In der Zeit Irgendwas machen Was man macht Wenn kein Strom da ist Oder? So der Verdacht Gucken, ob sich das jetzt bestätigt Ich hoffe nicht Was? Zweite Welle Oh, zweite Welle Ach, ja toll Mann, die gehen aber heute auch nicht kaputt Einer qualmt aber glaube ich schon Auf geht Ich frage mich aber wirklich Warum Zur Hölle sind die jetzt gerade wieder Gehüßt So, jetzt verschwinde doch mal hier Ich habe zu tun, Freunde Ich habe richtig zu tun Das wird gerade richtig spannend Und wir sind hier auch hoffentlich Dem Bösen auf der Spur Und ihr nehmt Die Werte Tschüss So, jetzt haben wir die auch weghauen Jetzt probieren wir es nochmal Ich glaube ich muss Mal ein paar Kababs essen Ja, das macht einmal alles voll Das ist sehr angenehm So, Schlüssel Rinn, 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 rinn Okay, das schafft man nicht Das schafft man einfach nicht Ich wüsste jetzt nicht Was ich irgendwie in der Zeit schaffen könnte Wenn wir Vollgas geben Kommen wir bis hier Ja, mal eben grübeln Ist hier irgendwas an der Decke irgendwo? Weil den haben wir ja auch schon mal verschoben Den Propeller Achso, ich bin doof Nochmal Ja Ja Okay 64 Ampere Sicherung Helianische Norm Die Frage ist, ob wir die auch brauchen Wir nehmen die einfach auch mit Na Nein Warte, eh für Action, ne? Ja Das war aber knapp Jetzt haben wir zwei Stück Was macht man damit Schönes? Gut Dann nichts wie weg hier aus diesem Raum Und Dann werden wir jetzt diesen Aufzug wieder in Gang bringen Und gucken, wo wir landen So, die Teile sind tot Das ist schon mal sehr schön Weil die waren entnervig Gut Nichts wie hoch und speichern Alternative Energiequelle hätten wir dann auch Da Ich hab's, Paige Ich konnte die Sicherung wieder einbauen Cool, läuft Zumindest für rauf und runter wird's reichen Oder hoffentlich nur einmal runter und dann wieder rauf Bisschen Angst hat man ja doch, wo man da landet Ab ins Ungewisse Jetzt holen wir uns erstmal die Kugel Weil die fehlt ja noch Das haben wir ja prima hingekriegt, Partner Freu dich nicht so früh, Jade Die dicke Frau hat noch nicht gesungen Dicke Frau Oberer Halle Achso, ich dachte, wir fahren runter und holen uns die Kugel Aber gut Das sieht nicht sehr gut aus Übrigens, Jade Hier Die ist letztens für dich gekommen Du schaust sie dir besser mal an Warum hast du sie mir nicht eher gegeben? Vielleicht ein neuer Auftrag? Hm Ja, möglich Entschuldigung Aber es war hier immer so viel los Reden? Ich habe Neuigkeiten von Double H Der Iris-Kontaktmann, er ist noch am Leben Ich denke schon, ja Ich werde es dir erzählen Achso Und sie erzählte es ihm Und ja Wir hätten gerade den Decoder gebrauchen können Ich glaube nicht, dass dieser blöde Aufzug uns noch mal runterbringt Ich habe ehrlich gesagt jetzt die Kugel vergessen Das ist nicht gut Ich hoffe, wir kommen noch mal zurück Oh je So Zwei, äh, Personenschalter Ne? Na gut Hau drauf Ja Oh nein Und mein Psycho-Karma Hat gerade Alarm geschlagen Die Dinger sind wenigstens mal ein bisschen Oh nein Ich wollte gerade sagen Die Dinger kriegt man aber ein bisschen besser platt Ja, aber wer hätte gedacht, dass sie sich verdoppeln Okay Aha Nicht schlecht, Süße Ohne dich wäre ich jetzt Räucherspeck Hm Wo kommen wir denn jetzt hier weiter? Fragezeichen Vielleicht, äh Durch diese Tür Können wir uns dagegen lehnen Müssen wir irgendwas anschnipsen? Nein Ah, vielleicht doch Level 2 Gitter Level 2 Gitter Ist doch kein Hindernis für uns Und unserem absolut guten Tritt Damit haben wir noch bisher noch jedes Ich muss mal irgendwie mich hier durchtreten Röntgenverifizierung Na klar Wo auch sonst Wir brauchen mal ein paar Beweisbilder Militärgeheimnis Das sieht gut aus Das fotografiert wir Schlechte Bildaufnahme Fest Ich hab mein Bestes getan Für die Zeitung wird's reichen Na komm schon Mach das Kein Platz mehr im Album Ah Ne Publizieren Menschenhandel Ach, jetzt seh ich was das ist Krass Wow, okay Das ist echt übel Ist da so ein Skelett Habt ihr gesehen? Ich hoffe doch War nur kurz zu sehen Aber ich kann die Kamera Leider auch nicht konstant Auf diesen Winkel halten Also auf die Ne Auf die Kiste Aber jetzt sind wir schon Im nächsten Raum Dummdi 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 dumm Wir schleichen uns hier ganz Verlade Was? Verlade Bocke Block Aktion Ist ja doof Ich will nicht in diesem Ich hab Beklemmungen in so Schächten Dann zurück Röntgenverifizierung Vielleicht muss Paige dabei sein Oder wir können Ach, ach Ja Wir können hier runter Können wir das auftreten? Nein, nein, nein Nein, nein, nein Hier entlang Ach, das geht auch nicht Aber vielleicht können wir Durch den Spalt Fotografieren Ups Okay Karte bereits gespeichert Also keine neuen Infos Nichts Neues für uns Zoom, zoom, zoom Hier ist noch was los Müssen wir hier hin Okay Ich glaub wir müssen aber vorher Paige einsammeln Weil der könnte ja eventuell Diese Gitter da Zerhackstückeln Und uns damit den Weg Freimachen Hier kann man aber auch nicht Runterspringen Vielleicht aufs Förderband Paige? Paige? Ich komme! Obere Halle Ich bin jetzt Ich bin jetzt Mit der Höhren Ich bin jetzt Okay 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 Paige Oh nein. Und jetzt, die Tür ist nämlich zu. Das war's mit unserer Idee. Mit unserer Idee, Paige würde uns irgendwie... Moment, wo schieben wir das hin? Darüber natürlich, okay. Hier rüber. Mhm. So. Hopp. Mal kurz einen Überblick verschaffen. Ich glaube nicht, dass uns das Gitter hier, wer weiß, wie weiterhelfen wird. Ich könnte ja mal ein Foto machen, oder? Vielleicht. Hat für kein Platz im Album. Warte, da muss ich mir irgendwas tun. Moment. Foto, Foto, Foto. Foto, Foto, Foto. Foto. Das ist ja alles Bullshit. Bullshit. Wollte auch keiner sehen. Fanden alle doof. Hat keinem gefallen. Ist verwackelt. Okay. Auch schon wieder so ein Ding. Nein, Foto gelöscht. Gut, will anscheinend auch keiner sehen. Ich gebe es auf. Na? Ich sehe schon den Laser auf der anderen Seite. Jetzt muss ich auf jeden Fall mal eben ein bisschen rumgucken. Also. Das macht keinen Sinn, dass wir hier die Kiste hinstellen, weil hier sind wir auch über einen anderen Weg hochgehüpft. Entweder durch den Schlitz und wir quetschen uns da durch. Oder wir treten das Gitter da oben ein und dafür müssen wir die Kiste ein Stück weiter nach... ... ... ... ... ... ... Komm zurück. So. Ob das funktioniert, ist allerdings... ... ... ... So, springen. Vielleicht schaffen wir das? Natürlich nicht. Okay. Dann schieben wir das auf die andere Seite. Und wie gesagt, quetschen uns durch diesen kleinen Schlitz. Hopp, so ist der Plan. Oder neuer Plan Fotos machen Militär, Militär Gitter Gitter Wie kommen wir denn da jetzt rein? Persönliches Bild. Gut. Kommt das Gitter? Wo, ne? Wo geht es rein? Wo kommt es durch? Wir checken mal die Karte. Das muss doch hier angezeigt sein. So, Freunde, wir wollen da durch. Ja. Das ist unglaublich hilfreich. Sagt mir jetzt nichts. Vielleicht können wir das Ding abschießen. Ja. Ne? Zack, die Bohne. Mal einmal speichern. Oh, für Jade. Jetzt habe ich die Nachricht aus. Du hast die Großzügigkeit und den Mut deiner Eltern geerbt. Du weißt, ich denke oft an sie. Wir waren sehr gute Freunde. Oh. Da stand für Jade. Ich habe schnell drauf gedrückt. Aus Versehen. Das ist das, was Paige uns gerade gegeben hat, die CD, als wir im Aufzug waren. Hoffentlich sind das nicht seine letzten Worte. Vor 20 Jahren mussten wir uns trennen, da wir alle ernsthafte Probleme mit den Behörden hatten. Deine Eltern gaben dich in meine Obhut, um dein Leben zu retten. Wir kamen nach Hillis. Damals war es ein friedlicher Planet. Ich hoffte, dich hier sicher aufziehen zu können. Aber der Krieg holte uns ein. Jetzt musst du etwas erfahren. Wenn ich es hierher geschafft habe, dann nur wegen dem Beluga. den Raumschiff, das ich mit deinem Vater gebaut habe. Da liegen die Pläne. Es existiert noch. Aber ich habe es noch nicht ganz repariert. Du findest den Check-Up-Bericht auf meinem Schreibtisch. Das sieht aber schon sehr cool aus auf diesem Plan. Das oben rechts. Der Beluga ist bei uns zu Hause. Du musst einen Code in jede einzelne der Konsolen eingeben, um den Geheimraum zu öffnen. Mhm. Die Konsolen haben wir teilweise schon entdeckt. Ich kann auf dieser M-Disk nicht mehr darüber sagen. Aber ich hoffe, die Information wird dir helfen, wenn du den Beluga eines Tages brauchst. Egal, was passiert. Ich wünsche dir viel Glück, Jade. Onkel Paige. Wie süß dieses Foto ist. Weil es zeigt halt auch schon eine Konsole hinter dieser Wand. Das ist schon sehr cool gemacht. Kleiner Hinweis, so nach dem Motto. Noch deutlicher geht es ja kaum. Okay, Jade. Lass uns jetzt trotzdem mal speichern. Die Perle und die Strömung, die gucken wir uns auch noch an. So, schnell die aktuellsten News. Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Ach so, Operation Freiheit haben wir schon gesehen, ne? Die Alpha-Abteilung hat uns getäuscht. Seit Beginn des Krieges stehen sie unter der Kontrolle der Doms und nutzen das allgemeine Chaos, um unschuldige Leute zu entführen. Ich glaub, die kennen wir schon. Dank Double Age wissen wir jetzt, wohin die Opfer auf Hillis gebracht werden. Erstens, in die Nutri-Killen-Fabrik. Ach so, ja, genau. Fabrik. Zweitens, zu den alten Schlachthäusern in Shuttles. Mhm. Drittens, zum Mond in einem Frachtkreuzer. Wir müssen diesen Alptraum beenden. Jeder Beweis für die Verschwörung, den wir finden können, wird uns mehr Unterstützung in der Bevölkerung einbringen. Jo. Eine offene Rebellion würde uns ermöglichen, die Alpha-Abteilung zu stürzen und viele unschuldige Leben zu retten. Ja. Aber wir brauchen Fotobeweise, Fotos von Opfern, Fotos von der Alpha-Abteilung. Ohne Helme. Fotos von den Opfern, Fotos von der Alpha-Abteilung ohne ihre Helme. Damit man sieht, wer sie wirklich sind. Stimmt. Hier kommen sie ins Spiel, Jade. Sie übernehmen Double H's Mission. Hier ist sein letzter Bericht. Ja, das hatten wir auf jeden Fall schon mal gesehen. 19.23. Bla, 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 bla. Anscheinend haben sie... Das sind seine letzten Bilder. Double H, die Gouverneurin ist... Sie ist auf... Sorry, Leute, aber das habe ich ja im letzten Teil schon mal gezeigt. Ist uns bekannt. Ich hatte nur vergessen, wie unsere... wie unser Ziel, äh... Also, was unsere... Mein Gott, Wort, Findungsstörung. Was unser, äh... unser genauer Plan war. Ah, ein Gitter, durch das wir auch endlich mal durchkommen. Machen wir hier mal auf. Man weiß nie, wann man mal zurück muss. Was ist da hinten? Ah. Jo, dann mal reingekrabbelt, aber in den Frachtraum. Ah, gemütlich. Links, rechts? Die können wir nicht knipsen. Miss Iris. Wer spricht da? Was klang nach Double H? Oh, servus. Der Sektor ist voller Waren. Egal, was Sie tun, lassen Sie sich nicht erwischen. Wir treffen uns später wieder. Geht klar. Äh, hau bloß ab. Hier ist nur Platz für einen. Die haben mich nämlich schon mal gebissen. Da war ich nicht scharf drauf. Jetzt kann ich wieder Fotos machen. Prima. So, schnüffeln ist mein liebstes Hobby. Tabulade. Ja. Gut. Schön, dass er euch schon Bescheid gesagt hat. Sehr nett. Finde ich. Ist eine nette Aktion gewesen. Ähm, kriechen, kriechen, kriechen. Wie kriecht man? So. Mein Gott, ich hänge fest. So, wir brauchen Fotos von diesen Spacken. Militärgeheimnis, organische Materie. Wärmeemission. Könntest du bitte kurz deinen Helm mal lupfen? Das J in Jade steht für Gefahr. Ah, persönliche Fotos brauche ich von euch jetzt nicht. Das ist jetzt nichts, was ich mir öfter angucken würde. Treten. Ach, guck mal. Mist. Schon wieder persönlich. Jetzt wird's persönlich. Nee. 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 Du hast es gewagt. Komm her, jetzt gibt's Ratten-Ragout. Falscher Alarm! Kiek! Gibt's hier noch mehr von euch? Wir beenden das besser jetzt. Die haben auch alle noch Helme auf. Ist also vielleicht nichts Besonderes. Die Kameraführung ist bombastisch. Tut mir leid. Huh. Ja. Hallo, Freunde. Okay, die Perle habe ich übrigens... Das wurmt mich richtig mit der Perle. Dass ich die irgendwo verloren habe. Okay, da ist der Pfeil. Danke für den Pfeil. Dann schleichen wir uns hier entlang. Um Kamera zu steuern. Könnte also interessant sein, was man hier zu sehen kriegt. Ob wir hier auch reinfallen könnten? Nö, können wir nicht. Ich habe mit aller Macht den Knopf gedrückt, aber... Madame steht bombenfest wie angeklebt. Ich habe mit aller Macht den Knopf gedrückt. Ich habe mit aller Macht den Knopf gedrückt. So. Die Alpha-Abteilung. Ist auch schon wieder persönlich. Ich brauche hier kein Andenken. Können wir hier... Wo... Wo... Hier vielleicht... Militärgeheimnis. Noch mal schnell den Screen geknipst. Das war doch mal ein geiles Bild. Nein, kein Geschmack. Keinen Sinn für Kunst. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Gehen wir hier rein? Ja. Hier können wir wenigstens gerade stehen. Aber das scheint eher so ein Fluchtraum zu sein. Für den Fall, dass wir erwischt werden. Na, jetzt will er es aber doch... In Fokus nehmen. Berichtfoto bereits gemacht. Organische Materie. Schwachpunkt am Lufttank. Gut zu wissen, Freunde. Gut zu wissen. Na. Entweder ich muss es mit ihnen aufnehmen. Was gut sein kann. Hat er sich gerade am Popo gekratzt? Na, ob das so angenehm ist durch diese dicke Rüstung oder Hose oder was sie tragen? Ja, ich kann ja ganz offen ruhig durchlaufen. Juckt keinen. Hallo, ich habe ein paar Fragen. Servus. Na. Die sind so abgelenkt. Oh nein, oh nein. Jetzt hat er mich doch erwischt. Ich glaube, jetzt sind wir quasi entdeckt worden. Na, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich gegen die kämpfen kann. Schwachpunkt am Rücken. Also am Tank. Au. Ja, das war jetzt abzusehen. Macht gar nichts. Ich hatte eh noch einen anderen Plan. Also wie gesagt, schleichen. Ich will nicht gesehen werden diesmal. Das Sichtfeld von denen ist ja relativ eingeschränkt. Treten. Gott, wie blind kann man sein? Aber von mir aus gerne. Na, wo sind wir jetzt hier geschlichen? Ah, okay. War das auch richtig? Ja. Ich habe gerade nicht gecheckt, wo ich hin muss. Ja, Mensch. Dass wir uns hier so nahe kommen. Wie unangenehm. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder schleichen. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder schleichen. Das macht es alles ein bisschen leichter. Äh, ich nehme alles zurück. Okay, krass. So, schnell durchgeflitzt. Ganz unbemerkt. Hoffentlich hat keiner seine Runde ausgeweitet und... Wir schleichen uns einfach komplett durch die Firma, ha? Ich hoffe, ich musste kein Foto von irgendwem machen. Ab. Ich soll ab. Steht da? Ne. Da steht... OI! Und 35? Nehmen wir OI! Na, und hier habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen? Na, spring. Wo sind wir denn jetzt? Achso. Okay, das war Fake. Wir müssen hier lang. Hat uns nicht weitergebracht, der Gang. Oh, wisst ihr was? Das Spiel ist unspielbar, wenn man den Schatten ausstellt. Das war jetzt echt Glückssache. Kommt der hier rein? Kommt der nicht? Puh. Vielleicht ja doch. So. Der steht da nur. Jetzt geht er. Soll er kommen, ne? Soll er kommen. Okay. Also. Folgendes. Er wird wiederkommen. Und wir werden uns hinter ihm heften. Und dann, bevor er sich dreht, rechts abbiegen. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Also, wir haben keine andere Wahl. Ich will noch nicht feiern. Wir sind noch nicht durch. Aber ich. Huh. Bin schon wieder ein bisschen entspannter. Ja. Was soll ich da sagen? Oh, da hinten können wir speichern. Prima. Mamago-Werkstatt. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier am besten langlaufen. Und zwar. Gehen wir nochmal hier gucken. Ich befürchte aber. Achso. Wir könnten vielleicht wieder dahin schießen. Ich probiere es mal aus. Moment. Vielleicht so. Bisschen zur Seite. Äh. Noch ein Stück. Also theoretisch würde das passen. Aber. Computer sagt nein. Gut. Da müssen wir näher ran. Vielleicht kriege ich es von hier irgendwie. Kann ich mich hier so. Nein. Kann ich auch nicht. Hä? Ja. Ne? Gut. Dann. Hier waren wir noch nicht gucken. Doch. Von hier sind wir gekommen. Was erzähl ich denn da? Vielleicht können wir rüberspringen. Sieht ja so aus. Das ist ja gar nicht. Ist das tief? Oh. Da geht es runter. Ach. Hier sind Schalter. Ja. Moment mal. Dann schieße ich erstmal die hier ab. Warum bin ich denn da nicht gleich drauf gekommen? Ach. Das. Warte mal. Ja. Ich habe meinen Fehler erkannt und ich sehe ihn auch ein. Vielleicht sollte er aber. Gut. Jetzt geht es hier um die Wurst. Ich sehe schon. Das hat was mit Schnelligkeit zu tun. Mein größtes Fachgebiet. Ich sehe ihn nicht. So. Kollege. Push the button. Ja, Sir. Ne, nochmal. Jetzt geht es bei uns auch um Schnelligkeit. Alles eine Frage von... Miss Iris, wenn Sie einmal keine andere Wahl haben, können Sie sich hinter einer Wache anschleichen und die auf den Lufthang schlagen. Das ist Ihre Achillesferse. Wir treffen uns später wieder. Ich fürchte, ich werde mit dieser Information, also diese Information werde ich auf jeden Fall noch gebrauchen in Zukunft. Was passiert jetzt, wenn wir hier drauf drücken? Okay. Oh, negativ, Miss Jane. Ach, okay. Er bleibt jetzt da stehen. Für immer da abgestellt, um die Schalter zu drücken. Aktion. Kommen wir da hin? Also hier steht wieder 35, ne? Und ui, 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 ui. Aber wir sind ja nicht zurückgelaufen, sondern vorwärts. Aha, wer ist er denn? Hallo. Ja, ich habe hier was zu tun. Wie wäre es, wenn du dich kurz verkrümmelst? Ja, kratze ich ruhig am Rücken. Gut, dann springe ich hier halt rüber. Völlig unbemerkt. Lautlos. Und werde mich über deinem Kopf hinweg auf die andere Seite schleichen. So. Jetzt sag nicht, ich muss hier springen. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja hier ein Seil, ein Drahtseilakt. Hallo. Fuck. Ja. Ich würde sagen, das war eine ziemlich knappe Kiste. Warum hat das funktioniert? Die Dinger sind verhältnismäßig taub. Scheinen in ihrem Anzug nicht viel zu hören. Hier ist wieder so ein Versteckloch. Als wir wieder runterhüpfen müssen. Wie hat er mich denn jetzt gesehen? Nein. Ach, witzig. Oh, das sieht ja gruselig aus. Ja, schieß mal eine Runde. Zone gesäubert. Bedrohung neutralisiert. Wir sind aber noch da. Ich würde mal sagen, du bist gefeuert. Dein Job passt nicht gerade gut gemacht. Zone gesäubert. Ja, Mensch. Dafür, dass die so krass ausgerüstet sind. Also jetzt technisch. Das ist hier eine ganz schöne Versager-Truppe. Weißt du, ich renne hier durch. Kleines Mädchen mit so einem Stück Stock auf dem Rücken. Gegen so Anzug. Wackos. Die Frage ist jetzt allerdings natürlich, wie habe ich das ausgelöst? Wahrscheinlich hat er mich gesehen. Ah, okay. Er macht hier einen auf Rotation. Der Rotation-Boy. Müssen wir denn dann auch rechts abbiegen oder können wir geradeaus durchsprinten? Gut. Ähm, vermutlich müssen wir geradeaus. Und das bedeutet, wenn er jetzt nach links guckt, renne ich einfach durch. Das ist doch doof. Mensch. Ja, ja, Zone säubern. Ihr könnt mal ein bisschen Ratten bekämpfen. Anstatt mich hier jagen. Ihr habt eindeutig ein Ungeziefer-Problem und ich bin's nicht. So wie Jade guckt, weiß sie auch noch nicht so richtig, was abgeht. Was ist hier los? Okay, also rennen funktioniert nicht. Ziehen. Mädchen, zieh. Okay, und weil rennen nicht funktioniert, heißt das, wir müssen uns daran vorbeischleichen. Das bedeutet, dass wir natürlich mehr Zeit brauchen werden. Das heißt, ich werde schon damit beginnen, während er nach hinten guckt. Ne? Ach, da hinten ist noch einer. Dreht er sich auch? Der guckt geradeaus. Das heißt aber eigentlich, dass wir nach da einbiegen müssen, oder? Ja. Röntgenverifizierung, da waren wir ja nun auch schon. Ja, haben wir uns jetzt hier verlaufen? Haben wir uns vielleicht einfach falsch geschlichen? Erstmal hier, ups. Ja, wie zu weit. Ich würde schon sagen, dass das jetzt hier getroffen war. Gut, dann, ähm... An alle Wachen. Position halten und wachsam bleiben. Abfangen und zerstören. Abfangen und zerstören. Mhm. Okay, wo guckt er denn jetzt hin? Guckt er direkt in meine Richtung? Wie unangenehm. Dann werde ich auf so eine Kiste da warten und mich dann hinter der Kiste einfach mit umtreiben lassen, könnte man sagen. da, 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 da. Komm, komm, kleine Kiste. So. Ja. Jetzt fängt er hier an, mit Bomben zu werfen. Spack. Was, was, was? Ich muss da mal wohin. Wir müssen das hier eben resetten. Von vorn. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Ich hab da was eindringling. Eindringling. Was hat der denn für Sinne? Ach, der guckt. Ach so. Ich hab da was gesehen. Ich bin dabei immer noch da. So, der Kasten-Fuzzi. Auf geht's. Wir sind gar nicht da. Wie du siehst. Ach, wie schön. Hier ist der Schatten der Kiste. Wir bleiben im Schatten der Kiste. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, was wir tun. Sieht vernünftig aus. Von der Kamera her wird's gleich wieder besser, versprochen. Gerade für mich auch spannend. Und wir sind hier hoffentlich auch gleich durch. Jetzt wird's hier auch höher. Boah. Ich würde mal sagen, trau ich mich schon wieder hochzugucken? Noch nicht. Links oder rechts? Äh, links oder geradeaus? Äh, rechts oder? Mein Gott, ihr wisst, was ich sagen will. Mal kurz hier gucken, was hier abgeht. Wahrscheinlich ist das die Verschnaufecke. Ah, wir sind da im Schrank. Ja, Verschnaufecke. Oder? Was tummelt sich hier so? Rattenparty? Ja. Rattenparty. Nein, nein, jetzt geht doch nicht wieder hoch. Ah. Wollte doch da mal gucken gehen, im Schrank. Machen wir jetzt auch. So, kiek. Hallo, ich weiß, ich bin in euer Reich eingedrungen und dreht euch jetzt hier weg. Ist nicht die feine Art, aber ich muss mich hier erholen und hier stört. War gerade ziemlich nervenaufreibend. Und hier gibt's Starkos. Ja, prima. Cool. Benutzen. Konto, Identifizierung. Okay. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ja, ich nehme alles. Konto, Identifizierung. Okay. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. So, zurück. Prima. Kiek. Und was haben wir hier für ein Objekt? Drücken. Huch, war das jetzt ein Käfer? Hätte ich das knipsen müssen? Was ist das? Spuren von Blabera? Sehr... Ah, ich hab... Ich hab das Gefühl, wir waren nicht schnell genug. Äh... Ahaha. Blabera? Gregaria? Ich muss lachen, weil... Wie geil ist das bitte? An Forschungszentrum schicken. Genau. Noch einmal vielen Dank, Jade. Ja, hat mich ein Starko gekostet. Bitte sehr. Aber das war trotzdem cool. Die Idee war süß. Tschüss. Guten Hunger. Gut. Ähm... Das gibt's ja noch so zu entdecken in der Schnaufpausenecke. Könnte man sagen. Ah, hier kann man nicht springen. Ja, kann man. Geh dich hoch. Hier ist so ein Gulli. Sieht auch special aus. Kommt man da hoch? Ähm. Ähm. Hoch. Fotografiere. Manuelles Schloss. Eisen. Ähm. Hm. Gute Frage. Weil springen tut sie gerade nicht. Nur wieder doof. Ja. Nein. Das, äh... Nein. Lassen wir das. Gehen wir lieber wieder runter. Jetzt weiß ich wenigstens, dass man hier im Schrank mal eine Pause machen kann. Und sich verstecken kann vor der Schleicherei da draußen. Ist ja auch mal ganz nett. Und hier gibt's sogar Raumambiente. Ist das ein Bild? Wandleuchter? Achso. Ich dachte schon, hier hätte sich jemand die Mühe gemacht und für uns hier das Versteck dekoriert. So. Nutri-Pillen-Produktion. Haben wir jetzt eine Abkürzung genommen oder wo sind wir gelandet? Garnische Materie. Muss nur gleich wieder wissen, wo ich hin zurückrennen muss. Damit ich... Ich krieg schon Gänsehaut. Damit ich mich nicht verlaufe. Und gleich hier wieder... Ach. Wieso rennst du denn einfach zurück ohne meine Erlaubnis? Okay, die Musik. Das zeigt schon wieder, dass hier irgendwas rumläuft, oder? Trommelwirbel. Okay. Ich glaube, wir können mal kurz normal hier durchlaufen. Und ich versuche eben ein Foto von diesem Behälter hier zu machen. Garnische... Was habt ihr mal mit eurem persönlichen Foto? Ich finde, das ist eigentlich schon interessant. Nein, 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 da ist nichts. Nein, 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 nein. Wir drücken hier den Schalter. Lauf dem gleich sowas von in die Arme. Ah, ah. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. So, wir drücken hier den Schalter. Kommt das von links oder von rechts? Du wachst. Ah, okay. Ah, gut. Dann, äh... Rennen wir schnell da durch. Ah, die da, die da. Gut. Hm. Das sind auch komische Tiere, die wir noch nicht geknipst haben. Doch, haben wir schon. So, hier fallen diese Nutri-Pillen dann anscheinend runter. Ne? Interessant. Oh, ein Plan. Oh, Karte bereits gespeichert. Ja, was ist denn hier los? Nichts Neues? Okay, drücken wir hier drauf. Oh. Das ist auch wieder seltsam. Die nehmen wir mit. Dankeschön. Was steht da? Überwachungskamera. Sehr gut. Das ist was. Benutzen. Dann rüsten wir uns noch kurz aus. Oh, hübsche Schuhe. Moment. Pages Schuhe. Was haben sie bloß mit dir gemacht? Gut gemacht, Jade. Pages Jetboots erschienen sehr daran zu hängen. Er hat sie mir nie näher gezeigt. Das ist ja scary. Boah, das ist ja echt... Richtig, richtig gruselig. Also, wenn man mal so näher darüber nachdenkt, fragt man sich schon, ob der jetzt zu Pillen verarbeitet wurde oder was in den Kisten schlummert. Und wo er hin ist und wie wir ihn retten können und überhaupt, ne? Oh Gott. Nicht schockieren. Komm mit. Hab was mit euch vor. Hier sind sie. Ach, Leute. Ich wollte euch ein bisschen, äh, pullen. Ja, okay. Der hat schon verstanden, dass er sterben muss. Wo ist der andere? Hier. Wenn wir dich da rüberpugeln. Komm, beweg dich. Ja. Sehr schön. Wir sind hier voll laut. Kein Interessiert. Aber ich geh mal kurz hier gucken. Da, die da, die da. Computerraum. Ich hab mich voll verlaufen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Aber das da sieht gut aus. Als könne man speichern. Hier ist noch so ein Objekt mit CD. Die nehmen wir vorher auf jeden Fall auch. Die heißt Datenbank der Helianischen Armee. Das klingt vielversprechend. Und was ist das? Eine Saugglocke. Ähm, jetzt gehen wir den ganzen Krempel mal durch. Aber vorher machen wir ein kurzes Speicher-Gedöns. Und zwar auf Platz 1 Frachtraum. Ja. Und jetzt gucken wir uns mal hier die ganze Story an, ne? Zuerst mal die Überwachungskamera. Überwachungsbericht Westsektor Fabrik Kisteninhalt. Wie sie sehen. Sehen sie nichts? Vielleicht sollten wir es auch mal abspielen. Ja, das ist das, äh... Ersten. Okay. Da ist er. Bestätigt. Sprung, Anzug und Schuhe. Es ist alles im Spind. Okay, anscheinend sind die Menschen, die versandt werden, versendet werden, nackt. Er ist auf jeden Fall in einer dieser Kisten gelandet. Und jetzt gucken wir uns noch die Datenbank der Helianischen Armee an. Eigentum der Helianischen Armee Carlsen und Peters Handbuch V&A Verteidigung und Aufklärung Inventar 01 Helianische Armee Blablabla Haben wir gerade vorgelesen. So, geht los. Reguläre Armee Organische Rohstoffe Ausrüstung Laserresistente Panzerung Wickelhelm Hatte der, äh, Agent nicht auch so ein Ding an? Ja, ne? So, Alpha-Abteilung Eliteeinheit Ausrüstung Laserresistente Panzerung T-Hammer Autonome Atmung Schwachpunkt im Lufttank Hauptsache der Schwachpunkt steht auch da Wie nett Autonome Atmung heißt Man sieht die Dinger vielleicht auch im Weltraum Fragezeichen Elektrische Barriere 380 Volt Entfernbare selbstgetriebene Generatoren Um schmale Durchgänge zu blockieren Aha Zyklopeneinheit M39 Defensiv Laser Stärke 5 Also für Verteidigung und Aufklärung Anti Schock Panzerung Warnung Von elektrischen Feldern Fernhalten Klar Ist genau wie Also hat irgendwie so Ich weiß nicht Die Dinger würde ich doch allein nicht rumfahren lassen Wenn da so elektrische Dinger rumstehen Ach egal Transporteinheit XP24 Überwachung Transport Kleinere Objekte Leichte Panzerung Unverwundbar Wenn glühend Tod durch Gegen die Wand schmeißen Haben wir festgestellt Defensivminen Schutz Von Wasserzugängen Verteidigung und Aufklärung Ich glaube in den Genuss kamen wir noch nicht Überwachungsroboter Umgebungssicherheit Defensive Schüsse Zwillingsgasantrieb Whatever Achtung Schwachpunkt im Antriebstank Laserturm Defensive Laserstärke 5 Autofeuer Torpedowerfer Lenktorpedos Trägheitskoeffizient 9 Aha Mein Gott die sind ja ganz schön gut ausgestattet Druckbehälter Extrahelianische Konvois Transport aller Arten Lebende Organismen Im Stadium Lethargischer Kontrolle Okay wahrscheinlich Also in diesen Behältern Werden dann die Die Menschen transportiert Im Zustand der Lethargie Also vielleicht schlafend Fragezeichen M5 Lasertürme Eindringlinge entdecken und verfolgen Defensive Laser Stärke 5 Sweet Ja die Barrieren sind uns ja bekannt Deaktivierbar Im Alarmfall Nicht offensiv Und nicht ineffektiv Gegen militärische Panzerung Permanente Barriere Nicht offensiv Und ineffektiv Gegen militärische Panzerung Überwachungsmodul Schnelle Sicherung Einer Zone Aktivierung Mit Funkautorisierung Achso okay Rech Äh Aufklärungsdrohne Umgebungsüberwachung Funkverbindung Mit Torpedowerfern Ja Das war's jetzt aber auch Jetzt haben wir alles kennengelernt Wir sind quasi voll informiert Ich hab's eh gleich wieder vergessen So Die Produktion Produktion Ne War doch hier So Hier waren wir drin Und Da haben wir das Gedöns rausgefischt Und hier wollten wir noch reinlaufen Weil da hatten wir ja den anderen Äh Kleinen Aufklärer Roboter Reingeworfen Und der konnte ja nichts mit Äh Ne So Jetzt sind wir in der Sortierung Mal kurz bücken Es ist immer gut Gebückt zu laufen Und dabei Fotos zu schießen Kamera im Anschlag Denn das ist unser Job Achso Wir kommen von da Und da können wir auch hinlaufen Bäh Kamera nicht im Anschlag Voll Voll die Letzende Position So Die sind Permanent Die Barrieren Entweder wir springen Drüber und krabbeln Drunter Oder wir nehmen die Abkürzung Wir brauchen einen Spezialschlüssel Gut Dann Äh Doch lieber springen Und krabbeln Das erinnert mich an Mal wieder Doch daran Einen Happen zu essen Nicht wahr Wo man gerade so Schwungvoll In die Barriere Reihen Springt Könnte man sagen Ja Gut Äh Achso Ja genau Okay Krabbeln Was haben wir hier? Ich höre jemanden quaken Huch Da bin ich ja vorsichtig Druckbehälter Okay Bin ganz ohr Na wir sind hoffentlich nicht in Sektor 5 All eyes on Sektor 5 Ich hoffe wir sind Nicht da Okay Wahrscheinlich hat er Double H damit zu tun Mit dem möglichen Leck in Sektor 5 Ich hab's verstanden Ich muss zurück Gegen die Zeit Zack Okay Nimm mal Wiedersehen Verdammt Verdammt Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Zone gesäubert Okay Gut Dann nochmal Drei Drei Sekunden ungefähr Sechs Sekunden Okay Drei Sekunden gucken Sechs Sekunden weg gucken Ungefähr Knapp Ich dachte schon Der wirft irgendwas Als nächstes Das Loch Zwei Drei Ja Gut Ich hab Angst Ähm Gut jetzt äh Frag ich mich natürlich Ob der uns auch von oben sehen kann Jetzt so Weil ich nämlich Achso Ja guck mal Es stimmt wahrscheinlich gleich hinter uns Wir treten uns mal eben durch die Ratteneinheit hier Wo ab Ähm Was ist das hier Eine Kiste Die Frage die ich hab ist auch Also ich stehe jetzt mal auf Komme was wolle Ich frag mich ja Ob wir die Schuhe anziehen können Und das teste ich jetzt mal kurz Ist zwar dreist Weil das ja Pages Schuhe sind Pirodisk Whatever Was ist das SAK Ähm Kamera Perlen Nein Okay Verbindung nicht möglich Signal zu schwach Ich könnte mich zum Schiff verbinden Sehr witzig Wusste ich auch noch nicht Ja Die Jetschuhe können wir offenbar nicht anziehen Können wir hier irgendwie Ich weiß jetzt nicht was wir mit dem Fuzi da machen Ob wir den doch angreifen Oder ob wir uns hinter dem Heer schleichen Oder ob wir in diesen Strahl Da hinten reinrennen Ich würde schon sagen Dass wir da hinten reinrennen Okay Hier ist irgendeine Steuerungseinheit Oder Wollen wir wirklich da hoch Sieht ja schon irgendwie komisch aus Er darf uns nicht sehen Wir machen es einfach Und da ist auch schlicht Und der nächste Der nächste Wachfuzzi Jetzt sehe ich natürlich gar nichts Ich sehe hier überhaupt nichts Vielleicht so Oh hier sind da noch zwei Hm So Kurz nachdenken Kommt raus Die laufen wahrscheinlich um so ein Blöckchen Im Kreis rum Beiden kommen raus Dann biegt der vordere ab Und der andere auch Okay Dann machen wir mit Freunde Tanzen wir Ringel rein um die Kiste Bin ich dabei Gucken die auch hier hin? Nö Entweder wir gehen geradeaus Ich glaube geradeaus ist nur so ein Versteck Mhm Wohin? Wohin? Gut ist auf jeden Fall Ähm Dass das immer wieder Neu Ähm Immer wieder neu Äh Quasi Geladen wird Du hast immer wieder neu die Chance Äh Den Raum vernünftig zu verlassen Sozusagen Ne Die anderen folgen dir nicht durch die Räume Guck mal hier steht noch einer Sweet Entschuldigung Kameragefußel Ich hänge hier an so einer Ecke fest Die Kamera hat sich einfach selbstständig gemacht Okay Wie hat er das rausgefunden? Äh Und wo schießt der denn? Aber nicht So Mach das doch Bestätigt So Guck Er ist noch da hinten Wir sind schon lange lange weg Mist Ähm Ja Hi Wo müssen wir überhaupt hin? Ich weiß jetzt gar nicht wie wir hier gelandet sind Das war aber er hier Der die Zone jetzt gerade gesäubert hat Oder wie Ja Ja Jetzt verstehe ich langsam was hier abläuft Lass ruhig los Jade Wir gehen hier durch Nein Lass los Wir nehmen den 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 Nicht die Also nicht das letzte Loch Sondern das hier Sind dann nämlich Hinter ihm Aber Auch am anderen vorbei Ach nee Mir fällt gerade was anderes auf Da steht ja noch einer Wie viel gibt es denn von den Spacken? Dieser Raum ist Wirklich sehr gut überwacht Ähm Mal nachdenken Ding 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 Ach wir ziehen uns einfach mal hoch Schon tief gehen Bin ja anscheinend Absolut unsichtbar Wenn ich schleiche Ne Ähm So da hinten gab es jetzt aber auch keinen wirklichen Ausweg Moment Kiste Sag mir bitte nicht Wir müssen auf die Kiste springen Und dann irgendwie mit der Kiste zusammen rüber getragen werden Weil das Äh Ist glaube ich unmachbar Aber sonst wäre das Förderband ja hier nicht frei oder? Hm Geht das hier auf? Nein Scheiße Hey Unverschämt Oh Mal kurz abhauen Na die da die da Gott sei Dank Bestätigt Gut dass die auch nicht auf die Idee kommen Äh Hier mal einen Roboter oder so in den Gully zu werfen Also in diese Seitenwände Zone gesäubert Clever Ist so ein Ding Da könnten wir jetzt unsere Rattenfreunde durchschicken Wenn wir welche hätten Aber die haben wir alle weggetreten Dann könnten die für uns ein paar Knöpfe drücken Theoretisch könnten wir jahrelang in dieser Kanalisation leben Ratten trainieren Und dann Wären wir hier ganz easy rein und raus gekommen Aber nein So viel Zeit hatten wir leider nicht Ähm Okay Aber ich kann mir absolut beim besten Willen nicht vorstellen Dass ich auf so eine Kiste springen muss Wie suizidal ist denn das? Das ist doch völlig abgefahren Wir machen es trotzdem Oder müssen wir vielleicht doch da hinten irgendwo rein Oder kann man über diese Barriere Fragen über Fragen Kann man über diese blaue Barriere doch drüber springen Gut Der Plan sieht folgendermaßen aus Ich hangel mich zum zweiten Loch Schieße auf den Rücken des ersten Wachmanns Der zweite Eil zur Hilfe Während beide abgelenkt sind Werde ich auf einer dieser Kisten springen Und dann hoffen Dass ich von der Kiste weiter transportiert werde Mit diesem komischen Greifarm Drückt mir die Daumen Das ist wahrscheinlich die schwerste Mission meines Lebens Und vielleicht auch meine letzte Drama Vielleicht machen wir das auch so Wir schießen auf ihn Und der andere muss zur Hilfe eilen Das hat ja wieder gut funktioniert Ne So Das war ja alles geplant Das war ja quasi die Ablenkungsmission Äh Maßnahme Das wollte ich ja alles so machen Lolle Roll Ups Falsch Ja Geh ihm mal helfen Loll Die sind zu dritt Wie viel Wie viel Wachmänner braucht man Um einen Tankzug zu schrauben Offenbar drei Hallo Wuhu Ich hab's geschafft aus irgendeinem Grund Ich weiß nicht warum Ja Wir sind dann mal weg Tschö Gut Äh So Oh Gott Hier bücken Jetzt wird mir hier richtig Sportlicher Was sportliches abverlangt Ich muss erstmal speichern Ich hab ein Trauma Nach dem letzten Raum So Hier sind wir Wo sind wir denn? Genau Wo Eigentlich Was ist das hier für ein Bild? Kriegen die hier tatsächlich noch Wert auf Dekoration? Interessant So Wer I Das Gesicht ist ja richtig abgefahren Aber Aber wie gesagt Von dem braucht man ein Bild Ist das die Alpha Armee ohne Helm? Oh Gott Wen haben sie jetzt gecached? Okay Vielleicht haben sie den Double H Auch gecached Wäre möglich Hier ist irgendwas im Wasser Diepneu Was? Diepnestes Trilineatus Okay Ein lebender Diepneu Unfassbar Das Ding lebt Aber wer weiß Wie lange wir noch leben Hm Das ist jetzt hier Auch wieder so Okay Wir kommen auf jeden Fall Können wir hier drüber laufen? Fragezeichen War ja abgefahren Nein Wir können nicht mal springen Gut Ich hätte so gerne ein Foto Von diesem komischen Hiopai hier drin Der sieht richtig eklig Gruselig aus Das ist schon ziemlich cool Da können wir auf jeden Fall Nicht hin Aber da So Ob das wohl reicht An Iris schicken Man sieht nicht viel Bericht veröffentlichen Um die Gouverneurin Zu überzeugen Den Code zu entschlüsseln Gute Arbeit Shawnee Ich veröffentliche den Bericht Und leite ihn An die Gouverneurin weiter Ich bin sicher Dass sie dir wieder helfen wird Der Witz ist Man sieht ja nix Man sieht ja gar nix Von dem Gesicht Es war einfach Das bekackteste Bild Was wir hier gemacht haben Vielleicht kriege ich noch Ein besseres Für meine eigene Überzeugung Aber ich befürchte nein Ja jetzt haben wir hier Das Bild gesaved Noch mal ganz kurz Eben einmal Einen anderen Slot überschreiben Einfach weil Weil wir es können So und jetzt gehen wir Hier natürlich weiter Äh ne gehen wir nicht Achso Kiste Warte die fährt da Einfach durch Äh Auch nochmal so Ein Bärentopf Kababs Und hier machen wir mal Die Tabu Ne Die Wahrheit Über den schrecklichen Menschenhandel In der Nutri-Pillen-Fabrik Die Beweise In Ausgabe Nummer 513 Von Iris Äh 513 von Ja da haben wir mit Dazu beigetragen Dass diese Ausgabe Existiert Da gibt es dann Unsere Fotos Mädchen Jetzt spring doch Auf diese Kiste Was ist denn los Mit dir Wie machen wir das Warum hält die sich Da nicht fest Kommen wir da nicht hoch Ist das vielleicht Gar nicht hoch genug Ach guck mal Das ist oben begrenzt Okay verstehe Macht Sinn Aber achso Da oben ist Achso Ach Er leuchtet von oben Auf uns herab Ein Schalter Den wir abwerfen können Und ich hab es nicht gesehen Ich hab es mal wieder Nicht gesehen Ding So Jump and Run Fähigkeiten werden Wieder geprüft Freue ich mich Ganz besonders drauf Zack Sorry So Geh noch durch Schmuggeln Gibt es hier noch was Sieht gerade nicht so aus Gut dann Äh Ne Geh durch Ups Moment Da steht wieder einer Und läuft seinen Runden Was hatten wir denn Hier gerade bitte Für eine coole Sicht Von oben War wohl irgendwie Kaputt So Ob wir die Luke Da irgendwie Aufschrauben müssen Oder sowas Ich denke wir werden Auf ihn schießen Er hat auch niemanden Der seinen Tank Zudreht Das ist gut Das bedeutet Er ist ein Ein williges Kleines Opfer Ja Dann Verreckt dran So Dadi dadi da Wir müssen uns hier mal Ein bisschen umgucken Ach hier gab es aber auch nichts Also gehen wir einfach weiter Dadi dadi da So was haben wir hier Das hatten wir ne Ja Hatten wir schon Okay Jump and run Jump and run Woops Im Wechsel Ach das erinnert mich an Hug oder Harry Ähm Okay Haben wir das auch Wo was Der hat ja immer Verstecke Wo ist er Hör nix Seh nix Da hinten Ach hier Der sprechende Gully Haben Sie die Alphas gesehen Haben Sie die Alphas gesehen Ihre Gesichter Sie sind keine Menschen mehr Sie werden von den Doms kontrolliert Wir müssen die Bevölkerung darüber informieren Schnell Schicken Sie ein Foto an Iris Ich suche weiter nach einem Weg hinein Schon geschehen Junge Mann Wir haben das alles schon publiziert Aber ich will nochmal ein richtiges Bild So ein richtig gruseliges Bild Hübsch Sie sind keine Menschen mehr Ja Richtig abgefahren Da haben sie im Propaganda Video Auch noch den bestaussehendsten von denen dahingestellt Ohne Helm Und den Rest haben sie Wir finden uns sicher früher oder später wieder Ja ich dachte Man hätte sie bereits erwischt Dann sind wir jetzt beim Du oder beim Sie Verwirr mich auch Okay Dann schleichen wir uns hier durch Ähm Okay zwei Stück Der eine rechts Der andere links Beide drehen sich zur selben Zeit I hope Ja Okay Links Zwo, drei Weitermachen Jungs Ups Tauscht ihr die Seiten Lauft ihr random im Raum Nadie Was haben wir da noch Muss ich da hin Sieht interessant aus Ähm Gut Ja Ich glaube einer hat mich gesehen Falsche Allah Okay Äh Achso Das war so eine Art Versteck Wo wir hätten durchrennen können Und uns dann dahinter verstecken Wir laufen hier lang Und finden Den nächsten Raum Der läuft einfach achtlos durch die blauen Schranken Die tun dem gar nichts Aber wir werden regelmäßig gegrillt Interessant Wahrscheinlich liegt es an diesen Anzügen Okay Okay also Während er Da drunter durchläuft Äh Da Ne Wir können hier drunter Durchkriechen Warten wir darauf Dass er jetzt Sozusagen schon fast hinter uns ist Nämlich Jetzt Jetzt stehen wir auf Ich hoffe das war soweit okay Ja Scheint so Und hier Geht's Ich glaube ich übersehe ganz viel Aber man will eigentlich Das wäre gemein wenn die da so Sachen hinbauen Wie das müsste man noch einsammeln Um noch was zu haben oder sowas Das wäre fies Deswegen könnte ich mir vorstellen Dass es da wirklich nur darum geht Zu entkommen Und nicht irgendwas einzusammeln So und hier sind wieder zwei von den Spezies Oder Ähm Eins Einer läuft rum Der andere steht Und da hinten ist so ein Ding Und weil er hier steht Oh man ist ja stehen geblieben Muss schnell hier weg Muss ganz schnell hier weg So lass dir helfen Was ist das wozu Gut gemacht Okay wir haben diesen Schlüssel Wir müssen jetzt da hinlaufen Und auf den Schalter selbst drücken Wir können ihn nicht ab Wir können ihn nicht Abwerfen Muss wirklich hin Hindingsen Uh ha Okay Adieu boys Adieu Manett Sortierung Hier ist nix Kiste Okay hier müssen wir wieder hüpfen Können wir stehen Alles klar Mal hier um die Ecke lunzen Vielleicht ist doch was da Nutri-Pillen-Produktion Moment hier waren wir doch schon mal Hier waren wir schon mal Jetzt sehe ich gar nix mehr Lol So jetzt wieder zurück Sortierung Also wie gesagt Ich hoffe nicht Dass wir hier elendig Im Kreis rennen Aber jetzt haben wir ja Diesen Universal-Schlüssel Jetzt müssten wir doch Eigentlich weiterkommen Schon wieder die Röntgenverifizierung Aber diesmal vielleicht Eine andere Ecke Spiel speichern Der steht da aber ungünstig Macht aber nix Wir kommen an ihm vorbei Wir schleichen uns ganz leise Jetzt weiß ich auch das erste Mal Dass wir quasi In dem Terrain Wo wir fotografiert haben Sind wir jetzt unten An Gouverneurin schicken Gut Dann weiß ich Bescheid Bringt mir das denn was? Ich weiß ja jetzt gar nicht so genau Wofür ich das eigentlich gebraucht habe Wir lesen einfach mal die Nachricht Ich glaube wir haben es Versuchen Sie Verlade-Dock-Code Äh P6L5 P6L5 Okay Aber für das da Nein P6L5 P6L5 Okay jetzt weiß ich auch wieder wo wir sind Und Was mache ich hier eigentlich? Was mache ich eigentlich? Warum bin ich denn jetzt hier weggeschlichen? Das war richtig Meine Herren P 6 L P6L5 Da Okay Verstetigen Korrekt Komm mach dich klein Lauf So jetzt sind wir Jetzt sag ich Wir sind im Schrank Achso Verlade-Dock Weiß ich genau wo wir sind Ne Hier ist wieder so ein Ding Bestimmt kommen jetzt wieder Roboter aus der Luft raus Also von oben runter gefallen oder so Und wir Mal ganz kurz checken Was das hier ist Also ich glaube Das ist so Hier werden die Diese ganzen Gefangenen Reingeworfen Dann werden die Dekontaminiert Wahrscheinlich Weil hier gehen Schläuche rein Oder betäubt Oder ähnliches Und dann wisst ihr ja Dass die in diese Kisten gepackt werden Und dann werden die ins Raumschiff gebracht Und hier ist dann der Verlade-Dock Also die Verladerampe sozusagen Das heißt wir würden jetzt theoretisch entweder Was nicht funktioniert Weil wir nicht hier reinkommen Also hier können wir uns nicht festhalten Aber wir würden dann theoretisch den Weg nehmen Entweder dadurch Was gut ist Weil hier liegt noch so ein Subjekt Gab's hier einen Trick Weil den haben wir noch nicht rausgefunden Hieß es nicht Die Dinger wären instabil unten Und hätten so einen Schwachpunkt Hatten wir das nicht gelesen In dieser Datenbank Oder wir müssen das da anschießen Vielleicht Nein Gut dann springen wir hier in das Loch Aber das scheint nicht zu klappen Hm Vielleicht müssen wir irgendwie einen Trickern Ach guck mal Nein Oh 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 Wir sind aber keine Kleinigkeit. Er kann fliegen. What? Luken schließen. Reinen los. Okay, start. Ziel, das Schlachthaus. Oh, oh. Oh nein. Okay, ich brauche eine gute Idee. Ich brauche eine sehr gute Idee. Das war keine gute Idee. Die einzige Idee, die ich hätte, wäre... Die einzige Idee, die ich habe, ist, auf die Arme zu schießen. Dafür zu sorgen. Ach, guck mal, cool. Wir kriegen Hilfe. Die haben wir auch echt nötig. Ja, gute Frage. Super Aktion. Dann los. Ach, der kickt den Arm hoch. Okay, sehr schön. Können wir dann da reinspringen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das zu bedeuten hat. Okay, jetzt können wir da reinspringen von hinten. Muss es nur irgendwie schaffen. Oder von vorne? Oder von vorne? Vielleicht eher von vorne? Ah, ah, ah. Bessere Idee, bessere Idee. Viel bessere Idee. Wir schnipsen irgendwie die Kugel daraus. Weil es das möglich ist. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, so geht's. Jetzt habe ich es verstanden. Super Aktion. Okay. Okay. Nichts gebrochen. Ja, komm. Da liegt immer nur ein Treffer gelandet. Bin gespannt, wie viel das Ding verträgt. Ist aber tatsächlich wieder so ein Objekt, was man nur zu zweit besiegen kann. So, super Aktion. Uh, geschafft. Prima, super Landung. Paige. Sie haben Paige. Ohne sie wäre ich es gewesen, der eine Freifahrt in einem ihrer Luxusserbe gewonnen hätte. Und zwar ohne Rückfahrkarte. Ich finde dich, Paige. Egal wie. Halte durch. So, erst holen wir uns die Kugel. Nachdem wir die andere irgendwie haben aufgeben müssen vom Reaper. Also, ich habe sie nicht mehr wieder gesehen. Leider. Schade. Da kommen wir raus, Miss Jade. Moment. Kurzer Tabulare. Versuchter Terroranschlag in der städtischen Nutri-Pillen-Fabrik durch Terroristen vom Iris-Netzwerk. Dank der Alpha-Abteilung konnte die Produktionslinie gerettet werden. Einige der Terroristen wurden gefangen genommen. Das hilianische Wort, ne? Propaganda-Blatt. Ist natürlich wieder alles schön bereinigt worden und so weiter und so fort. So, können wir mal eben quaken. Wir haben was zu besprechen. Die Schlachthäuser werden vom Militär blockiert, oder? Bestätigt. Aber, ich glaube, es gibt einen Zugang von der Hovercraft-Strecke in der Nähe der Schlachthäuser. Die Strecke führt direkt unter der Mauer her, die die Schlachthäuser umgibt. Okay. Alles klar. Unter der Mauer, unter der Mauer, unter der Mauer. Hier ist noch ein Herz. Das können wir sehr gut gebrauchen, wie immer. Muy bien. Ist digitalisiert. Ja. Da hinten werden wir speichern. So, für heute habe ich definitiv genug vom Schleichen. Ich hoffe, das passiert erstmal nicht mehr. Ich mache jetzt eine kurze Spielpause. Also, ihr kriegt davon wahrscheinlich nichts mit. Aber ich werde mir jetzt sowas von lautstark einen Tee und einen Kaffee machen. Ich werde richtig die Treppe hochtrampeln. Und in die Küche gehen. So, ich hatte einen Tee. Es war hervorragend. Ich bin wieder fit. Und, ähm, jetzt werden wir uns hier durch diesen kleinen Raum quetschen. Achso, das ist ein Aufzug. Okay, dann werden wir uns hier durch den Aufzug, äh, zu zweit. Kommen Sie rein, junger Mann. Und dann fahren wir runter. Und hoch. Ab in den Westflügel. Bestimmt sind wir jetzt hier und kriegen doch noch unsere Perle. Vielleicht. Ich habe sie nicht vergessen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Der Ausgang ist nicht weit. Ja. Gut. Aber irgendwas kommt doch immer dazwischen. Jetzt ist er einfach... Sie müssen springen, Miss Jade. Okay. Wenn das jetzt geht. Geht. Hier entlang, Miss Jade. Ja. Jetzt checke ich auch gerade wieder, wo wir sind. Alles klar. Ja, ich glaube, wir kriegen doch, äh, wirklich noch die Perle. Ich dreh ab. Also ich freue mich jetzt noch nicht zu früh. Miss Jade! Da unten liegt eine verlorene Perle. Ah, Double H, was soll ich sagen? Mit ihnen arbeiten gefällt mir. Wir kriegen was hin. Kann ich springen? Nö. Super. Wie komme ich jetzt hier runter? Werden sie so freundlich und holen mir die Perle? Könnten sie eventuell reden? Äh, nee. Okay. So, wie kommen wir denn da hin, Freunde? Ach so. Ich glaube, ich bin doof. Eventuell kommen wir mit unserem kleinen Hovercraft da unten hin und können dann die Perle einsammeln. Was anderes würde mir jetzt auch nicht mehr einfallen. Wir sind fast da außen. Weil es ja Kanalisation und so, ne? Und wir sind ja gerade schon mal, als wir mit dem Hovercraft hier angekommen sind, im Kanal gewesen. Ist Paige ein Mitglied des Iris-Netzwerks? Könnte sein. Frag mich nicht. Ich weiß nur, wie viel er mir bedeutet hat. Sieht aus, als hättest du wieder all deine grauen Zellen beisammen. Wieder voll da? Genau, jetzt werdet ihr gleich verstehen, was ich sagen wollte. Und zwar... Die Perle. Die holen wir uns jetzt. Weil wir sind ja mit dem Hover... Hovercraft. Was hast du denn jetzt wieder getriggert? Warum ist denn jetzt hier die Kampfmusik? Aufzugraum. Ta-ta. Yippie, ja, jo. Jetzt holen wir uns hier... Haben wir uns die Dings gegriffen. Super. Die Mamago-Werkstatt akzeptiert das ja als Zahlungsmittel. Und jetzt haben wir vier Stück schon wieder gesammelt. Ist wahrscheinlich nicht so viel wie... Ja, wir haben einiges übersehen. Aber das kommt auch. Bestimmt. Und, ähm... Ja. Vier Stück. Auf jeden Fall haben wir jetzt die vom Reaper endlich auch. Gott sei Dank. Ich kann ruhig schlafen. So, den Reaper noch hier eben überfahren. Lol. Und dann... Nichts mehr drauf. Adieu. Von wo sind wir eigentlich gekommen? Von hier, oder nicht? Wir haben wahrscheinlich alle Schotten dicht gemacht. Bild mir ein, wir können gar nicht raus. Oh, der Mechanismus ist dort drüben. Ich sollte in der Lage sein, die sich freizuräumen. Oh, er wird hier angelutscht. Okay. Dann mal los. Perfekt. Wir müssen hier irgendwo eine Sicherung finden. Mit Sicherung kennen wir uns aus, ne? Jetzt so langsam, aber sicher. Machen wir eben noch hier den Automaten leer. Eine. Eine nehmen wir mit. Ansonsten brauchen wir, glaube ich, erstmal keine. Haben wir noch vielleicht welche... So, ne? Legen. Die hatten wir ja noch im Handgepäck. Es funktioniert. Double H. Miss Jade. Dieses Ding frisst mich von innen auf. Ich halte es nicht länger aus. Die... Die Jungs von Iris. Vielleicht können sie etwas tun, um mir zu helfen. Eine einzige Hoffnung. Bringen sie mich zurück zu Iris. Ich bitte sie. Ich... Ich kann nicht atmen, Miss Jade. Schalte auf Notschaltkreis um, aber... Oh Gott. Der wird nicht lange halten. Äh. Ja, dann mal los. Kommen sie mit, kommen sie mit, kommen sie mit. Ich kann nicht sehen. Laufen. Wo sind sie, Miss Jade? Uh, falsch. Ah, wir haben nicht viel Zeit. Los geht's. Nein, jetzt muss ich mal aufzugrauben. Jetzt, wenn es drauf ankommt, weißt du, verfahre ich mich. Das ist ja jetzt mal dasselbe. Das schaffen wir halt durch. Ich bin Rennen gefahren. Ich kriege das hin. Hillies. Aber wohin? Iris, Iris, Iris. Also ab in die... Passage. Oh, oh, oh. Hauptkanal. Was ist aus der Stadt wohl geworden? Hier brennt irgendwie alles? Oder? Fußgängerzone. Kompass. Basis. Brennen. Platzinsel, Fußgängerzone. Fußgängerzone, Fußgängerzone. Okay, hier lang. Sorry für die rabiate Fahrt. Schnell, 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 schnell. Wo sind Sie, Miss Jane? Ich versuche, den Weg zu finden. Gar nicht so einfach hier. Ah, mein Städtetrauma. Wohin? Ach, dahin. Hier lang. Na, haben wir noch im Gepäck? Ich glaube schon. Nino, May, schnell. Double H ist bei mir. Er braucht Hilfe. Double H meldet sich zum Dienst. Die Alpha-Abteilung hat Besitz von den... ... 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 Diensten. May, wir müssen ihm unsere letzte Dosis gegen den Schiff geben. Hub, Hub, kannst du mich hören? Sag etwas. Sein Puls wird schwächer. Bereite die Injektion vor. Sprich mit mir, ich bin's, May. Öffne die Injektion vor. Auflaufen. Mein Freund, die Austausch für deine Seele, Johnny. May, schnell. Wir verlieren ihn. Ich bin hier, Hub. Alles wird gut. Halt durch. Es ist fast vorbei. Hub ist gerettet. Dank dir, Jade. Ich hab nur... Er ist ein Kämpfer. Er kommt durch. In ein paar Wochen ist er wieder auf den Beinen. Freunde, ich glaube, Jade hat uns soeben eine erstaunliche Demonstration ihrer Courage gezeigt. Ottimo Lavoro, Piccola. Gut. Nun sehen Sie mal hier. Dorthin werden nicht nur die Opfer gebracht. Dort befindet sich auch ihr Onkel Jade. Die alten Schlachthäuser. Ihr nächster Bericht. Jade, dein letzter Bericht aus der Fabrik hatte eine enorme Wirkung auf die... Die Bevölkerung. Die Helianer haben uns spontan ihre Unterstützung gezeigt. Ui, Kugeln ohne Ende. Abgefahren. Jetzt reden wir erstmal kurz mit denen. Äh, sind schon viele Iris-Agenten von der Alpha-Abteilung gefangen worden? Wir sind so vorsichtig, wie es eben geht, aber sie sind überall. Wir haben seit Tagen nichts mehr von unserem Chef auf Helis gehört. Der Chef der Helis-Gruppe? Niemand von uns kennt seine wahre Identität. Okay. Wir können ihm nicht helfen. Wir wissen nicht einmal, wer er ist. Oh, das ist aber auch nicht so ganz cool, oder? Gut, also auch das Iris-Netzwerk wird anscheinend von jemandem angeführt, der immer noch ein dickes Fragezeichen im Gesicht hat. Hält die Alpha-Abteilung die Schlachthäuser besetzt? Davon können wir ausgehen. Dort scheinen alle Bewegungen zusammenzulaufen. Es wird sehr schwierig, dort hinein zu gelangen. Ach, das machen wir schon. Irgendwie machen wir das schon. Und du so? Wird er es schaffen? Das Schlimmste hat er überstanden, dank dir. Aber auch jetzt nur viel Ruhe. Habt ihr meine Fotos aus der Fabrik bekommen? Natürlich. Sie wurden bereits kopiert und bearbeitet. Mit Photoshop. Du hast unglaubliche Arbeit geleistet. Sei vorsichtig, Jade. Ja, danke. Und du so? Sind die Schlachthäuser militärisches Sperrgebiet? Ja, das kann. Das ganze Gebiet ist eingekreist. Man kommt nicht mal in die Nähe. Wenn ich du wäre, würde ich mir die Hovercraft-Rennen ansehen. Ich weiß, dass einer der Rennstrecken nah an der Mauer vorbeiführt, die die Schlachthäuser umgibt. Wenn das stimmt, könntest du die Rennstrecke verlassen und von dort aus in die Schlachthäuser gelangen. Ah, ja. Und qualifiziert haben wir uns ja auch schon. Das passt ja alles wunderbar. Keine Chance, aufs Meer zu kommen, dank ihres antidomzistischen Schutzwalls. Was? Keine Chance, aufs Meer zu kommen, dank ihres antidomzistischen Schutzwalls. Meine Fresse. Äh, du solltest mal sehen, was die Rhinos für dich tun können. Obwohl sie jetzt in der Illegalität arbeiten, verkaufen sie immer noch alte Sprungkits für Hovercrafts. Mhm. Bin noch nicht so ganz sicher, was das heißt für uns und für unser Hovercraft. Inwieweit wir das jetzt umbauen lassen müssen, oder ob wir doch das nehmen, von dem Jade, ähm, ja, nee, Paige gesprochen hat, auf der, ähm, auf der, auf der M-Disc, ne? Weil die haben ja so ein verstecktes Flugmobil quasi in unserem Zuhause. Also, ne? Irgendwie versteckt. Wir speichern wieder auf zwei Slots, natürlich. Okay. So, dann gucken wir uns mal um. Das kann ich gebrauchen, damit kann ich arbeiten, auf jeden Fall. Wow. Abgefahren. Eins. Cool. Neun Stück, super. Gucken wir doch mal, ob der mit uns reden kann außerdem. Hat er was zu sagen? Nein. Gerade nicht. Vielleicht hat noch der andere Fuzzi hier oben was zu sagen, der, äh, immer mit den Hütchen spielt. B, F, A, A, F, E. Einer für alle, alle für einen. Carlson und Peters, Seite 823. Ach, wie süß, okay. Du kommst wieder in Ordnung? Ich glaube schon. Das ist das zweite Mal, dass sie mein Leben gerettet haben, Miss Jade. Ich dachte, der Schlachthausbezirk wäre auch gesperrt, oder? Bestätigt. Ich habe gehört, dass es einen Geheimgang auf der Strecke von Rennen 3 in der Nähe der Schlachthäuser geben soll. Vielleicht ist der noch benutzbar. Ich fürchte, wir müssen uns überhaupt erstmal auf dieser Strecke umschauen. Nein. Kann ich spielen? Beenden. Ich will gerade nicht spielen. Also, wie gesagt, wir sehen uns um. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Redet er jetzt mit mir? Ne. Der redet immer noch denselben Quatsch, dass er uns umbringen will, oder so ähnlich. Sehr süß. Was ist das hier? Ach, hier ist nochmal so ein Terminal. Da fehlt der Code. Ja, gut. Und er so? Cool. Hi, Rob. Hast du dein Taxi verlassen? Ja, kannst du einen drauf lassen? Wir dürfen ja nicht mal mehr Hillis verlassen. Und dabei gibt es im Moment einige wirklich sehenswerte Wale im offenen Meer. Sicher in ihrer Schale? Ist die Perle ein Sklave der Strömung. Macht weiter so, Leute. Ich habe gerade drei neue Perlen für euch gesammelt. Cool. Das ist ja süß. Da bin ich aber froh. Jetzt können wir vielleicht doch noch hier rein. Wir haben ja jetzt den Universalschlüssel. Oh, gönnen wir uns die Abkürzung. Alpha-Abteilung. Hauptquartier. Headquarter. Whatever. So, was haben wir denn hier? Feines, hä? Was ist das denn hier für ein... Ah, cool. Die nehmen wir auch mit. Gerne, gerne. Wohin denn? Überhaupt. Ah, das ist genau mein Ding. Ja, aber man kommt halt nicht vorwärts. Ach doch. Blockiert, Miss Jade. Sieh an. Aber das müssen wir uns wohl merken, ne? Den... Den Weg. Vielleicht kombinierbar mit dieser anderen... Lichtschranken... Mit diesem Lichtschranken, äh... Also mit dem Ort, wo noch die andere Lichtschranke war. Und der war, wenn ich mich nicht irre, hier irgendwo. Genau. Genau. Nur wie? Ob wir da was abschießen können? Hier sehe ich keinen Schalter. Oder zumindest noch nicht. Wisst ihr was? Wir brauchen ja Kugeln. Und mir ist aufgefallen, dass in der Akuda-Bar haufenweise Tiere sitzen, die ich noch gar nicht fotografiert habe. Oh, wie süß. Shawnee plus Iris. Hast du von dem Menschenhandel durch die Alpha-Abteilung gehört? Hab's in... Wie sprechen wir denn denn? Hab's in Iris 513 gelesen. Und noch schlimmer ist, dass sie ihren Opfern alle Perlen abnehmen. Sie müssen sie irgendwo im Headquarter sammeln. Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Ja, ich weiß. Was du meinst. Aber das ist vorbei. Von jetzt an werden wir gegen die Strömung schwimmen. Oh. Viva la Revolution. So. Sie haben die militärische Präsenz verstärkt? Ist das ein Mann oder eine Frau? Ich glaube, eine Frau. Sie wollen die Meinungsfreiheit unterdrücken. Sicher in ihrer Schale? Ne? Parole? Du hast recht. Es ist Zeit, dass die Bewohner von Hillis aus ihren Schalen kommen. Ja. Ganz deiner Meinung? Gut. Wir knipsen uns mal eben in der Akuda-Bar die Finger wund. Dauert nur eine Minute. Fangen wir mal mit ihm hier an. Er ist, glaube ich, eine Kuh. So. Taurus-Sapiens. Übertragung empfangen. Ich speichere es sofort. Cool. Ja. Für 10 gab es, glaube ich, auch wieder was Cooles bei der Mamago-Werkstatt. So. Und du bist ja ein Hai. Karcharudon-Sapiens. Karcharudon-Sapiens. Die Auflistung wird langsam. Vielen Dank noch einmal. Ja. Okay. Das hier war sie. Also entweder ist sie ein Mensch. Homo-Sapiens, ja. Vielleicht die Bildaufteilung. Okay, den haben wir auch. Das ist jetzt auch ein bisschen merkwürdig, dass ich jetzt ins Iris-Netzwerk laufe, ins Hauptquartier. Und dann da Fotos mache. Also früher hätte das, glaube ich, nicht geklappt. Oder es wäre komisch gewesen. Das hier ist eine Ziege. Oder? Ja, haben wir schon. Und er hier ist ja ein Mensch. Homo-Sapiens, genau. So, aber die Katze, die fehlt. Da kommt jetzt bestimmt mal was mit Felino, Felino-Sapiens. Felis-Sapiens. Okay, abgelegt. Viel Glück mit dem Rest. Cool. Ja, dann hau doch mal raus. Was haben wir denn jetzt alles? Wie viel fehlt? Zwei Stück, dann ist der Film wieder voll. Prima. Dann gehen wir jetzt noch den, ähm, den, ähm, Homo. Homo. Gut. Ähm, gehen wir noch den Dings hier knüpfen. Den, ähm, von den Ming-Zu. Ming-Zu ist das ja? Das ist ein Walross. Ich denke, den haben wir auch noch nicht. Und was haben wir hier? Kommen wir hier rein? Frage ist auch, können wir hier uns anzeigen lassen? Ja, Rufus-Perle ist hier. So, Madame kennen wir doch. War sie denn ein Mensch? Ja. Sie ist ein Mensch. Wir gucken mal eben. Hi. Ja, wir müssen die Karte in den Decoder stecken. Konto-Identifizierung. Okay. Wir brauchen ganz dringend... Ähm... Starkus und vielleicht die Perle da noch. Sollten wir die kaufen. Oh, PB1. Wie viel Starkus hat die denn hier? Hm. Haben wir jetzt echt die Perle gekauft? Ich wollte... Ich hab das PB1 angeklickt, Leute. Ist das frech. Gute Arbeit. So, jetzt sind die auch mal wieder voll. Ich weiß, wir plündern hier gerade unser Guthaben, aber... Ach, guck mal. So, Walrus-Sapiens. Kein Problem. Damit hat sich das mit Ming-Zu auch erledigt. Und der Spezialschlüssel... Den können wir ja hier hinten jetzt auch mal anwenden. Weil den haben wir ja jetzt. Gucken wir doch mal, wo es hier lang geht. Ne, mach mich nicht fertig. Wir haben einen. Huch, ne. Ich wollte... ...den Spezialschlüssel anwenden. Genau den haben wir nicht. Ist ja witzlos. Verdammte Axt. Hier hinten gab's aber noch den anderen Raum. Da kommen wir auf jeden Fall rein. Habe ich gerade gesehen. Ups, hier ist gar kein Raum. Den meinte ich nicht. Sondern den da. So, mal gucken, wo wir hier dann jetzt auskommen. Schuppen. Tonnenweise Ratten. Ne? Und noch so ein Ding. Oh, da ist eine Perle drin. Wie wunderbar. Das war... Jetzt sag nicht... Ah, okay. Wisst ihr... Könnt ihr euch erinnern an den Ziegenbock, der seine Familie verloren hat? Der hat uns so einen kleinen Zettel in die Hand gedrückt und gesagt, er hätte irgendwie alles getan und seine Familie wurde ihm trotzdem weggenommen. Jetzt muss ich den Zettel nur finden. Moment. Ja, genau das Ding meine ich. Alpha-Abteilung, Zimmer 03, Ticket. Alpha-Abteilung, Ticket. S6V9. Vielleicht passt der ja hier. Korrekt. Da waren es schon elf. Ich weiß nicht, wie viel wir hier finden müssen. Also wie viel Perlen. Damit wir in der Story weiterkommen. Warum können wir auf Helis nicht mehr hin, wo wir wollen? Zum Schutz der Bürger Carlsen und Peters, Bann 5. Und klar. So, schnell noch bei Min Tzu vorbeigeschaut. Und sie ist ja, also er ist ja auch ein Walross. Haben wir also wahrscheinlich schon. Ja. Und das war ja... Ach, wir sind... Ach, das ist ja verrückt. Koi haben wir völlig übersehen. Koi... Also ich... Koi... Kui... Kuh-mon... Rieh. Kui-ku-mon-rieh. So. Großartiges Bild. Danke sehr. Danke sehr. Okay. Dieser Film ist voll. Gut. Ich überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu laden. So, immer noch die Frage. Wo sind all die Perlen, die hier hätten sein müssen? Hätte das wirklich sein müssen? Ja. Wo sind sie hin? So, und hier sind auch noch Perlen. Aber ziemlich teuer. Hauptsache, die Leute spenden die. Das ist echt der Hammer. Die Leute spenden die jetzt wahrscheinlich hier. Bringen die hier hin zu Ming-Tzu. Und Ming-Tzu verkauft sie. Für teuer Geld. Auch cool. So, erstmal hier die Karte und den Decoder stecken, Kollege. Vor allem für was für einen Preis. Ich hoffe wohl sehr für beide Perlen 4000. Ein paar Einheiten zu wenig. Hm. Schade, schade. Gut, dann gucken wir hier hinten noch nach. Ach ja. Mal gucken, ob es neue Zeitungen gibt, die wir noch nicht kennen. Cool, die letzte ist neu. Aber die kennen wir bestimmt auch schon. 513, ja. Aber jetzt können wir mal sehen, wie unsere Berichterstattung aussieht. Bin gespannt. Mal sehen, welchen reißerischen Artikel sie zu unseren Fotos geschrieben haben. Also das Iris-Netzwerk. Iris 513. Menschenhandel in der Nutri-Pillen-Fabrik. Reporter Double H und Shawnee. Okay. Okay. Die Alpha-Abteilung behauptet, die Shuttles zwischen der Fabrik und den Schlachthäusern würden der Versorgung der Soldaten dienen. Aber unsere Reporter haben diese Orte erfolgreich infiltriert. Die Fabrik ist nicht mehr als eine Tarnung für Menschenhandel. Hunderte von Opfern werden täglich unter Überwachung der Alphas dort hingebracht. Die Alpha-Abteilung selbst wird von den Doms kontrolliert. Die Alpha-Abteilung sind Verräter im Dienst der Doms. Okay, da war nur ein Foto von uns bei. Das andere haben sie irgendwie hübscher gemacht. Beziehungsweise so retuschiert, dass man auch das Teammitglied der Alpha-Abteilung ohne Helm richtig erkennen konnte. Und nicht das, was wir ihnen geschickt haben. Gut. Mal eben gucken, was er zu sagen hat. Nix. Ja, prima. Dann kriegen wir hier für 4K auf jeden Fall noch zwei Perlen dazu. Wissen wir Bescheid. Vielleicht war der Zeitungs-Abo-Verkäufer ja auch noch ein Tier. Jo, der war ein... Ach, das hatten wir auch noch nicht gesehen. Cool. Achillus Sapiens. Noch einmal vielen Dank, Jade. Und was sagst du? Warum hat die Armee der Alpha-Abteilung erlaubt, die Kontrolle zu übernehmen? Entschuldigung, Miss. Aber ich bin im Dienst. Kaufen Sie das hilianische Wort. Das haben wir schon. Da haben wir auch keine Antworten auf unsere Fragen erhalten. Gut. Genug umgeguckt. Jetzt sind wir auf jeden Fall irgendwie ein bisschen schlauer und ein bisschen reicher an Perlen. Wie gesagt, elf Stück. Wir hätten die eine gar nicht kaufen müssen. Wir haben es trotzdem getan, aus Versehen. Und dann fahren wir jetzt ganz gemütlich. Ach, wir lesen erst den Spam. Miss Jade, ein Fischer gab mir eine Perle, die er in einer Höhle fand. Ich biete sie zum Verkauf an. Interessiert? Kommen Sie vorbei. Mhm. Also er ist doch, äh... Das war doch keine Spende, verstehe. Das hätte ich auch sonst für sehr krass kackendreist gehalten. Ähm, erst mal keine Perle, danke. Ich glaube, wir sind gerade versorgt. Wir gehen mal gucken, was wir kriegen für den Vorrat an Perlen, den wir jetzt haben. Bei der Mama-Go-Werkstatt. Dafür fahren wir Richtung Basis. Ja, seid die einzigen Händler. Leute, klar kommen sie wieder. Hallo. Ob er diese Parole auch versteht? Ach so, nichts geht über Perlen. Ja, er versteht es nicht. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gefragt. Mir fällt hier auch wieder... Ist das nicht ein Walross... Äh, ein Nashorn? Habe ich das... Habe ich die schon fotografiert? Nein. Was war denn los mit mir? Renoceros Sapiens. So, und die sind ja, glaube ich, alle Familie. Wir müssten also eigentlich... Oh, jetzt haben wir den beworfen. Eigentlich alles, äh, ein Nashörner sein, oder? Ja. Ja, die haben wir also schon. Gerade nicht speichern, sondern erst gleich. Wir haben ja schon ziemlich viel hier leer gekauft. Oh, oh. Flugstabilisator und das Sprungkit. Sprungkit kostet 15. Sternantrieb. Wie soll man das denn bezahlen? Da bringt ja die beste Spende nix, ne? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen auf Fotojagd. Tja, Fotojagd. Definitiv. Und versuchen, diesen Perlenschatz ausfindig zu machen, von dem uns der Typ erzählt hat an der Bar. Tschüss. An der Bar im Lokal. Ist da noch? Da gab's ja angeblich... Gab es dort einen Schatz in irgendeinem Vulkan? Sind wir jetzt hier... Sind wir jetzt drauf auf der Insel oder nicht? Warum haben wir denn hier nicht angelegt? Ist ja irre. Na, dann fahren wir jetzt hier rein, ne? Durch den Sand. Ups. Plündererhöhle. Guck an, guck an. Ob wir hier was finden? Angeblich ist hier eine Perle irgendwo. Das gucken wir uns jetzt genauer an. Hm. Ach, wie nett. Die Wolken haben uns erstmal 100 abgezuckt. Na, können wir die abschießen? Na, kriegen wir die? Das war klar. Ach. Man kann nur durchfahren. Uh, er wird immer langsamer. Jetzt hat er uns... ...gleich abgehängt. Scheiße. Ich dürfe uns keinen Fehler mehr erlauben, sonst bin ich hin. Ja, ich hab grad, äh, dreimal verloren gegen diesen komischen Plünderer. Der war ja wohl abgefahren krass. Also ich hab noch nie einen Typen so fahren sehen. Unfassbar. Ohne Witz. Dagegen sind die Rennen hier ein feuchter Furz. Ehrlich. Ähm, ich hab das jetzt einfach mal frecherweise rausgeschnitten. Weil war ja nicht interessant, wenn ihr seht, wie ich die ganze Zeit aufs Maul krieg quasi. Egal, äh, wir konzentrieren uns jetzt wieder ein bisschen auf ein paar Fotos machen und auch auf die Story. Ich hab gesehen, 15 kostet, äh, das Sprungkit. Bei der Mama. Ja, wenn man nicht arm genug war, dann ist man's spätestens jetzt. Also, okay. Das war ja echt doof jetzt so. Oh, da hinten ist ein Wal. Ja, den haben wir noch nicht geknipst. Kommst du noch mal bitte raus? Oh, wie schön. Megaptera purpurria. Oh ja, das war gut. Juhu. Geld, Geld, Geld. Ich glaub, es ist wirklich so, wenn die Tiere geknipst wurden, dann werden sie uns nicht mehr angezeigt. Auf der schwarzen Insel ist, äh, angeblich auch noch was los. Ups. Uch, mein Gott, ich hab heute ein Fahrstil drauf. Tut mir sehr leid. Uch, er war schon oben. Ich hab mich mega erschreckt. Bist du schon mal hier, einmal hier gewesen? Nein, Miss Jade. Aber ich habe gehört, dass das Iris-Netzwerk hier ihre neuen Rekruten testet. Scheinbar ist der letzte Test ein Kampf gegen eine vulgäre Schnecke. Naja, nicht ganz. Naja, so eine Art, äh, Riesen-Äh, Drachen-See-Pferdchen. Ohne Pferdchen. Aber ein genauso bunt. Naja, es könnte doch eine Schnecke sein. Ohne Pferdchen. Ohne Pferdchen. Ohne Pferdchen. Hm. Okay. Was sagt die Sammel-Sensor-Technik? Äh, zwei auf Karte, null auf dieser Etage. Und es scheint auch relativ am Anfang zu sein. Es kommt uns gleich entgegen. Das war, muss ich ein bisschen aufpassen. Augen auf beim Eierkauf und so. Ach, hier ist jetzt... Ja. Hier ist ja jetzt die Treppe. Dann nehmen wir die. Nehmen wir die doch. Jetzt sag mir nicht, das ist hier so ein Special-Glühwürmchen, was wir nicht fotografiert haben. Was wir aber hätten fotografieren müssen. Eine besondere Sorte. Tatsache. Lampires Campestris. Hm. Die habe ich ganz am Anfang gejagt. Könnt ihr euch erinnern? Da war ich besessen von Glühwürmchen. Ja gut. Moment. Kurzes Update. Oh, oh. Ahne Böses. Erste Etage. Ach, guck mal. Was haben wir denn hier? Ah, erwischt. Ah, erwischt. Amobeda. Polypodia. Polypodia. Mein Güte. Amobeda Polypodia. Eine Polypodiamöba? Mein Kompliment. Ich hoffe, das war jetzt genug der wilden Jagd. Ja, das war das Teil, was wir brauchten. Gut, dann kann ich jetzt hier guten Gewissens rausgehen, weil jetzt haben wir hier definitiv alles geknipst, was es hier gibt. Es fehlen drei Perlen. Aber wir haben jetzt genug Geld. Vielleicht kann ich doch noch eben welche kaufen gehen. So, bin gespannt. Hallo. Ja, bin für die Perle hier, ne? Dachte, es gibt zwei. Zum Preis von einer. Das ist echt nur eine. Es ist nur eine. Ich dreh ab. Oh, ist das frech. So, wir haben ja jetzt 13. Ihr wisst, was das heißt. Wir werden zwei Rennen gewinnen. Und zwar werden wir zuerst das Rennen gewinnen, das uns beim letzten Mal Miss Seven versaut hat. Indem wir den ersten Platz beim zweiten Rennen machen, anstatt den zweiten Platz. Das ist ein unglaubliches Rennen. Blutgewalt. Spaß für die ganze Familie. Blutgewalt? Blutgewalt, aber Spaß für die ganze Familie. Läuft. Auf geht's. Na, warte. Ja, ja. Ja, ja. Drei, zwei, eins. Und los. Das Mandatenfunkbild. So, ich knall euch erstmal alle ab. Aus der Bahn. Und deswegen bin ich verdient auf Platz sieben, weil ich nämlich alle beschieße und das verdient habe, nicht an der Spitze zu stehen. Das ist schon echt assi. Mir kommt es auf Fahren an und nicht auf Schießen. So, weg da. Keine Zeit hier. Ich muss die blöde Perle gewinnen. Ihr seid mir im Weg. Echt assi und ich bin das auch gar nicht bei mir gewohnt, dass ich so rede, aber ich bin verzweifelt. Hier kann man nur mit Perlen bezahlen. Ich brauche sie. Ah, wir brauchen die Boost-Kapsel. Die habe ich ja ganz vergessen. Okay, Freunde. Ich sitze hier gleich ein bisschen holprig. Und ich werde jetzt gleich nach diesem Teil hier Boost-Kapsel zünden und mich nach vorne boosten. Aber lang hält die nicht, wa? Die 2 geht mir mächtig auf den Sack. Die Kurve war gut. Und das Ganze mit nur einer fucking, oh Gott sei Dank, mit nur einer fucking Boost-Kapsel. Perfekt. Kugel, her an die Sonne. Ein Lichtblick, so jetzt ab ins Schlachthaus. Ich will jetzt diese andere Kugel haben. Damit wir uns endlich dieses blöde Sprung, wofür auch immer, wir dieses Sprung-Kit brauchen. M-M-M-M-Ausgang. Ja, ich schraube erstmal voll an der Wand vorbei. Auch gut. Ich bin gerade ein bisschen happy. Ich habe auf jeden Fall ein dickes Lächeln im Gesicht, weil es wirklich ein Unfall. Ja, wir wurden gerammt. Danke. Warte, wo müssen wir hin? Komm, pass raus. Busgängerzone Basis. Wie kommen wir denn da hin? Wir sind ja qualifiziert eigentlich. Wir rennen das erstmal hier durch. Ach, dafür ist das Sprung-Kit. Okay, und jetzt brauchen wir die letzte Perle. Oh, hier ist nochmal, hier können wir nochmal ein bisschen Dineros sammeln. Das ist gut. Amtsache, das Schlachthaus liegt gar nicht mehr in der Zone, wo man als normaler Bürger hin darf. Warum macht man das denn dann? Also warum verlegt man das denn dann dahin, das Rennen? Ist ja auch irgendwie Quatsch, wenn keiner zugucken kann. Ich dachte außerdem, wir hätten so eine Art Sondergenehmigung. Stadt, Fabrik, Schwarze Insel. Gut, wir fahren jetzt mal zu uns nach Hause. Vielleicht lohnt sich das, in die Basis mal reinzugucken. Und hier nochmal zu gucken, was wir noch nicht fotografiert haben. Eventuell gibt es da ja was. Also ich weiß, dass es auf dem Leuchtturm zum Beispiel ein Teil gibt. Oder geben muss. Ups. Mein Gott. Dass wir noch nicht geknipst haben. Ähm. Nein, du sollst andocken, Schätzelein. So. Gut. Oh, home sweet home. Na? Haben wir schon. Gut, den scheint es ja eigentlich ganz gut zu gehen. Oder? Hallo, Pablo. Du wirst es mir nicht glauben, aber Woof hat... Geht's dir gut, Jade? Stimmt etwas nicht? Ich kümmere mich da drum. Danke, Pablo. Ich hab keine Ahnung, was dieses kleine Junge mir sagen wollte. Vielleicht hat der Hund irgendwie Mist gebaut und die Wohnung verwüstet. Ich nehme jetzt mal an, dass Woof der Hund ist. Vielleicht. Der liegt auch die ganze Zeit nur hier drin. Ob's dem gut geht? Hm. Okay, wir gehen jetzt mal eine Etage nach... Also wir gehen nach ganz oben. Weil da... war auf jeden Fall irgendwie noch so ein Vieh. Und das holen wir uns jetzt ab. Also davon machen wir jetzt ein Bild. Mir reicht's. Haben wir jetzt einen Zoom. Den hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang nicht. Und, ähm... Merkwürdiges Flugobjekt. Ja, witzig. Jetzt ist hier anscheinend gerade irgendwie Nacht. Und jetzt ist hier gar kein Tier. Dann sind wir wieder unten. Mal kurz hier überprüfen, wie das hier war mit den Terminals. Ich find's echt gemütlich hier drin, muss ich sagen. Sehr schön. Da. Den Code weiß ich nicht. Hat Paige, glaube ich, nicht gesagt. Ja, Servus. Du hast nicht zufällig noch eine Perle am Start. Hm. Mal kurz hier in die Werkstatt düsen. So, zurück im Hangar. Mal eben in Paige Werkstatt stiefeln. Ich muss noch mal ganz kurz die für Jade, äh, Dings lesen. Ich muss noch mal ganz kurz die für Jade, äh, Dings lesen. Du findest den Check-Up-Bericht auf meinem Schreibtisch. Aber sein Schreibtisch ist doch auch in seiner Werkstatt, oder nicht? Die Dommen durch unsere Verteidigung brechen... Schreibtisch, Schreibtisch, wo bist du? Jeder Tag bringt eine neue Zeugung. Achso, nein. Schon wieder nur Propaganda-Fernsehen. Auf seinem Schreibtisch. Was soll das ganze Heckmeck um die Schuhe? Haben Sie eine Idee? Um die Schuhe? Hm. Die Schuhe. Kann ich die irgendwie untersuchen? Ah. Nee, ne? Habe ich die noch gar nicht aktiviert? Wie macht man das denn? Achso. Aber die Schuhe von ihm sind ja hier nicht bei. Doch, hier. Jade Subjet Boots. Er schien sehr daran zu hängen. Guck mal. Guck dir das an. Dieser abgebrühte Hund. Terminal 1. Würde ich jetzt mal sagen. H4D9. T4P9. Wie merken wir uns das? H4D9. T4P9. Ich will nichts aufschreiben. Bin zu faul. H4D9. H... Wo bist du? H4... D... 9. Jawohl. Abgefahren. Und jetzt? Bei dem anderen? Den anderen Code. Wenn wir schon kein Foto machen, dann knacken wir wenigstens das Rätsel um. Beluga hieß das Ding, ne? Jetzt rennen wir mal eben hier hoch. Die Kinder halten uns auch schon für irre. Was will die denn hier? Äh, hier. Ja. Check. T4P9. 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 4... E... 9. Und? Korrekt. Ja, aber was ist jetzt passiert? Was ist freigeschaltet worden? Vielleicht oben auf dem Dach? Vielleicht irgendwas zum Starten? Vielleicht müssen wir da hoch. Weiß es ja nicht. Ach, guck mal. Ne, oder? Ne, das Ding hat sich vorher auch schon gedreht. Nicht neu. Das hier ein Knopf. Gut, dann wieder runter. Gut. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Perfekt, Miss Jade. Jetzt können wir die Hangar-Tür öffnen. Welche Tür? Da war eine Tür? Da weißt du mehr als ich. Ah, ah. Ah, wie die Betthöhle. Boah, krass. Ja, vielleicht. Beluga-Check-Up. Hauptsache, du findest den Beluga-Check-Up auf meinem Schreibtisch. Und dieser Schreibtisch ist in dieser geheimen Höhle? Loll? Gut gemacht, Jade. Ein Flugstabilisator für jeden Reaktor. Auswählen zwei oder drei. Ablegen. Whatever that means. Okay. Dann, sie stehen im Weg. Das sieht aus, als müsste man hier was reinstecken. Ja. Das war die erste Intuition. War meist die richtige. Und hier auch. Dann werden wir etwa noch so ein Teil. Au. Cool. Hoffentlich fliegen wir jetzt einfach über die... Also, wir brauchen keinen Sprung-Kit, ne? Wir fliegen jetzt einfach dahin. Nein. Aber den habe ich doch gerade da reingesteckt. Herzkeks. Stabilisator für jeden Reaktor. Ja, den habe ich da reingesteckt, Freunde. Mehr habe ich davon nicht, oder? Fahrzeug, Flugstabilisator. Sag nicht, ich brauche zwei. Sag nicht, das ist das Teil, das 30 Perlen kostet. Dann drehe ich hier ab. Glaub schon. Ich glaube, wir sollen die Perle finden. Die letzte. Dann sollen wir das Sprung-Kit kaufen. Damit sollen wir bei der Mama-Goo-Werkstatt uns das Sprung-Kit einbauen lassen. Und dann sollen wir vermutlich erstmal die Schlachthäuser auf den Kopf stellen. Das klingt nach einem guten Plan. Das klingt nach der richtigen Reihenfolge. Das sollten wir so machen. Ganz klar. Andererseits. Klar war ich neugierig. Und klar habe ich hier rumgeschnüffelt. Wer hätte das nicht getan? Ähm. Okay. Somit sind wir wieder bei der Ausgangssituation, dass uns zwei Fotos fehlen, um die letzte Perle zu kriegen. Macht aber nix. Ähm. Das machen wir dann jetzt. Und fahren jetzt los. Und gucken dann doch nochmal irgendwo in der, ähm. Oh, vielleicht ist hier im Wasser auch noch was, was wir noch nicht geknipst haben. Ja. Das da sieht gut aus. Das wär's jetzt, ne? Das hab ich aber schon. Okay. Ähm. Dann gucken wir doch einfach mal, was uns hier noch so erwartet. Ach lol. Hier ist Geld. Ja, das geht natürlich auch. Entweder wir finden zwei fremde Tiere. Oder wir finden mehr Money. Money, Money. Ähm. So, dass wir uns die letzte Perle kaufen können. Von Mitsu. Mi, 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 Zu. Und ich glaube, die Vorstellung ist schon fast realistischer, dass wir mehr Geld finden, als dass wir, äh, die Tiere finden. Weil die Tiere sind gerade echt irgendwie, krass, rar. Darf jetzt nur nicht aus Versehen nochmal auf irgendwen fremdes schießen, weil sonst muss ich wieder eine Geldstrafe zahlen. Wäre natürlich nicht so nice. Das wäre natürlich nicht so nice. Gut, dann fahren wir hier hinten einfach nochmal durch und die Kisten sind bestimmt wieder gerespawned. Und schwuppdiwupp haben wir schon unser Geld zusammen. Können wir eigentlich hier auch andocken. So, wir haben glaube ich nur eine Möglichkeit, das Geld noch zu gewinnen. Und ihr werdet mich jetzt für verrückt halten. Aber wir müssen spielen. Gut, ich habe keine andere Wahl. Ich muss nochmal spielen. Ich setze aber nur 50. Ganz außen. Okay, so können wir damit weitermachen. So können wir das durchziehen. Das kriege ich hin. Der ist nämlich auf 50 gar nicht so schnell. Mitte. Jetzt haben wir alles. So, dann flitzen wir schnell zu Ming-Tzu. Wir sehen uns bestimmt wieder, junge Frau. Du hast Talent. Ja, ja. So, jetzt rennen wir aber. Ich gebe ein bisschen Gas, weil ich gerade so getrödelt habe. Tut mir übrigens leid. War ja gar nicht meine Absicht. Wir brauchten aber Geld. So, Ming-Tzu, dann jetzt kauf mal deinen Laden leer. Jetzt kauft er sie weg hier. Der Typ im pinken Shirt. Weg da! Das ist unsere Perle. So, jetzt haben wir uns für 15 Perlen ganz verrückt gemacht. schnell speichern. Ihr müsst die Fahrerei jetzt hier nicht miterleben. Ich schnipp uns jetzt in die Mamago-Werkstatt. So, da sind wir auch schon bei den Halunken in der Mamago-Werkstatt. Sag mal Halunken, weil gesalzene Preise. So, dann kauft er uns hier das Sprung-Kit. Warte mal. Oh Gott. Flugstabilisator 20 Perlen und da hinten der Sternendings da 30. Also brauchen wir noch 50 Perlen insgesamt und wir haben 0. Digitalisierung abgebrochen. Alles klar. Also wenn das ja weiter so schlecht läuft, dann muss ich auf jeden Fall im Internet mal nachforschen, wo man wo man Kerlen finden kann. Ich will das eigentlich nicht tun. Ich lasse es auch erst mal. Ich mache es nicht. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht finden wir jetzt auf natürlichem Weg so funktioniert das Sprung-Kit. Dafür haben wir jetzt hier Okay. Ich sage jetzt nichts, ne? Da müssen wir hin. Jetzt im richtigen Moment springen. Voll reingehüpft. Ich brenne. Warum brenne ich? Komm, so schlimm war es doch nicht. Ja, Sekunde. Wir haben Post. Sehr gut. Was soll ich sagen? Wenigstens das Team um mich herum arbeitet effizient. So gefällt mir das. Jackpot. Hier sind noch ein paar Kisten. Und was ist das hier für eine geheime Ecke? Und was bist du? Ein Rochen? Ah, ein Rochen. Ja, tatsächlich. Die Manta. Magnifizienz. Perfekt. Ich datiere es und lege es ab. Vielen Dank. Schön, dann ist der Film ja schon fast voll. Das ist gut. Die Dinger sind ganz schön laut, ne? Gut, jetzt können wir hier mal die Stelle hier so ein bisschen erforschen. Und da ist wahrscheinlich wieder so ein Ort für Plünderer. Ob das wirklich wieder so ein blödes Plünderer-Ding ist? Ich hoffe ja nicht. Plünderhöhle 3. Nein, fahr doch nicht da rein. Wir haben doch gar kein Geld, was sie uns jetzt hier abnehmen könnten. Dann wieder raus. Den Wal haben wir ja schon geknipst. Das ist also uninteressant, aber was ist das da hinten? Können wir auch noch kurz hin? Scheint aber ziemlich weit weg zu sein. Was sagt denn überhaupt hier unser... Das sagt gar nichts. Unbekanntes Terrain. Wir haben sogar noch die Chance, der Insel einen Namen zu geben, weil hier war vorher noch niemand. Wahrscheinlich ist das jetzt Plünderhöhle Nummer 5 oder whatever. Wir können ja mal hier anlegen. Wer warnt mich denn hier? Ja, weil dann unbedingt. Plünderhöhle 4. Ich hab's geahnt. Ja, was willst du denn machen? Mich abschießen, oder? Welche Agro? Wer redet denn da überhaupt mit mir? Ich darf fahren, wo ich will. Ich hab dafür bezahlt, darüber zu springen. So, das Schlachthausrennen ist wohl da hinten. Wahrscheinlich hier. Rennen 3 und 4 vom Schlachthaus. So, ich suche Strecke 3. Wo bin ich denn hier? Wo muss ich denn dafür überhaupt jetzt hier hin? Ausgange? Ausgange? Wir müssen nach der geheimen Passage suchen, wenn wir in die Schlachthäuser wollen, Miss Jane. Mhm. Hink fest! Was ist jetzt deren Ernst? Warum bin ich denn mit der Kamera? Ah, Tatsache. Fuck. Okay, zuallererst holen wir uns mal eben hier. Preis Geld? 200 Tacken. Ich muss hier mal eben diesen Boost. So, Boost ist jetzt ganz vorne. Also, jetzt kann ich den auf Dingens benutzen, den Boost. Auf Q. Und deswegen fahre ich jetzt nochmal diese Strecke. Okay, jetzt heißt es voll was geben. Huh! Ich hab gefahren. Nein! Ich dreh ab. Wie haben wir es denn da hochgeschafft? Egal. Aber nochmal 200 kriegen wir auch nicht, ne? Ne. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das Loch, das Loch, dass der Eingang auf Strecke 3 ist, weil vielleicht auch andere Spieler, die nicht so gut sind. was geht jetzt? Gerade noch über die Musik gehatet, jetzt haben wir keine mehr. Ja, nice! Das ist ja witzig. Können wir leider auch nicht, wenn er anzielt. Schraube de Boop. Ah, okay. War jetzt nur der Sprecher kaputt. Ähm, so, was wollte ich sagen? So, hier könnte doch ist das vielleicht Lol. Nein. Was wollte ich sagen? Ja, ich glaube, dass bestimmt auf Strecke 3 der versteckte Eingang ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ist, weil bestimmt wollen auch noch Leute, die nicht so gut sind im Auto fahren, also im Hovercraft fahren, so wie ich jetzt hier, Finger hoch, wollen vielleicht den Content sehen, oder? Und die wollen sich nicht so abhängig machen von diesem Gefahre. Vielleicht. Da! 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 Hups! Komm schon! Ja! Und wir brennen. Geil. Schlachthausstraße. So wurde aus der kleinen Anfängerin Das alte Schlacht. Huch. Er hat sich selbst abgewürgt. Ja, so wurde aus der kleinen Anfängerin eine, die sich mal eben verkrümelt. Was ist denn das hier? Steck ich jetzt hier fest, oder? Was ist hier los? Ja, offenbar. Jetzt hier irgendwie nicht der richtige Weg. Hä? Okay. Ja, dann testen wir jetzt mal hier unser Sprungkit in voller Maße. Ja, ich falle erst mal ins nächstgelegene Loch. Ich bin in ein Loch gefallen. Hier kommt man nicht mehr raus. Nee, vielleicht. Ja, sie werden die ganze Zeit abgewürgt. Schön, dass sie mir hier ihre hilfreichen Tipps... Alter. Nicht normal. Ist doch nicht normal. Ist doch nicht normal. ist ja schön, dass man hier flutscht wie eine Sardine, aber... Ohne Witz. Ohne Witz. Ah, gehen wir mal Speed. Das ist ja schlimmer als die Rennstrecke. Die Deku. Laser? Ich hab gar nichts mehr zum Reparieren. Ist ja super. Ja, ich bin wieder in meiner alten Form. Und sie ist verbrannt. Wo komm ich da? No. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Wir haben nur noch einen halben Schlüssel. Ein halber Schlüssel. Was ist das? Nein! Es tut mir leid. Heute ist ja definitiv Crash-Test-Time. So, jetzt sind wir hier. jetzt habt ihr keine Chance. Wir sind, wir sind wieder repariert. Freunde. Wo ist die Musik? Da ist die Musik. Wenn das hier nicht lenken würde wie Schweinen, wäre das vielleicht auch gar nicht so schwer. Aber ja, es leckt. Oh ja. Ah, warten wir mal ab. Noch nicht nur. Ja, es spielt. Ich wünschte, er würde seine Sätze mal zu Ende sprechen. Das wäre der Hammer. Aber vielleicht auch zu viel verlangt. Keine Zeit für Deckung. Auch keine Zeit für Deckung. Uhuhuhu. Vielleicht doch Zeit für Deckung. Ja. Schlachthausviertel. Gott sei Dank. So, ich hoffe, der Rotz hier wird gespeichert. Den letzten Meter muss ich jetzt hier selber noch Gas geben. Ich dachte, das wäre eine Kinosequenz. Ich bin empört. Ohne Witz, warum wird er denn ständig abgewürgt, der arme Mann? Was bist du für eine Anaconda? Anguilla Bifida. Ist Bifida nicht irgendein Darmbakterium? Dieser Film ist voll. Gut. Ich überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu laden. Wir müssen uns eh nochmal über die Preise für den Film unterhalten, weil eine Perle is not enough. Wir sind teurer geworden. Unsere Dienste sind jetzt kosten jetzt das dreifach. Aber hey. So, können wir den Spacko da abschießen? Sieht nicht so aus. Nö. Und ihn? Habe ich Bock auf noch eine Verfolgungsjagd? Ich glaube nicht. Dann lassen wir ihn mal lieber in Ruhe. Und hier war doch irgendwo bestimmte Stelle, wo man anlegen kann. Das Ding verfolgt uns. Ich habe alles unter Kontrolle. Gut, wir schleichen uns einfach mal hier durch. Das sieht richtig aus. Glaube ich. Und jetzt? Bin ich jetzt hier richtig? Lol. Ich werde hier parken. Genau hier. Wir müssen aus diesem Wespen-Nest verschwinden. Ja, hast du eine Idee? Weil ich gerade nicht... Vielleicht können wir den kapern. Hm. Wespen-Nest. Ja, ja. Also ich weiß gerade auch nicht, wie wir rauskommen. Ah, wir hüpfen mal hier rüber. So. Aber von hier sind wir ja auch irgendwie gekommen. Wenn hier so viel Dampf rauskommt, dann können wir bestimmt hier rein. nicht. Oder wir nehmen diese Kiste schieben sie vor uns her. Weil das klappt anscheinend. Jawohl. So geht das nämlich. Ja, komm mit, kleine Kiste. Du wirst da hinten gebraucht. Weil da hinten ist, glaube ich, der Weg nach draußen. Und das Teil blockiert ja gerade alles. So. So. Voila. Hä? Jetzt los. Ach, ich stecke hier fest. Oh, super. Oh, super. Hatte ich nicht mal irgendwann so einen Neutralisierer gekauft bei der Mama-Go-Werkstatt. Jetzt wäre der Zeitpunkt, das Teil zu benutzen. Und es funktioniert. Gut. So, ich muss mal eben hier andocken. So. Und ihr hört es schon. Ich werde auf jeden Fall mal kurz neu starten, vorausgesetzt, ich kann hier speichern. Ich hoffe doch sehr, dass ich das kann. Ja. Hier können wir treten. So, der Ton ist wieder da. Ich freue mich. Außerordentlich. Und. Ja, hey, was soll ich sagen? Das mit der Kiste gerade war ja irgendwie nur so eine Notlösung. Ich hoffe, das war der offizielle Weg. Huh. Oh, Entschuldigung. Wir sind anscheinend an der richtigen Ecke, weil hier sind auch die Gegner, die wir ja schon kennen. Nämlich die Spakumaten hier vom Anfang. Also, Zeit hat man für die Special auf jeden Fall nie. Mir geht's nicht gut, Miss Jade. Wie wäre es, wenn du mal ein bisschen auf deine Deckung aufpasst, weil ich habe jetzt auch nicht unendlich Pizza. Ach ja. Was möchtest du uns denn sagen? Das scheint der einzige Weg zu sein, aber ich habe keine Ahnung, wohin er führt. Wir sind definitiv in der Nähe des Schlachthauses. Es muss einen Weg geben, da durchzukommen. Ja, wir probieren es einfach zu Fuß. Moment. What? Check. Das hat sonst immer funktioniert. Dann weiß ich es auch nicht. Ja, was ist das überhaupt für eine Brühe? Ist ja echt eklig hier. Puhi. Ähm, ja. Wo zur Hölle sind wir eigentlich? Aber irgendwas haben wir übersehen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das soll eine Lampe sein oder so. Und wenn wir doch hier reinspringen. Und wenn wir irgendwie seitlich springen. Geht auch nicht. Okay. Und wenn wir das irgendwie aufschieben. Und vielleicht mit dem Hovercraft. Ah. Guck an. Versuchen wir mit dem Hovercraft hier durchzufahren. Mir reicht erstmal für einen freien Weg und eine gute Fahrt. Okay. Bin mal gespannt. Vielleicht kommen wir mit dem Hovercraft hier durch. Hier hoch. Ist fraglich. Wir probieren es. Sonst würde es ja nicht mit Wasser weitergehen. Also vermute ich ist das tatsächlich irgendwie machbar. Und dafür holen wir uns noch ganz kurz den Rest hier drin. Konto, Identifizierung. Okay. Die Reparatur-SOD stellt einen Schlüssel der Fahrzeugenergie wieder her. Ein SOD-Set stellt die Energie. Die Reparatur-SOD stellt einen Schlüssel der Fahrzeugenergie. Das ist eine gute Idee den Kram hier zu kaufen. Gut. Das war auf jeden Fall richtig und wichtig dass wir das gekauft haben. Ich rede mir das ruhig weiter ein. Okay. Irgendwie also hier hoch kommen wir sogar. Tatsache. Ich wusste nicht dass es so einfach ist. Wer hätte es erwartet. Äußere Gräben. Ich schieße die Kiste noch nicht ab. Wer weiß wofür wir die noch brauchen. Ich bin momentan großer Fan von Kisten. Allerdings mag ich keine Laser. Die mochte ich noch nie. Wer auch immer den Mist erfunden hat. Ich weiß nicht was ich gerade tue und ob es gut ist. Wir machen es einfach. Wir sind ja auch gar nicht in der Range. Ich glaube die hätten uns gar nicht gesehen. Weil Wups. Jetzt Moment. Ey wir werden hier einfach hingeschwemmt. Ich kann mich nicht gegen die Strömung wehren. Ist dann halt so. Schade. Und da ist schon ein neuer gewachsen. Das geht natürlich nicht. So fahren wir schon dann vorbei. Warte von da bin ich gekommen. Dumme Idee. Gut dann lassen wir uns treiben. Ich würde mal sagen Regel Nummer eins in solchen Spielen wenn hier die Dinger stehen dann hat das auch was zu bedeuten. Ja dann kriegt man die halt auch so platt. Blöd. Egal. Na. Aber das hat geholfen. Gott ist das hier ein Abfack. Ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Hier müssen wir jetzt aber reinspringen. Ja. Wo ein Wille ist. Ich freue mich wahnsinnig heute hier zu sein. Gut dann fahren wir halt Slalom wenn das nicht hundertprozentig funktioniert hier alles. Kiste bleibt bei mir. Schieben wir dich da rein? Wir schieben dich da rein. Okay. Das große Kistenspektakel. Sehen sie jetzt. Wo haben wir noch mehr Kisten? Ich suche Kisten. Komm zu mir Kisti. Kisti Kisti Kisti. Vielleicht sind hier Kisten versteckt. Sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Nö. Dafür ist hier irgendwas anderes versteckt. Doch. Hier ist noch eine Kiste. Schubsen wir die auch mal darunter. Boing. So. Die haben wir gebraucht. Einmal bitte hier entlang. Hauptsache wir haben echt vorhin auf gut Glück in der anderen Map einfach von mega weit weg eine Kiste klar gemacht. Wo du dir auch dachtest wieso hat das funktioniert? Das war doch völlig abgefahren. Also dass es halt funktioniert hat. Verrückt. Oh nein. 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 Los. Spring. 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 Du musst fahren. Du musst fahren. Oh Gott. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Zurück. Übel. Einfach nur übel. So. Der richtige Weg ist hier lang. Immer den Bomben nach. So habe ich mir das gewünscht. Schlachthaus Eingang. Ah. Guck an. Na also. Häuft. Wie kommen wir jetzt hier rein? drauf losballern? Oder? Können wir hier andocken? Nö. Okay. Das hat auch nicht funktioniert. Was ist das? Kannten wir noch nicht? Trilobitis Saltans. Vielen Dank für die ganzen wichtigen Informationen. Hilf uns auch mal. Wir kommen nicht weiter. Okay. Dieser Film ist voll. Gut. Ich überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu machen. Oh nein. Wir sind vorhin gestorben. Also ich bin gerade gestorben in dieser anderen Ecke. Verdammt. Und deswegen war der Film jetzt erst voll. Und nicht vorhin. Das heißt, wir haben ein Tier nicht fotografiert. Ist ja doof. Schnipp. Na komm, Schalter. Okay. Wir müssen hier irgendwie aus... Ah. Da ging es ja gerade. Ich muss hier aussteigen. Das Frösche. Bufo Erectus. Okay. So. Jetzt schnippen wir dagegen. Hoffentlich klappt es. Tatsache. Das ist ja echt abgefahren. Das ist abgefahren. Dass das funktioniert hat. Gut. Dann nichts wie rein. Mist. Da müssen wir noch Halt machen. Was schreibt die uns? Ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Mhm. Gleich gerne. Kurz eben scannen. Bevor wir hier nicht mehr rauskommen. Das halte ich dann doch für wichtig. So. An Gouverneurin schicken. Ich brauche mehr Beweise, Shawnee. Stellen Sie den Bericht fertig, dann schicke ich Ihnen den Code. Ah. Da zeigt sie ihr wahres Gesicht. Mhm. Gerade hat noch alles funktioniert. Und jetzt denke ich mir so. Toll. Gut. Wir sammeln Fotos für dich, du Blöde. Aber. Wir brauchen noch drei Fotos, Shawnee, bevor wir Ausgabe 514 fertigstellen können. Ja, ich habe das schon verstanden. Ihr habt mich hier hingeschickt, damit ich euch Beweise sammle und so weiter. Aber wenn ich hier nicht mehr rauskomme, sicher, und das nicht garantiert ist, dann fühle ich mich dadurch etwas verlassen und auch irgendwie hier zum Sterben zurückgelassen. Überwachungsraum. Zum Glück ist Klein Ritter Rost hier bei mir. Ich habe den Namen vergessen. Der Typ mit dem Dachschaden. Toll. Hier ist jetzt schon wieder ein Tor. Andocken. Ah, wir können hier aussteigen. Gut. Dann müssen wir zu Fuß weitergehen. Zu eng für mich. Ich decke Ihren Rücken, Miss Jay. Mach das. Mach das. Oh nein. Hallo. Wie soll ich das denn machen? Toll. Nicht cool. Nicht cool. Na komm, bleib still. Verdammt. So, abgeschossen. Kümmerst du dich um den Rest da unten oder ist der abgesoffen? Ah, ich glaube, der ist abgesoffen. Okay. Was haben wir hier? Mini-Ratten oder was ist das jetzt hier für ein Dings? Maulwürfe? Schnecken? Die ist satt. Makropodia Omnivora. Die Auflistung wird langsam. Vielen Dank noch einmal. Kann sich sehen lassen. Unsere Auflistung finde ich auch. Haben wir schon echt gut dran gearbeitet. Eigenglub stinkt. Ist mir sowas von egal. So. Ähm. Benutzen. Konto-Identifizierung. Okay. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Ja, damit... Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie... Ein Starkus stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ja, wir nehmen eine Kababababababüpse. Da haben wir lange was von. Es lohnt sich immer, die zu kaufen. So, von den Lasern dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Da hinten ist so ein Speichermoped. Three, two... Ja, jetzt kommt hier die Meldung, dass wir uns auch hocken können. Wir sind gesprungen und gerannt. Das muss reichen. Und hier können wir speichern. Ming-Ts Geschäft können wir aber schreiben. Läuft. So, hier können wir draufdrücken. So, das war scheinbar der richtige Schalter. So, was haben wir hier erlebt? Können wir da hinten noch rein? Was haben wir hier erlebt? Wir nehmen mit ein Foto. Au. Unverschämt. Muss mal kurz hier gucken gehen. Wagenschleuse. Das war kein gutes Bild. Das sieht gut aus. Herr mit der Karte. Zoom, 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 zoom. Mhm. Ganz schön abgefahren hier. Sie sind hier. Der rote Punkt. Äh, der pinke Punkt. Ja, prima. Jetzt haben wir auch eine Karte. Jetzt wissen wir ungefähr, wie, wo, wer, was. Und wo. Huch, die radieren mir immer ein Herzchen aus. Finde ich nicht so nett. So, komme ich auf demselben Weg hierhin, wie ich gekommen bin? Ja. Äh, wie sind wir denn? Wie bin ich denn? Zu eng für mich. Achso, er wollte dasselbe sagen. Wie vorhin. Ja, bin wieder da. Hör mal. Was ist hier passiert? Ich dachte, das Türchen war offen. Willst du mich jetzt natzen? Jetzt sag nicht, das war so ein Zeitschalt-Ding. Dann nochmal. Jetzt ernsthaft, war das auf Zeit? Ist das zugegangen, weil ich den Raum gewechselt habe? Ist ja unverschämend. Na ja, hocken. Ups. Oh, das geht nicht. Oh. Guter Witz. Wer soll das denn schaffen? Wie mache ich es denn? Wie mache ich es denn am besten? Also, ich renne hier rüber. Zum Schalter. Werde ihn drücken. Auch einen anderen Weg hier weg. Quasi. Was ist das hier? Und jetzt? Also, kann ich... Kann ich dann da runterspringen oder nicht? Ich will mit meinem Schiff ja da durch. So, wenn es losgeht, renne ich wie verrückt rüber. Oh. No. Zu spät, Miss Jade. Das Glitter ist schon zu weit unten. Es ist einfach zu knapp. Wir müssten den Schalter irgendwie fernsteuern. Vielleicht können wir irgendwas in das Zahnrad, wenn das Zahnrad was damit zu tun hätte. Vielleicht könnten wir in das Zahnrad irgendwas reinstecken und es damit aufhalten. Das geht ja auf jeden Fall. Und wenn wir nur ein paar Sekunden einsparen, Okay, das Zahnrad ist nämlich mal an, nur dafür da, uns hier die Sicht zu versperren. Damit wir nicht vernünftig darauf zielen können, von da hinten aus. Weil ich nämlich schon denke, das ist halt... Mensch. Gemacht werden soll wahrscheinlich von hier hinten. Weil man sieht ihn ganz kurz. Und das soll anscheinend machbar sein. Jetzt. Das war ja jetzt was. Ich lache mich tot. So, links oder rechts? Fangen wir mal links. Innere Gräben. Ach, guck mal, du bist uns gerade durch die Lappen gegangen. Ne? Jetzt aber. Anguia, bief wieder. Jo, danke sehr. Hier wimmelt's ja nur so davon. Gut, fahren wir wieder links. Dann wissen wir, dass wir immer links gefahren sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau ist. Aber wir lassen uns überraschen. Weiß auch nicht, wo wir hier sind. Aber es sieht gut aus, dass es schon wieder überwacht wird, die Ecke, weil es hat wieder dann so was Offizielles, ne? Wenn so verlassene Korridore irgendwie, ich sag mal, also wenn die nicht bewacht sind, denkt man immer, man wäre falsch gefahren. Und dann ist das ja doch dann wieder ganz gut und praktisch. Okay. Gut, unsere Kisten hier haben wieder einen Job. Dürfen wir uns aber nicht kaputt machen lassen. Mein Gott. So, und die andere auch. Mal zu reparieren. Ach, musste gar nicht sein. Gut, dann machen wir es so. Mal das rumgezappelt, tut mir leid. Was ist das hier für eine Minenallee, ihr seht. Läuft. Wenn du einmal drin bist, dann hast du echt verloren. Gott. Nein. Die wachsen ja auch so schnell wieder nach. Was? Nun konnte man ja wieder blendend verstehen. Gut, dafür war die Kiste natürlich auch super. Das sieht gut aus, das sieht aus, als könnte man hier anlegen. Oh, sehr gut. Es ist wieder soweit. Ich muss leider rausballern, was geht. Auch wenn es uns ziemlich viel Geld kostet. Ostflügel. Ma, es ist ja alles echt riesig. Ich hoffe, wir verlaufen uns nicht. Aktion? Cool, aber komme aus dem blauen Lasergedöns da raus. Gut, hier sind aber noch die Strahlen. Verpiss dich mal. Wir müssen einen guten Beobachtungspunkt finden. Ja. Auf jeden Fall ist jetzt hier schon mal dunkel. Das gefällt mir schon mal wesentlich besser. Ah. Peng. Hinlaufen. Speichern. Ja, schon. Wenn es gleich so weit ist, dass wir hier nicht mehr rauskommen. ist ja frech. So, bitte Action. Danke sehr. Was ist das hier für... Vielleicht hier hoch und hier irgendwie... Ich erkunde den Sektor dort drüben. Wir gehen parallel zueinander vor. Vorsicht. Ja. Wir sehen uns. Halten sie durch. Okay. Da war nichts mehr. Gut. Oh, was haben wir hier? den Schalter. Den Wachmann und den Schalter. Nein. Komm, guck einfach weg. Oh, Miss Jade. Was haben sie getan? Oh. Oh. Der hat aber mehr als ein Herzchen weggenockt. Meine Güte. Das müssen wir irgendwie anders lösen. Klar, ich werde zuerst auf den Schalter schießen und er wird sich wundern, wer hier auf seinen Schalter schießt. So ist der Plan. Hat er das jetzt wieder zugedrückt? Warte. Nein. Der geht auf Zeit. Und wieder auf Zeit. Okay. Das schaffe ich. Das kommt von da drüben. Okay. Weiter gebückt laufen. Transfer gestartet? Was bedeutet das? Ist die Fracht mit Paige vielleicht schon weg? Okay, wir schleichen uns weiter hier lang. Das sieht nicht gut aus. Ich habe gehört, dass sie auf eine Ladung mit Behältern kamen. Wir sind auf der richtigen Spur. Ob das Ding hier ausgeht? Wir kommen der Sache näher. Wir müssen einen guten Beobachtungspunkt finden. Ich kann hier nicht rein, ne? Verdammt, wie komme ich hier durch? Muss ich etwa zurück? Habe ich was vergessen? Ah! Jetzt wird mir die Leiter hier angezeigt. Ist ja nett. Und jetzt? So, er steht jetzt mit dem Rücken zu uns. Jetzt nicht mehr. Wir schleichen uns nach vorne und dann nach rechts runter. Obwohl das, glaube ich, dumm ist. Ich glaube, das ist dumm. Aber wir werden... Ich weiß noch nicht, wie dumm. Ich werde es testen. Wer hat mich denn jetzt hier entdeckt? Oh Gott. Alle auf mich drauf. Alle auf einmal. Boah, voll die Riesenkanonen hinter mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo bin ich? Ach, guck mal. Den haben wir gerade gar nicht gesehen. Oh. Was man alles entdeckt, wenn man nochmal wiederkommen muss. Nehmen wir mit. Boost. Was haben wir noch? Ich mache mal einen Boost. So, läuft. Ob wir den abschießen können? Sieht nicht so aus. Das war eine dode Idee. Ja. Meine Güte, das war dumm. Boah, das Teil ist echt der Oberhammer. Wow. Abgefahren. Also, erstens, Schleichspiele sind gar nicht so meins. Zweitens, also ich mag sie einfach nicht. Zweitens, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, wo ich hin muss. Ich gucke mal eben von oben. Da ist eine, da können wir rein. Ah, da war ich gerade gar nicht drin. Okay. Gut. Habe ich die Ecke jetzt auch mal gesehen? Hm. Und ansonsten dachte ich eigentlich da hinten durch, also unten unter dieser, unter dem Ladeband. Äh. Ne? Bin gespannt. Ich habe gehört, dass sie auf eine Ladung mit Behälter fährt. Wir sind auf der richtigen Spur. Genau. Guten Aussichtspunkt finden. Wir könnten uns hinter den Behältern entlang schleichen. Ich weiß nur nicht, wie blickdicht die sind. Bis zu den Kisten und dann an dem vorbei. Wär es nicht ein bisschen verrückt? Verrückt? Aber warum nicht? Öfter mal was riskieren. Öfter mal was versuchen. Machen wir schon. Wie lautlos sie das macht, als wäre, als würde sie das, also ich verstehe nicht, wie man als Reporterin so gut trainiert sein muss. So, ich würde da hinten direkt hinrennen. Aber. Wie schön, dass die sich so rollen kann. Das ist sehr praktisch. Ich glaube, wir sind hier sowas schon falsch. Nein. Oh Mann. Ja, also ich weiß nicht, wie oder warum er mich gerade gesehen hat. Ich weiß es wirklich nicht. Ich war so, 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 so vorsichtig. Diesmal schaffe ich das. Diesmal kriege ich es hin. Das ist jetzt auch eine Frage von, also es geht mir ja schon, dass jetzt auch wirklich das kratzt an meiner Schleichfähigkeit, ne? Ich habe immer gedacht, hier in dem Spiel, wir hätten uns ganz gut geschlagen. Und jetzt stelle ich hier fest, die sind alle viel besser als ich. Also, die machen ihren Job besser, sind besser ausgestattet. Ich habe nur so eine kleine Kamera. Ich habe gehört, dass sie auf einer Ladung mit Behältern waren. Wir sind auf der richtigen Spur. Ja. Wenigstens er ist dabei. Aber kann mir gerade auch nicht viel helfen. Aber schön, dich gekannt zu haben. Okay. So. Aber jetzt sollte ich nicht... Ach, ich sollte nicht unvorsichtig werden. Das war dumm. Das war dumm. Die Blickrichtung ist das Entscheidende. Dreh dich weg. Und der guckt in meine Richtung. So kann man sich auf jeden Fall einige Meter schneller fortbewegen, wenn man rollt. So, wie gut ist dieses Versteck hier? Muss ich ihn beschießen, um ihn wegzulocken? Ist es das? Ich frage mich wirklich, ob es das ist. Muss ich ihn beschießen? Das ist schon ein bisschen irre, als ob die mich hier nicht sehen. Das ist völlig bekloppt. Warum bin ich denn hier hingelaufen? Okay, jetzt bin ich schon ganz nah dran. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Okay. Okay. Okay, weiter unten bleiben. Schleichen, schleichen, schleichen. Schleichen for life! Das ist unsere Belohnung. Muss gerade lachen. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt dahin zurück muss, bin ich am Rand des Wahnsinns. Das mache ich nicht. So, komm zu mir. Hier den Schalter drücken. Oh nein, das geht eine Etage runter. War das schlau? War das schlau? Ähm, das war glaube ich nicht schlau. Hier ist alles voll mit Wasser. Und hier ist irgendwo Strom. Werden 100 pro gebritzelt. 100 pro. Ich probiere es. Werden gebritzelt? Nein. Aber wir können die Sicherung daraus holen. Natürlich eine sehr sichere Methode. Übel. Nein, jetzt sagt ich, wir kommen nicht mehr hoch. Bäm, bäm, bäm. Dafür muss es ja eine Lösung geben. Jetzt hätten wir vielleicht dieses kleine Blöckchen hier runterschieben müssen. Haben wir aber nicht. Dann nichts wie weg. Ja, ja, kein Saft. Ja, ich weiß. Ich war heiß. Hier bitte. Nein, 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 nein. Mädel. So, Sicherung gemopst. Erfolgreich. Schleichen wir uns weiter. Genau. Was haben wir hier in der Mitte? Irgend so ein Ablifter. Aber wir müssen erst hier lang. Bisschen Belohnung für den ganzen Mist, den wir bisher ertragen haben. Da geht es vielleicht gleich auch noch weiter. Mal schauen. Irgendwie gibt es ja hier auch gar keinen richtigen Weg. Man läuft so wie einem gerade so der Schnabel gewachsen ist irgendwie. Worauf man so Bock hat. Das kommt von da drüben. Was? Was kommt von da drüben? Oh, das hat mir jetzt echt kurz Angst gemacht. Am Nordpol? Lol. Gut, da war ich also schon. Dann gehen wir nicht mal hin. Okay, offenbar müssen wir hier rein. Das machen wir jetzt. Das war irgendwie witzig. Wo sind wir jetzt? Oh Gott. Es sind wieder zwei. Einer bewegt sich und der andere nicht. Er kommt auch von uns zu. Ah, der läuft einen anderen Weg. Prima. Gut. Plan. Der kommt gleich hier rein. Läuft. Wir haben kurz den Tank vor Augen. Dann schießen wir auf ihn. Und flitzen danach da durch. Wo müssen wir eigentlich hin? Egal. Blind. Wir können die Hilfe gebrauchen. Okay, der guckt ja auf jeden Fall eine Zeit lang komplett zum Schrank. Schrank? Schrank? Oh nein. Wir können die Hilfe gebrauchen. Jetzt nehmen wir eine Speicherstelle, die wir dann weiter unten hatten. Ostflügel 5. Guck mal, das finden die gar nicht gut, ne? Da sind die richtig auf Alarmbereitschaft. Ne, da könnt ihr jetzt auch mal wieder weggucken. Lange war ein Spiel nicht mehr so schwer, dass ich dermaßen oft gestorben bin. Also ich würde schon die Stelle nehmen, wo er von sich aus nach rechts guckt. Einfach weil ich glaube, dass wir damit am sichersten sind. Ja, das funktioniert. Ja. Manchmal lohnt sich das ja zu glauben. Haha. Guckt der eigentlich jemals hier rein? Ob das eine schlaue Idee war? Ja. Ja. Ja, der Schalter hat Saft. Kann ich hier rein muckeln? Wo sind wir denn jetzt? Ich habe auch noch kein gutes Foto gemacht, fällt mir gerade mal so ein. Aber auf jeden Fall drei gute Fotos. Warum schleiche ich eigentlich? Warum schleiche ich eigentlich? Was ist das hier für ein Ding? Da können wir nicht durch, okay. Gut, dann schleichen wir uns hier weiter. Habe ich da was übersehen? Irgendwie? Ich glaube, ich habe relativ viel übersehen. So, wo hat es mich hier hin verschlagen? Ah. Gott, du hast mich erschreckt, Junge. Hallo. Also, kannst du schon was erkennen? Negativ. Nichts belastendes bisher. Wir müssen einen Eingang in die Zentrale halten. In die Zentrale. Gut, jetzt nochmal schnell speichern. Eben den hier überschreiben, weil der war bitter. Und einen relativ weit oben. Tja. Also, bitte. Das schaffe ja sogar ich. Aber langsam kriege ich echt einen Krampf in meinem kleinen Finger. Der drückt den Schleichenknopf. Und, ähm, ja, aua. Langsam wird es unangenehm. Oh Gott, da schleichst du dich hier rum? Ich weiß, ihr werdet euch jetzt denken, was zur Hölle machen die beiden da? Wir haben aber keine andere Chance. Es kommt einfach immer mehr. Das ist der einzige Weg, wie wir die Dinge mal ein bisschen töten können. Und ich weiß auch nicht, warum da so viele wiederkommen. Das nimmt eigentlich gar kein Ende. Und warum nicht? Katastrophe. Ganz klar. So, jetzt geben wir dem guten Mann hier erst nochmal ein bisschen was zu essen, weil... Sonst fällt der mir gleich vom Fleisch. Ne, die nicht. So. Okay. Ja, das war ja ganz schön, äh... Oh, schon zu spät? Ich warte zu langsam. So, dann trete ich jetzt nochmal hier gegen. Wie schnell muss man denn da sein? Achso, ja, Teamarbeit. Dankeschön. Danke für den Tritt auch, ne? Man vergisst immer ein bisschen, dass man hier Teamwork macht. Okay. Gut, der Rotz geht in die nächste Runde. Äh... 1, 2... Wo müssen wir überhaupt hin? Da ist eine Treppe. Wir können uns darüber schleichen. Ich verstehe, ich verstehe. So, jetzt seht und lernt. Gott, das war furchtbar, das hat aus Versehen geklappt. Weiß auch nicht, warum. Noll, wo bin ich? Ah, Zentralhalle. Ich hab festgesteckt. So. Wo sind wir denn hier? Beim Treten? Huch, nein, das ist nicht treten. So ist treten. Jetzt leckt es gerade ein kleines bisschen. Wird aber gleich wieder besser. Ups. Oh. Ob der sich noch wegdreht? Vielleicht müssen wir da auch gar nicht lang. Huch, wo sind wir denn hier gelandet? Was ist das denn für ein Ort? Bisschen neblig auch. Vor allem so grüner Nebel. Servus. Ja, wir lassen uns einfach mal Zeit. Sieht nicht so aus, als wäre das in nächster Zeit ein Problem hier zu stehen. Nö? Was? Behälter, Bergbau, Extraktion? Nichts Besonderes. Okay. Dann versuchen wir mal. Ich dachte schon, was macht der für Geräusche? Aber der kratzt sich tatsächlich nur am Po. Und wir werden jetzt hier. Das klappt also nicht. Rennen! Ja, aber wie machen wir es denn dann? Ich habe nur die eine Wahl. So. Tschüss. Warum bin ich ja nicht gleich drauf gekommen? Ich vergesse jedes Mal, dass man die ja auch irgendwie ausknocken kann. Das ist mir immer... Ach, guck mal an. Habt ihr gehört? Also. Die Domsangriffe sind quasi nur Ablenkungsmanöver. Dafür, dass keiner mitbekommt, dass sie dann abheben und ihre ganzen gefangenen und entführten Leute zum Mond transportieren. Das ist richtig verstanden und interpretiert, oder? Ist ja krass. So, nochmal eben hier ein bisschen... Wir holen uns erstmal hier ein bisschen Cash. Jupp, jupp, jupp. Nehmen wir auch, nehmen wir auch, nehmen wir auch. Ein Starkus stellt ein Herz der Liebens... Ein Starkus stellt ein Herz der Liebensenergie wieder her. So, noch hier gegentreten und fertig. Und fertig. Gut, dann. Nein, 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 nein. Nein, das ist doch Quatsch. Gut, das war ein bisschen kopflos. Gebe ich zu. Hätte besser klappen können. Hab das jetzt... Ja. Ach, guck mal, er hier. Wieder so einer. Aber diesmal einer, der sich ein bisschen mehr anstrengt. Nämlich der auch mal rotiert. Äh. Ach, wisst ihr was? Wir essen mal eben Starko. Ich hab gerade gesehen, wir haben nur noch so semi-viele Herzchen. Oder nehme ich direkt so ein Carbabs-Ding? Habe ich das überhaupt? Ja, hab ich. Okay. Ja. Das lohnt sich. Mhm. Gut. Ähm. Dann schalten wir hier schnell auf Starkus um. Wenn er das denn tut. Er geht gar nicht zurück. Er geht nur vorwärts. Na gut. Dann so. Okay. So. Und Monsieur bietet sich hier gerade so super an. Schmeißen wir den jetzt ab? Der ist aber fix. Ach, verdammt. Nein. Er bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Abgeliebt. Mach hinne. So, das ist immer so der... Ich muss mich kurz warm spielen. Moment. Ich hatte nämlich Pause dazwischen. Hm. Ja, Problem gelöst. Wie dramatisch die da immer runterfallen. Das hört sich auch irgendwie immer so ein bisschen nach Asterix und Obelix Film an. Finde ich. Diese Geräuschkulisse. So, wo bin ich hier? Entleckt wie die Hölle. Aber es ist gleich auf jeden Fall besser. Da bin ich mir sicher. Ich bin da zuversichtlich. Wir schleichen uns mal weiter, weil... Ich höre nur Sicherheitsbereich. Und das reicht mir schon. Das ist bestimmt gut überwacht. Was denn dies? Ach, guck mal. Die haben wir jetzt natürlich nicht mit, die Sicherung. Sonst haben wir doch immer eine dabei. Mensch. Ja. Der Wachposten. Ach du Kack. Wir sind ja wirklich hier sehr, sehr gründlich. Ah. Da kriege ich auch direkt aufs Maul. Und schon weg. Wie weit die mich wohl verfolgen? Herr, bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Hm. Habt ihr fertig geputzt? Gut. Zone gesäubert. Nein, bitte nicht schon wieder. Das war richtig dumm. Warum habe ich mich denn jetzt da reingerollt? Oh Gott. Ich hoffe, er folgt mir nicht. Falsche Alarm. Sehr gut. Hau bloß ab. Immer dieses, hm, da drüben ist was. Ja, ist ja komisch. So, wir haben hier nicht umsonst diesen kleinen Spalt. Den nutzen wir jetzt hier gnadenlos aus. Und zwar wird das jetzt hier so eine Art Aufstehspalt. Aber da können wir dann trotzdem zwischendrin schießen. Würde ich mal behaupten. Nämlich so? Glaube ich. Ich glaube, dass die uns hier nicht sehen. Ob die dadurch... Loll. Gut, der Tank ist auch hin. Können wir den auch noch abschließen? Hey, System wieder angeschlossen. Das kommt von da drüben. Neverending Story. Was ist das eigentlich? Wären wir beide? Hey, alles klar. Hört mir heute Probleme. Alarm. Autsch, 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 Autsch. Ich glaube, das bringt irgendwie nichts. Autsch, Autsch. Autsch, Autsch. Was kommt denn jetzt? Autsch, Autsch, Autsch. Ich bin so wütend, Freunde. Ihr habt mir so viel Leid angetan. Nehmt das. Oh, das ist auch richtig dumm, was ich hier mache. Spring doch. Kind. So. So, die beiden sind abgelenkt. Mein Gott. So, jegliche Qual ist damit sozusagen gerecht, würde ich mal behaupten. Sie rennen im Kreis wie die Trottel. Mir gefällt es. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich würde mal sagen, wir haben uns forever and ever gerecht. Obwohl, eine Sache will ich noch nachgucken. Ups. Ladida. Ach, der geht dann in die Luft. Ist ja witzig. So, ich möchte gerne hier ein paar Fotos machen. Mhm. An Iris schicken. Doms Sarkophage. Ach du Kacke. Okay. Hey, ich wollte das publizieren. Was ist da los? Ich fand das Bild gut. Nehmen wir das. Habe ich ja bereits geknipst. Okay. Dann nicht. Gruselig. Gruselig. Äh, ich mach das. Ich beende das jetzt hier. Tschüss. So. Okay. Dann können wir hier durchkrabbeln. Äh, aber was auch immer jetzt gerade passiert. Ich zieh mir schnell noch so ein Ding rein. Weil ich war gerade so dumm. Bin die ganze Zeit nur in diesen Laser reinge... Ich weiß überhaupt nicht, was da los war. Also momentan ist hier der Wurm drin. Es ist noch sehr früh morgens. Ich bin noch nicht ganz wach. So, treten. Hallo. Und Jade ist auch noch nicht ganz wach. Fällt mir gerade auf. Ich bin jetzt aber mal sehr gespannt, wo wir hier auskommen. Was ist das hier für ein Schalter? Ach. Läuft. Ostflügel. Moment, da waren wir doch schon mal, oder? Oh Gott. Musst du mich so erschrecken. Oh meine Güte. Was macht er jetzt? Ach, er rennt dagegen. Ja, ich sag ja, das hatten wir schon mal. Nochmal bitte. Kurz das Speichere. Ritzel. Ja, Ostflügel einmal speichern. Und hier nochmal. Machen wir nochmal einmal über das Zentrallager. Über die Zentralhalle. Sorry. So. Okay. So, wo müssen wir denn jetzt hier lang überhaupt? Können wir jetzt hier durch? Waren wir da schon? Ich muss mal eben mit ihm quaken. Konntest du die Haupthalle finden? Positiv. Es gibt drei perfekte Beobachtungspunkte. Wir müssen einen Weg zu den anderen beiden finden. Ah, fantastisch. Ob ich jetzt hier wieder, muss ich jetzt hier wieder hoch? Mal eben auf die Map gucken. Achso, die Map sagt andere Zugänge. Wahrscheinlich müssen wir übers Wasser irgendwie woanders hin. Mal kurz hier lang. Ich renne mal ein bisschen. Dann geht das doch ein bisschen schneller. Jo, da ist unser Schiffchen. Und hier haben wir doch noch etwas im Automaten. Konto-Identifizierung. Okay. Ein Stahlkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Gut. Haben wir gekauft. Okay, dann gehen wir hier ins Raumschiff. Ich sage jetzt nur noch Raumschiff. Ich sage nicht mehr Hovercraft. Ich kann das nicht aussprechen. Nein, nein, nein. Okay, das hier ist so für mich der absolute Horror. Kann ich gar nicht durchsteuern. Wapp, das werdet ihr gleich sehen. Wird ganz dramatisch übel. Wir werden uns viel reparieren. Oh Gott. Ah, hat doch geklappt. Huludu. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Oder? Die Musik sagt, hier waren wir noch nicht. Dann geben wir ein bisschen Gas. Müssen wir hier hoch? Kann man hier hoch springen? Nein. Sah so nach Eingang aus, aber ich habe mich täuschen lassen. Moment. Ich fahre erst hier lang. Oh, das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Hier müssen wir hin. Na, komm, jetzt aber. Hopp, hopp. Hui. Nein. Ah. So. Alles klar. Hui, kann man andocken. Prima. Das müssen Sie gerade sagen. Okay, jetzt sind wir im Nordflügel. Dann speichern wir mal kurz. Überspeichern wir den hier. Ja. So. Nord. Ach, hier ist schon wieder das Schleichmodus, oder was? Wir treffen uns später wieder. Okay. Manchmal muss man das Team auflösen. Carson und Peter, Seite 824. So, hier ist aber nichts weiter. Alles klar, da müssen wir hier rein. Und da hinten haben wir schon einen stehen sehen. Der guckt auch, glaube ich, in unsere Richtung. Deswegen bleiben wir erst mal geduckt. Ja, was ist das hier? Oh, der hat gar keinen Tank. Entschuldigung, ich musste erst mal lachen. Das war jetzt gut. So können wir Probleme also auch lösen. Gefällt mir. Das gefällt mir. Jetzt müssen wir gleich schnell aus dieser Bück-Position aufspringen und dann aber auch hüpfen, ne? Sonst werden wir nämlich genauso gebritzelt. Wow! Das war jetzt mehr schlecht als recht, aber es hat geklappt. So, und immer schön dran denken. Oberste Regel, gebückt laufen, schleichen, schleichen, Fotos machen. Wir sind ja hier Spionage beziehungsweise Geheimagent. Nein, wir sind Reporter, Enthüllungsjournalist und das dürfen uns natürlich nicht durch die Lappen gehen lassen. Hier mal ein paar nette Fotos zu schießen, wo wir uns hier doch so mühselig... Ach, hier ist Nebel. Bleiben wir im Nebel. Der Nebel wird uns beschützen. Da war plötzlich kein Nebel mehr. Oh Gott, was ist denn das hier? 2, 3, 4... Okay. 3, 4, 5... Ah, die gucken länger weg, als sie hier hingucken. Aber auch nur eine Sekunde. Okay, ich habe 5 Sekunden. Neben den anderen Spacko zu laufen. Ach, okay. Das ist ja doch einfacher, als ich dachte. Moment. Von Nebelwoge zu Nebelwoge. Ne? Upsala! Oh, das hätte es fast versaut. Bin schon weg. Ihr seid zu spät. Wollen wir jetzt nur keinen Fehler machen. Hier können wir hoch. Müssen wir vielleicht sogar. Ich glaube, wir können durchatmen. Und mal eben gehen. Und hier hochspringen vielleicht auch. Ne, hier können wir nicht hochspringen. Dann glaube ich, nicht, dass wir irgendwie hier durch müssen. Ich würde jetzt mal spontan sagen, ja. Ähm. Ah, Sicherung? Ja, sowieso. Sorry, war dumm. Also, oh Gott. Ich sehe schon. Timing ist ja alles. Läuft. Juhu. Läuft. Aber das war gar nicht auf Zeit. Ach doch, war doch. Okay. So, et voilà. Wir haben Säft. Dann nehmen wir den Aufzug. Und weil wir uns nicht erwischen lassen wollen, gehen wir direkt wieder in die Duck-Position. Eben hier rumspitzeln. Ah, okay. Hier sind... Ja, da kommt bestimmt gleich wieder so ein Flugroboter angedüst. Ne? Wir kennen hier alles schon erlebt. Wir sind vorbereitet. Das ist ja auch so eine Fläche, wo man typischerweise kämpfen kann. Ach, da ist schon einer. Na gut, nehmen wir den. Da ist noch einer. Ups, der war näher als gedacht. Ich bin voll in die Reihen gerollt. Okay, jetzt könntest du bitte... Soll der was? Aber der bewegt sich ja mal so gar nicht, ne? Doch. Tut er wohl. Okay, zwei Wege, die frei sind. Gott sei Dank. Was ist das hier für eine Klappe? Ist das auch ein... Oh, das ist auch... Da weiß ich gar nicht, ob wir das... Ah! Oh! Kommen wir gleich noch hin. Das war jetzt unangenehm. Uh! Ja. Also hier ist wie gesagt auch frei und hier ist eine Kiste. Mal kurz gegentreten. Vielleicht ist das ja auch nur so ein schneller Rückweg. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Na, wo sind wir? Was ist das hier für ein... Shuttle ist ohne Markierung. Damit transportieren sie die Opfer. Können wir das knipsen? Aber laufen wir denn jetzt richtig? Also irgendwie fehlt mir manchmal hier so ein kleiner Anhaltspunkt in dem Spiel. Wir rollen uns. Ah, hier ist noch so einer. Okay. Der ist näher als gedacht. Die sind ja alle sehr nah. Oh, das sind vor allem total viele. Hilfe! Gibt es denn da keinen anderen Weg? Ich glaube, das ist hier so gut überwacht. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht rein. Oder durch. Oder vielleicht sollen wir das auch gar nicht. Oder noch nicht. Deswegen gehe ich mal ganz kurz zurück. Und wir knüpfen uns den anderen Weg vor. Ich bin nicht feige. Ich bin nur gründlich. So, dann gehen wir mal eben schnell da hinten lang. Vielleicht ist das die bessere Entscheidung. Maybe. Vielleicht war das auch nicht die bessere Entscheidung. Die Frage ist auch, wie lang verfolgen die einen. Die ballern noch nach hinten rum. So, zwei sind schon mal außer Gefecht. Ich glaube, der wird repariert. Wird der repariert? So, der ist schon mal hin. Das läuft ja hier. Haha. Und die laufen auch selber in die Bomben. Wie blöd sind die? Oh mein Gott. Freunde. Ja. So löst man das Problem. Ob wir hier Fotos machen müssen? Überwachungsstrahl. Ach, Überwachungsstrahl. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Dann sollten wir uns vielleicht verkrümmeln. Einem kurz die durchschleichen. Oh, ist das schön. Paradies. Gute Arbeit, Jeet. Ein extra Herzchen. Und eine Boost-Kapsel. Das war jetzt quasi so ein Nice-to-have-Weg. Heißt, wir müssen trotzdem in den anderen Weg rein. Aber okay, machen wir doch. Machen wir doch. Gut, dann müssen wir eben warten, bis dieses Überwachungs-Moped da hinten... Weil das ist schon noch sehr weit weg, ne? Das schaffe ich. So. Roll, roll, roll. Ja, das ist doch, äh, diesmal mal vernünftig gelaufen. Gut, dann zurück zur anderen Problemzone. Äh, hier ist auch noch ein Weg durch, oder? Das hier? Ne, doch nicht. Oh, oh, aha, seht ihr das auch? Da müssen wir hin. Um jeden Preis. Irgendwie. Kommen wir denn hier rein? Vielleicht erst gleich. Ja. So, ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Es wird so laufen. Auch hier werden wir wieder versuchen, viele der... Viecher... Viecher wollte ich schon sagen. Ähm... Viele der Wachmänner quasi auszuschalten, indem wir ihnen auf den Tank schießen. Weil... Das ist so die beste Lösung. Ne? Er ist sehr nah. Scheiße. Falsch, Alarm! 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 Oh nein, jetzt geht sie richtig ab. Oh nein, das Teil ist ja auch noch da. Ah! Wie unangenehm. So, Versuch Nummer 328. So. Jetzt lassen wir uns mal was anderes einfallen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal nicht auf die schießen. Ich bin nämlich so ein bisschen schießsüchtig geworden. Und ich vermute, das war der falsche Weg. Deswegen machen wir das jetzt mal anders. Ich werde mich jetzt ganz dezent hinter den Typen hier heften. Wenn er kommt. Ich versuche auch nicht in ihn rein zu rollen. Gut, das muss hier taktisch einwandfrei laufen. Mal gucken, wo wir hier auskommen. Warum nicht gleich so, ne? Gut. Hier ist ein Automat. Oh. Jetzt haben wir die Kugel genommen. Alles klar. Yo. Wir haben noch ein einzelnes Starko. Ah, und hier haben wir schon mal das Ding hier ausgemacht. Wer weiß, wofür es gut war. Wenn wir jetzt hier rauskommen, müssen wir es so uptimen, dass wir quasi jetzt wieder hinter ihm herlaufen. Und er uns aber trotzdem nicht sieht. Oh, er kommt. Nein, nein, nein. Hm. Oh. Das ist aber nett, dass wir hier gespawnt sind, sozusagen. Äh. Ich glaube, das ist wirklich nur dieser eine Moment. wenn er hinten, also wenn er weggeht. Den wir jetzt quasi ausnutzen müssen. Hinterher. Oh. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein. Bitte nicht. Risky. Damn. Okay. Was war denn hier noch überhaupt? Da? Ist das ein Weg? Kann man da durch? Nein. Das wollt ihr doch gar nicht. Falscher Alarm. Das will ich wohl meinen. So. Einmal speichern. Könnenkenverifizierung können wir auch mal was schreiben, ne? Ja. Uralt. So, das sieht so aus, als müssen wir das Blöckchen wieder irgendwo hinschieben. Es sieht ja schon fast so aus, als müssten wir das Blöckchen da hinschieben und dann vielleicht das Laufband austreten oder den Strom. Machen wir auch sofort. Aber, wenn wir eben gucken, was hier noch so geht. What is this? Das ist wieder so ein Jump and Run Raum. Hm. Interessant. Ich hab da noch ne Idee. Ach, jetzt sag ich, dann ist die Tür zu. Wie lang dauert das jetzt? Ah, verstehe. Ich trete und die ist ja instant zu. Also, hier ist so ein Tunnel. Clever. Nehmen wir den. So, wo kommen wir hin? Moment. Wo bin ich? Ach, da muss ich die Sicherung catchen. Alles klar. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. So, dann nochmal. Schnell zurück. So, Sicherung. Hab ich. Und den Schalter. Also, wohin damit haben sie mir netterweise gerade gezeigt. Oh, mein Herzchen, Bubat. Kurz mal auftanken. Na, wo bist du? Das lohnt sich ja wieder. Aber hier, ich dachte nämlich ursprünglich, deswegen hab ich das Teile hingeschoben, dass wir jetzt hier drüber müssen, aber ist ja gar nicht so. Na gut. Wir sind ja im Nordflügel. Und dann legen wir die Sicherung. Ach, wir müssen gar keine. Ja. Ne? Benutzen. So, die Musik ist schon sehr dramatisch. Das geht also in gewirkte Haltung weiter. Wo sind wir denn gelandet hier? Hier ist aber soweit gar nichts. Also, wir können entweder die Treppe da hochnehmen, was dumm wäre, weil hier einer steht. Na, läufst du für uns die Minen kaputt? Oder bist du dir dafür zu fein? Na, dann reden wir dich halt. Okay. Ach, hier können wir einfach so. Hier muss ich ja gar nicht durchschleichen. Ah, sagte sie und wurde... Nein. Was? Nein. Au, au. Wow. Skandalös, wenn ihr mich fragt. Die sind auch echt überall, ne? So, Boost. Was ist das? Ach, guck mal an. Jetzt haben wir gerade... Ach, schade. Das macht nämlich immer die Herzchen-Eimer komplett voll. Jetzt habe ich ja gerade so ein Kababs-Ding gegessen. Hätte ich das mal gewusst. Ach, Leute. Wie komme ich denn da überhaupt jetzt vorbei? Hm. Ups. Muss ich jetzt wieder hier raus? Entschuldigung. Gucken wir mal, was hier unten noch so geht. Ach, hier ist auch noch so. Okay. Ja, vielleicht gehen wir dann einfach hier durch. Moment. Da. Hä, bin ich jetzt ganz doof? Bin ich nicht von hier gekommen? Nein. Glaub nicht. Sorry für die Kamera. Mach gerade wieder hier... Gerade hier wieder hart am verrückt spielen, könnte man sagen. Ins Gesicht. Jetzt haben wir ja irgendeinen Schalter, den ich aktivieren könnte. Mal angenommen, der... Ach da. Ich dachte gerade, ich stelle mich einfach als Lockvogel hier hin, aber... So, Monsieur's auf der Plattform. Dann geht's ab. Ja, da kommt was. Adieu. Schön, dass du mich ankündigst, da kommt. Let's meet. Mhm, mhm, mhm. Also wir könnten jetzt hier weiter gehen, glaube ich. Aber wo wären wir denn dann bitte? Ist ja auch verwirrend. Oh, ich hab was Grünes gesehen. Da war was Tankähnliches unterwegs. Ja. Ja. Mich. Verdammt, ich dachte, er wäre nicht so schlau. Er ist wohl doch so schlau. Das macht auch Sinn. Okay, ich muss tatsächlich da lang. Hier ist nämlich wirklich alles zu. Okay. Dann haben wir uns ja schon mal vorgestellt. Dann wissen wir jetzt auch, mit wem wir es zu tun haben. Und die dann natürlich auch. So, wie war das? Die Blickrichtung ist das entscheidende. So, wie war das? So, wie? Tatsache. Ich habe sogar noch eine. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, er bewegt den Mund gar nicht, wenn ich mit ihm spreche. Könntest du die Haupthalle finden? Positiv, es gibt drei perfekte Beobachtungspunkte. Achso. Ich brauche einen besonderen Schlüssel, Miss Jade. Könnt mal drüber reden. Mal eben hier kurz speichern. Den da vielleicht? Oh, hier ist noch so ein Speichermoped. Das ist ja witzig. Jetzt waren sie hier aber tatsächlich mal überflüssig. Oder sind wir von hier gekommen? Ja, das war unser Rückweg. Hutsch mal. Stimmt, hier waren wir schon. Das war der... Ja. Gut, ich esse mal eben hier die Kababs. Jam, 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 jam. Und dann schleiche ich mich, weil man weiß ja nie, was da um die Ecke lauert. Zentralhalle. Ach, Zentralhalle. Ja, sehr gut. Da wollten wir doch hin. Äh. Äh. Aliop. Oh. Und hier? Da werden die Opfer durchgeschleust. Gehen Sie vor, ich gebe Ihnen Rückenbeckung. Vergessen Sie nicht, ein Bild zu machen. Okay. Schnell ducken. Die Opfer durchgeschleust. Alles klar. Ist ja scary. Warte, was kann er da hinten? Ich hoffe jetzt mal, dass die mich nicht bemerken. Ich werde mich nur so ganz dezent hier zwischenquetschen. Rutsch mal. Ich habe hier was zu knipsen. Ist Pejci bei? Ist das ein Fisch? Ach nee. Hä? Wen transportieren die denn da ab? Habe ich das jetzt publiziert? Okay. Zurück im Nordflügel. So. Double H. Wo bist du? Ich habe was Brauchbares geknipst. Können wir hier mal quaken? Und niemand weiß davon. Das ist schrecklich. Der dritte Beobachtungspunkt, Miss Jade. Gehen Sie zum dritten Beobachtungspunkt. Ah, nur keine Emotionen zeigen. Ah. Kein Problem. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ähm, von... Ach so, wir sind gekommen von... Von hier aus links. Deswegen fahren wir jetzt weiter rechts. Ups. Ähm. Würde ich jetzt mal so sagen. Beziehungsweise muss ich mal eben die Map checken. Mal gucken, was hier so... Ach so. Genau in die falsche Richtung. Fahren wir mal kurz zurück. So, da bin ich runtergefallen. Dann fahren wir hier lang. Ist das jetzt richtig? Ja, das sieht gut aus. Dann hüpfe ich hier drüber. Und... Hier noch die Schlangen umfahren. Ne? Wenn schon, denn schon. Und dann fahren wir jetzt hier durch. Überwachungsraum. Ähm, 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 ähm. Ach, da waren wir schon mal. Gut, dann fahren wir hier geradeaus. Glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Das ist der gute, äh, der richtige Weg. Der gute und richtige Weg. Hoffentlich. Ach, guck mal. Wie praktisch. Kaputt geschossen. Ähm, links. Ne? Würde ich jetzt mal spontan behaupten. Ja. Schlachthaus-Eingang. Ich sag links und es ist ja doch wieder falsch, oder? Wobei, hier sieht's eigentlich, sieht aus, als wär's hier. Okay. Hier docken wir an. Sagte sie. Klappt. Okay. Wir sind auf jeden Fall an diesem, also wirklich Double Age. Du musst dringend aufhören, mir in die Hacken zu hüpfen. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier angekommen, an diesem, äh, an diesem kleinen Warndreieck auf der Karte. An Gouverneurin schicken. Ich brauche eindeutige Beweise, Shawnee. Stellen Sie den Bericht fertig, dann schicke ich Ihnen den Code. Wir brauchen noch drei Fotos, Shawnee, bevor wir Ausgabe 514 fertigstellen können. Sei vorsichtig. Oh Gott, das ist nicht gut. Okay, es fehlen also noch ein paar Fotos. Macht aber nix. Ich weiß nämlich ungefähr... Ich kann mir schon denken, welche Ecke ich irgendwie verpeilt habe, eventuell. Deswegen fahr ich mal eben zurück. Also was heißt verpeilt? Die Reihenfolge ist ja eigentlich nicht relevant, Gott sei Dank. In welcher Reihenfolge man die abarbeitet. Ähm, ich glaube, das war damals hier, ne? Oder? Ach jo, ich erinnere mich. Das war dieses Schalterteil auf Zeit. Und da können wir nämlich jetzt mit ihm zusammen... Hallo, hallo. Weil er ist jetzt auch das erste Mal hier... Mal eben kurz hier speichern. So, jetzt haben wir doch hier die Chance, irgendwie hochzuspringen. Das muss man auch erst mal sehen. So, drück mal E-Kollege. So, und schon sind wir eine Etage weiter oben. Sehr cool. Gut, dass Madame hier nicht runterfällt. Wagenschleuse. Oh, upser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Ich bin hier oben so wehrlos. Und jetzt macht sie auch wieder nichts, ne? Sie hält sich nirgendwo fest. Rennt nur gut rum. Klingt aber nicht. Gut, dann müssen wir den wohl beschießen, wenn das geht. Au, ab. Vielleicht hätte ich erst woanders durchgemusst. Ach, es hört... Okay. Okay. Wo müssen wir ihn reinschubsen? Da rein. Jo, alles klar. Oh, das ist auch sehr praktisch. Vielen Dank dafür. Nehmen wir beides. Gute Arbeit, Jeden. Da können wir hoch. Mein Gott, Kamera. Jo, die hatten wir schon. Gut, dann haben wir die jetzt zweimal. Ist auch in Ordnung. Und dann holen wir ihn mal kurz dazu. Führt kein Weg hindurch? Geht man drum rum? Ja. Mich. Carsten und Peters, Band 4. Bravo, Misty. Ich habe da einen Weg gefunden. Wir können hier lang. Und die Kiste einfach darüber schieben. Eins, zwei, drei. Schieben. Grundübungen, Seite 2. Ich bin gekommen, um zu linken und nicht, um zu denken. So, wo haben wir denn hier jetzt die Pforte? Wo er mit seinem kleinen Helm durchrennen kann. Ich glaube, da gab es nämlich so... Ja, hier, genau. Da muss man, wie gesagt, auch erstmal drauf kommen. Das ist seltsam. Das ist seltsam. Ja, komm her. Trau dich. Kollege. Den machen wir fertig. Na, da hast du aber nicht gründlich geguckt. So kann's gehen. So, und was blubbert hier so von sich hin? Als wären wir unter Wasser? Nehmen. 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 Hallo. Nehmen. Eden. Nein. Will das nehmen. Nimm es doch. Ich hab's genommen, oder? Hab ich's genommen? Nein. Ich hab's nicht genommen. Warum nimmt sie's nicht? Nimm es auf. Was ist es überhaupt? Ein Schlüssel? Oh Gott, das ist ein Schlüssel. Sieht aus wie eine Schlüsselkarte. Ich dreh ab. Können wir es knipsen? Warum blubbert's denn jetzt da hinten? Hab ich's jetzt weggetreten? Ich dreh durch. Ich dreh durch. Ja, ich weiß nicht, was es war. Gut, dann... Ich weiß wirklich nicht, was war's denn? Jetzt bin ich aber auch neugierig. Jetzt will ich's doch knipsen. Einfach nur Blubberblasen? Ich stelle mich heute doof an, ich weiß. Es sind nur Blubberblasen. Ich, äh... Ja. Ne? Egal. So, push the button. Ich brauche einen besonderen Schlüssel. Ja, ich hab ihn. So, Zentralhalle. Und jetzt mal auf einen anderen, anderem, ne? Über einen anderen Weg hier hingekommen. Das ist gut. Konto, Identifizierung, okay. Eine Büchse Krababs stelle... Eine Büchse Krababs stellt die Lebensenergie... Ein Starkos stellt ein Herz der Lieben... Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Blub, blub. Ich find's so krass, dass... Also, mir fehlen ja einfach immer Herzchen. Böse Zungen sagen, ich könnte nicht, äh... Nein, was war das denn? Oh. Okay, Kamera am Anschlag. Verarschen. Geht's hier los? Jetzt geht's hier aber richtig los. So. Amo... Amo... Amöber Seiltanz. Hatten wir das nicht schon? Okay, Bild gespeichert. Hm. Wollt grad sagen, wir brauchen Roboter. Super Action! Super Action! So, Nummer 1. Das war... Okay. Gehen sollten wir da reintreten. Ich glaub, das hat aber... Ah! Das ist der Schlüssel! Ja, cool. Und ich dachte grad die ganze Zeit, diese Blubberblasen wär... Egal. Vergessen wir das? Reden wir nicht weiter drüber. Oh, was gab's hier? Nee! Ernsthaft. Wieso? Oh, hallo? Oh... Kann das sein, dass man die damit rufen kann, wenn man's verkackt hat, die Teile durch die Schranken zu kicken, oder? Eventuell. Aber dafür dürfen wir uns jetzt doppelt da rumschlagen, dass wir nämlich immer so neugierig sind. Also ich bin... Ich muss immer weit drauf drücken. Und das war ja wohl weit genug. Ja. Exploding. Alles weg? Alles weg. Die brauchen wir auch noch. So, ich roll mich jetzt nur noch hier durch. Alles andere ist mir jetzt hier. So, hier kommen wir ganz offensichtlich ja nur rein. Hätten wir die jetzt... Oh, die hätten wir... Muss da leider nochmal drauf drücken. Es tut mir leid. Wir brauchen die Kugel. Wir müssen dich leider so ein bisschen... Könnte mal jemand hier die Dinger... Könnt ihr mal mitkommen? Komm mal her. Wir müssen die pullen. Die müssen hier rüber. Ja. 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 Und jetzt renne ich hier nur noch durch. Ich renne. Ein schnelles Speichern. Nehmen wir den ersten. Oh, eine Kugel. Und wir haben schon wieder vier von 30. Von 50. Wir brauchen ja noch so viel. Heiliger Bim Bam. Ja. Ach so. Ja. Ne? Könnte man auch öfter... Also eher dran denken. Aber ich muss mal ganz kurz hier so ein Carbap-Ding mümmeln. Sekunde. Drücken. Check. Das war doch gar nichts. Ach, mal nix. Dritten Jahr. Wow. Gut, Monsieur. Dann kannst du jetzt hier mal direkt deine... Rüstung... Okay. Falls es hilft. Mein Panzer ist gegen ihre Laser resistent. Genau. Deswegen haben wir dich da durchgejagt. Das war sehr hilfreich. Wirklich? Wirklich? Ja, Sir. Das nutzen wir jetzt auch voll aus. Oh, wir werden besser. Schleichen kann sie. Sie kommen in der Zentralhalle aus. Los, mach ich ein Foto für den Bericht. Ich stehe hier schmiere. Ah. Quasi aufgeladen, also beladen. Moment. Ich will ganz in Ruhe und entspannt ein Foto machen. Ihn zuerst, ne? Nein, nein. So, halt ihn auf. Dann kann ich seinen Tank beschießen. Ach, er gibt mir gar nicht hier den Rücken frei. Super Action! Ah. Cool. Treten. Tschüss. So, jetzt plündern wir erstmal hier die Schränke. Wird jetzt hier alles aufgemacht. Nichts ist hier sicher. Her damit. Auch das nehmen wir mit. So. Genau. Wir lassen nichts hier. Alles mitnehmen, was keine Miete zählt. Zahlt, ne? Auch schön die Gegend treten. So, jetzt haben wir mal kurz Ruhe und können mal eben hier fotografieren. Ja, kommt da noch einer? Ja. Perfektes Bild. Jo, dann haben wir das hier erfolgreich abgeschlossen. Diese Mission. Gott sei Dank. Aber ich finde es trotzdem echt eine Frechheit, dass ich quasi hier reingeschickt wurde und dann hieß es ja, mach Fotos und sonst helfen wir dir nicht wieder raus. Das fand ich schon hart, ne? Also dann werde ich auch mal ein Hühnchen mit der alten rupfen. Geht gar nicht. So, was sagt hier Tabulare? Shawnee, Double H, wir haben eure Bilder empfangen. Ihr habt fantastische Arbeit geleistet. Trefft uns, ihr wisst schon, wo so schnell es geht. Ja. Also da können die ja jetzt auch so nett sein, wie sie wollen. Ich bin einfach, das also hat Spuren hinterlassen. Paige musste all dies auch durchmachen. Ich hoffe, er ist noch am Leben. Erlebt, Miss Jade. Die legen viel Wert darauf, sie am Leben zu halten. Okay. Hoffen wir doch. Wo geht's hier raus? Ne, da nicht. Nö, ihr könnt die Musik wieder... ...ne? Wegmachen, wir gehen hier lang. Die Alpha-Abteilung und die Doms stecken hinter den Entführungen. Ein Exklusivbericht in Ausgabe Nummer 514 von Iris. Und nochmal. Wir haben so schnell gemacht, wie es ging. Hier ist der Code. Glückwunsch zu ihrem Bericht. Klar, so schnell wie es ging. Gut, dann düsen wir jetzt... Moment, sind wir von hier gekommen? Will einfach nur hier raus. Benutzen. So, Wagenschleuse. Jetzt sind wir hier. Machen wir hier eben ein Foto von dieser Bubbel. Dann sie ist schon wieder weg. Das nervt mich. Hau ab. Okay, dann rennen wir jetzt einfach hier durch. Leichter gesagt als getan. Ich hoffe, ich laufe richtig. Ja, ich glaube, es war... Okay, soweit. Komm. Überwachungsraum. Aua, 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 aua. Ach ja, hier wird geschlichen. Ganz kurz mal eben. Wer hat denn da ein Stück Starko übrig gelassen? War ich das etwa? Wahrscheinlich aus meiner... In meiner Armut. Okay. Ein Starko stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Okay. Hup. Die Frage ist jetzt natürlich, gibt es einen schnellen Weg hier raus? Und wenn ja, wo war er? Und, äh... Habe ich das jetzt so richtig, ähm... In Erinnerung? Weil, wenn ich es richtig auf dem Schirm hatte... Ach, wir gucken einfach, ob wir da hinten schneller rauskommen. Warum bin ich überhaupt hier hingerannt? Aua. Blöder Wurm. Dann müssen wir nämlich... Gar nicht diese Tor-Action hier nochmal machen. Und dann werde ich einfach hier hinten in mein kleines... Teil hier einsteigen. So. Double H zückt den Kompass. Wo müssen wir hin? Wir fahren hier lang. Genau. Hier haben wir das Türchen durchgeschossen. Ups. Rom, bam, bam, bam. Dann fahren wir nämlich hier raus. Looks gut. Schlachthauseingang. Ah. Jetzt können wir nämlich hier auch, äh... den Code verwenden. Und sie sagte nämlich zu uns in der Mail hier gerade... Moment, wo ist die Mail? Mail... Code... Zwei... Äh... Zwei... L... L7D5. L7D5, 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 L7D5. L7... D... D... Fünf. Korrekter Code. Als hätten wir nicht auch viel riskiert. Entschuldigung, aber... WTF? Okay, die Gouverneurin ist wahrscheinlich politisch auch irgendwie ein Stück weit angesehener als wir. Wir haben ja... Wir sind ja, ne? Nur ein kleiner... Also wir haben ja nichts zu melden. Wir sind ja nur Reporterin. Ähm... Ne, so. Ja, das funktioniert. Jetzt aber schnell weggedüst. Oh je. Eins, zwei... Oder drei. Ich würde mal sagen... Den Beleuchteten. Der sieht einladender aus als die anderen. Warte mal, das ist doch hier gar kein Weg. Is it away? Could be away. Ja, hier geht's hoch. Karte? Wozu haben wir die denn? Nein, gut. Ja, fahren wir einfach mal hier raus. Oh, da leuchtet's. Bäh. Ich bin froh und mutes drauf zugeprescht, aber es hat nicht funktioniert. Wieso eigentlich nicht? Wir haben doch auch so ein Neutralisierungs-Ding. Das werden wir jetzt ja ausprobieren. Nö. Da nicht. Oh nein. War nur ne Fake-Tür. Nein. Meine Güte, wo sind wir denn hier? Ach gut, wir fahren hier lang. Auch okay. Ah, da kommen Erinnerungen hoch. Dass wir hier schon mal waren. Ich hab noch nie jemanden so fahren sehen. Danke, danke. Ja, äh... Dann sind wir wohl hier doch irgendwie richtig rausgekommen. Hier ist der Ausgang. So, wir treffen uns am Iris-Netzwerk. Oh, Tabulare. Hi, Jade. Nur zur Erinnerung. Du kannst immer noch meine Glücksperle gewinnen. Oder hast du Angst zu verlieren? Triff mich in der Bar, wenn du bereit für eine Abreibung bist. Was soll denn die anmachen jetzt hier per Post? Das ist nun wirklich Werbung. Voller Alarm. Voller Alarm. Schüttel hoch. Die Doms, sie greifen an. Versiegelt alle Türen. Oh, oh. Nein. Ja, warum eigentlich nicht? Teratosaurus Imperator. Klingt ernst. Großartiges Bild. Großartige Bezahlung. Ja, Foto haben wir jetzt genug. Ja, aber der müsste mal eine Reihe... Genau, ein bisschen tiefer fliegen. So kann ich den ja gar nicht erwischen. Aber wir können den ja mit dem Neutralisierer beschießen. Okay, wir haben den jetzt scheinbar eine Etage runtergekickt mit dem Neutralisierer. Und jetzt können wir den beschießen. So, jetzt müssen wir den wieder mit dem Neutralisierer beschießen, sonst kommt der gar nicht mehr runter. Ich muss mal ein bisschen Abstand gewinnen. Wenn er uns trifft, schadet das gar nicht. Sehr witzig. So, perfekto. Hat er schon Teile verloren? Ich glaube, ja. Ja, sorry. Da kommt gleich wieder eine Geldstrafe. Ich sehe es schon. Ne? Bleib hier. Aua, 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 aua. Okay, der hat dann doch mal getroffen. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Ja, sieht gut aus. Oh, Perle. Und Reparatur. Fünf Stück. Wahrscheinlich haben wir überdurchschnittlich wenig Perlen. Und deshalb hat Francis uns gerade eine Mail geschickt. Okay, aber wir fahren jetzt mal eben zum Iris-Netzwerk. Bin gespannt, was hier gleich noch passiert. Ich bin gespannt, was hier noch passiert. Wir sind die Terroristen in Anführungszeichen. Wir haben quasi illegal Fotos gemacht. Oh, das sieht so aus, als hätten die hier aufgestockt, ne? Mit ihrer Überwachung. Interessant. Mir fällt was ein. Und zwar, seht ihr das? Ich glaube, wir können ihn dagegen laufen lassen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Jetzt bin ich gespannt. Hallo? Oh. What is this? Interessant. Mensch. Ach, guck an. Plünder-Time. Drück mal. Das geheime Lager. Jetzt bin ich gespannt. Ach, lol. Wir hätten da rein gemusst. Okay, dann gehe ich hier rein und du drückst. Ja, Sir. Ich bewege mich nicht von der Stelle. Sein Sie vorsichtig. Mhm. Wir gucken mal, was uns hier, wie gesagt, erwartet. Oh, ich kann hier gar nicht fotografieren. Komisch. Ich kann doch sonst überall fotografieren. Was ist denn hier los? Ich fühle mich zensiert. Sie ist schon wieder im Schleich-Modus, als hätten wir noch nicht genug davon gehabt die letzte Zeit. Selbst hier sind irgendwie unterirdische Lieferbahnen. Von wem kam das denn jetzt hier? Ach, guck mal, er. Ja. Bin schon weg. Okay, er ist anscheinend resettet. Glaube ich. Ja. Also, sie macht sich bereit für den Schleich-Modus und ich habe es vercheckt. Kamara ist im Moment echt grausam. I'm sorry. Okay. Ich sehe ihn doch trotzdem irgendwie durch den schmalen Streifen. Was? Haben wir denn an dem? Ah, jetzt können wir ihn beschießen. Weiße. Ja, genau in dem Moment dreht er sich weg. Bitte erlauben, ist, Zone zu säubern. Bestätigt. Ah. Können wir hier irgendwas fotografieren? Zone gesäubert. Na, das schaffen wir doch. Wir haben jetzt erst ja nur allein. Wir haben jetzt so viele andere. Markus besiegt in der letzten Zeit. So, Senior. Bist du bereit? Ein Schuss, ein Treffer. Ich weiß nicht, was das jetzt hier ist. Können wir hier hoch? Geheimes Lager vor allem. Das wäre schon cool, wenn wir die da oben auch wegtreten könnten. In jeder Kiste. Das würde bedeuten, wir könnten jede Kiste plündern. Ne, aber das klappt nicht. Sonst hätte ich gesagt, Gott, unendlich Dineros. Gut, sieht so aus, als würden die ihren Schatz hier nicht so freiwillig hergeben. Oh. Kleines Flugobjekt gesichtet. Nein. Nein, 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 nein. Hier ist nix. Guck weg. Da drüben ist ein Dringling. Nein, nein, nein. Vielleicht sind sie zu zweit, wenn er sagt, ich gehe schon. Bleib du ruhig stehen. Mach deinen Mittag. Ach, hier ist so ein Objekt, äh, so ein Strahl. Habe ich über der Birne. Oh, er dreht sich. Oh, drei, vier. Zwei, drei, vier, fünf. Ja. Und jetzt. War, glaube ich, eine Sekunde zu früh. Und er wurde direkt aufmerksam. Mitarbeiter des Monats. Na, können wir hier um die Ecke lunzen? Eben hier mit der Steuerung. Klar, komm. Zeig mir dein Gepäck. Nein. Ich gehe jetzt. Bleib stehen. Gott, er wird hier hinkommen. Komm genau hier durch. Gut, dann haben wir ihn jetzt erfolgreich abgelenkt. Ich habe da was gesehen. Ich gehe. Ach du Kacke. Wie weit kommen die denn? Ne, tschüss zu. Falscher Alarm. Ah, gut. Noch immer ein bisschen, auch Nervenkitzel. So, bis jetzt fühle ich mich hier verarscht. Was die Schatzangelegenheit angeht, ist noch nicht so pralle. Könnte ein bisschen besser sein. Auch Tiere sehe ich hier nicht, die ich hätte knipsen können. Habe ich hier drauf gedrückt und jetzt? Ah. Gesicherte Zeitschalttüre. Verstehe. Ich rolle. Und ihr so? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Das wird gruselig. Okay. Es wird ein Mix aus Rennen, Bücken, Drücken und Rollen. Ich freue mich. Also, wir drücken den Schalter. Ich stehe auf, ich renne los. Hier versuche ich auch zu rennen. Kann ich da drüber springen? Seitlich ist das schwierig. Aber ich versuche es. Ja, lol. Gut. Wir plündern nach System. Also mit System, ne? Und zwar hier durch die Halle. Lass die Kugel einsammeln. Das gibt auf jeden Fall gut Cache und da freue ich mich sehr. Weil das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Oh mein Gott. Und hier ist auch noch Cache. Ich meine, es ist zwar nicht die Welt, aber es ist auf jeden Fall schon. Und Kleinvieh macht ja auch Mist, ne? So haben wir jetzt hier dieselbe Konstruktion wie gerade. Selbe Richtung, selber. Ich glaube, die Tür ist diesmal ein bisschen weiter weg. Renn! Nein! Ah. Meine Güte, ich muss bis hier. Ich muss das auch noch. Okay. Hab verstanden. Hab's verstanden. Hepp, hepp! Ja, vielleicht. Also ich glaube, das ist schaffbar. Jetzt wollte er mich aber verarschen. Hab ich nicht... Ich hab nicht aufgepasst. Ich werde mit vier Herzen wieder geboren. Das ist so Standard dann irgendwie, ne? Oh, Kisten treten. Ja, ja, ja. 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 Oh, okay. Da hinten ist die Tür. Ich sehe sie. Wird nicht einfach. Aber das ziehen wir jetzt durch. Und, äh, ganz kurz. Mampf, mampf, mampf. Jetzt haben wir zwar keine mehr. Und Action! Lauf! Renn! Lass mich uns, äh, zwei ein wenig aufhalten. Bin ich drin? Bin ich drin? Nein! Hm. Doch! Doch, ich bin wohl drin. Wie hab ich das denn... Wow, krass! Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte so, hä, warum hab ich die Kugeln da noch nicht gelootet? Ja. Cool. Jetzt haben wir schon acht Stück. Ich freu mich. Und wir nehmen es ja von den Armen... Äh, nee. Wir nehmen es ja von den Reichen und geben es den Armen. Ich fühl mich leicht Robin Hood-mäßig. Und die Arme bin in diesem Fall ja ich kugellos und abgebrannt und schlecht bezahlt. Also wir wurden echt noch nicht viel bezahlt, fällt mir grad mal so auf. Meines Sitzes, es geht ja nicht immer nur um Geld, aber... Aber wir haben ja auch schon tolle Fotos gemacht. Von dieser ganzen Operation hier. Hat keinen interessiert, so cash-technisch, ne? So, ich glaub, das war's. Drei Kugeln haben wir. Ja, vielleicht war's das auch noch nicht. Oh, okay. Ah! Wie ein Dringling. Dringling. Na, wie lang willst du mich denn hier verfolgen, Freund? Du meinst... Es ist ja riesig hier. Ich hab alles gepullt, was geht. Alles. Wow. Jetzt werd ich hier völlig beschossen. Nice. Gut. Hinterher ist man immer schlauer. Mampf, mampf, mampf. Ehm. Wie witzig das auch aussieht, weil... Und wie lang dieser Korridor da bitte war. Hammer hart. Ich glaub, das muss so sein. Wir müssen einfach fliehen. Wir müssen. Das ist jetzt hier wie so ein... Okay. Verstehe. Ich verstehe, worauf das hinauslaufen soll. Au! Das kommt von da drüben. Du, du, du. Schnell, ich hab kein Starko mehr. Nein! Lachend und singend. Wie durchrennen und schreien. Das kann ich. Ah! Nein, warte, war das der Weg? Das war der Weg? Warte, ist das jetzt hier frei? Uh! Uh! Miss Jade? Ja, hier bin ich. Sind Sie okay? Geht so. Ich fühle mich angstschlagen. Ja, aber wir hauen besser ab, bevor Sie merken, was ich mir gerade von Ihnen geborgt habe. Ich glaub, das haben Sie gemerkt. Okay. Was ist das? Kann man hier nochmal rein? Drücken? Nein. Der ist jetzt für immer blockiert. Alles klar. Ich glaub, wir haben geholt, was es zu holen gab. Ich hoffe doch. Bitte schreib mir nicht sowas, wie du hast. 30 Kugeln vergessen. Das wäre echt traurig. So, jetzt huschen wir noch schnell zu Iris. Ne, Moment. Das ist ja der Parkplatz. Stopp. Verlaufen. Am besten, ähm, 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 ach da. Ja. Genau. Hier ist alles so leer. Was geht hier ab? Mehr Wachen. Oh, die Dingsbar ist jetzt anscheinend auch irgendwie. Eben gucken, ob er hier. Steht auf! Kämpf mit Iris! Äh, anscheinend... Äh, äh... Hat er schreit dazwischen? Kämpf mit Iris! Anscheinend haben die Illianer endlich begriffen. Wir sind noch zu wenige, um etwas zu unternehmen. Aber in der Zwischenzeit müssen wir Iris unterstützen. Finden Sie so viele Perlen wie möglich, damit Sie den ganzen Planeten informieren können. Sicher in Ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Ströme. Ach so, das hatten wir schon mal. Wir stehen hinter euch. Wenn die Zeit gekommen ist, könnt ihr auf uns zählen. Oh. Die Zeit für Perlen ist immer da. Und ich möchte mal... Da hinten auf jeden Fall noch diese Schranke überwinden. Sollen wir es tun? Ich werde bei Ming zu reinflitzen und speichern. Und dann werde ich, bevor ich zu Iris gehe, da hinten rein... Äh, ne? Gehe ich durch die Schranke. Und wir sollten uns eigentlich auf jeden Fall Starkus kaufen. Servus. Wir brauchen Starkus, Madame. Konto, Identifizierung. Okay. Hat die unendlich Starkus Vorrat? Ich glaube, ja. Ja, ich glaube, hier ist einer der wenigen Orte, wo man für immer und immer und immer Starkus kaufen kann. So, ich sollte nicht so krass übertreiben, aber gut sie zu haben, ne? Und vielleicht sollte ich auch direkt eins essen. Oder zwei. Ja. So, hier eben rein und speichern. Ming zu's Geschäft. Das hat er eigentlich wieder so im Angebot. Kugeln für Cash. Viel Kugeln, wenig Cash. Also ich jetzt. Miau. Spielspeichern. Ah. Ja. So. Das haben wir jetzt gemacht. Mal kurz hier durchgehüpft. Ja, und weil wir jetzt den Schlüssel haben, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es gibt was Schönes zu sehen. Ich freue mich schon. Wir brauchen einen Spezialschlüssel. Oh nein, das ist der mit dem Blatt. Also ein Stern. Und könnt ihr euch erinnern? War das nicht beim letzten Mal ein Dreieck? Haben die den jetzt geändert? Ich fühle mich verarscht. Gut, dann habe ich euch zu viel versprochen. Tut mir leid. Alpha heißt Morda! So. Akkuda Bar? Oh, der Besowski hier am Rand ist weg. Was möchtest du uns sagen? Gibt's da was Neues? Hey, Mo. Weißt du, dein Plan, den, äh... Pst. Ja. Anscheinend gibt es einen kleinen Perlenschatz. Auf dem Gipfel eines Vulkans im Krater. Mehr weiß ich auch nicht, aber es ist kein Witz. Du kannst mir vertrauen. Okay. Da waren wir noch nicht. In diesem so... Oh, hier hätten wir auch speichern können. Tut mir leid fürs Rumgerenne. Aber, ähm... Und hier brauchen wir einen Code, ne? Ja. Ähm... Was ist eigentlich mit ihm? Ist er immer noch pissig? Ich will gar nicht mit ihm reden. So, ab zu Iris, Freunde der Nacht. Hallihallo! Bin wieder da. Ah, Jade, Double H, perfektes Timing. Wir haben euch erwartet. Hier ist jemand, der euch gern kennenlernen möchte. Frau Gouverneurin, darf ich Ihnen unsere... Ja, wir kennen uns bereits. Aus unseren E-Mails. Ihre Hilfe war sehr wertvoll für uns, Frau Gouverneurin. Ohne die Codes hätten wir überhaupt nichts tun können. Ich bin überglücklich, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen können, Jade. Ihre Berichte hacken eine enorme Wirkung auf die Bevölkerung. Nicht mehr lange und ich bin sicher, dass wir auf die Unterstützung aller Helianer zählen können, um die Doms und die Alpha-Abteilung loszuwerden. Hier, das wird Ihnen bei Ihrem Kampf helfen. Danke. Er wird uns helfen, die Entführten wiederzufinden, wenn es nicht schon zu spät ist. Coole Sache. Das ist der Sternenschlüssel und sie hat ihn uns gerade gegeben. Einfach so. Wir sind nicht mehr böse. Wir haben uns kaufen lassen. Der Chef, er lebt. Unglaublich. Euer Chef? War er verschwunden? Wir fangen von der Alpha-Abteilung. Wir haben seit Wochen nichts mehr von ihm gehört. Wildschwein an Iris. Wildschwein an Iris. Hey, das ist mein Onkel, Paige. Ihr Onkel? Unser Chef? Ich hab's geahnt. Er meldet sich nur über Funk? Zur Sicherheit. Bis heute kannte niemand seine wahre Identität. Paige, bist du das? Er hört dich nicht, Jade. Ruhig, er wird's nochmal probieren. Seid ganz leise. Wildschwein an Iris. Ich hab nicht viel Zeit. Sie sind überall. Sie haben mich zum Mond gebracht. Hier sind meine Anweisungen. Leitet das an Jade weiter. Eure neue Reporterin. Lies die M-Disc, die ich dir gab, und finde das Schiff. Lies die M-Disc und finde das. Sie kommen. Oh oh. Er gab dir eine M-Disc? Bevor sie ihn geschnappt haben. Hören Sie, Jade. Dieses Schiff ist wichtig. Das fehlende Element in unserem Plan. Wenn Sie es finden, haben wir eine Chance. Paige wird auf dem Mond gefangen gehalten, vermutlich mit den anderen Opfern. Sie müssen dorthin. Nino hat einen Plan. Bitte, Nino. Sie benutzen einen Langstreckensender, um Ihre Propaganda vom Mond aus zu verbreiten. Wir treffen Sie da, wo es weh tut. Indem wir deine Berichte über Ihren eigenen Langstreckensender veröffentlichen. Das ist ein guter Plan. Sie finden das Schiff von Paige. Sie fliegen zum Mond. Sie bereiten den Bericht vor. Sie übernehmen den Sender. Sie verbreiten den Bericht. Und die Bevölkerung rebelliert. Das wäre das Ende der Alpha-Abteilung. Was sagen Carlson und Peters dazu? Sie sagen, es wäre Selbstmord. Ich sage, man wächst mit den Anforderungen. Ich sage, das ist eine nice Spende. Ich hoffe, es sind mehr als 20. Sonst sage ich, das fehlende Bindeglied zwischen Erde und Mond fehlt nämlich wegen der Racki. Vielleicht sollten wir kurz erwähnen, dass mein Raumschiff Schrott ist und dann noch um mehr Perlen bitten. Hallo. Und die Gouverneurin ist lost. Wo ist die denn jetzt schon wieder hin? Ach, Termindruck. Wahrscheinlich. Nabulare. Terroristen vom Iris-Netzwerk verbreiten üble Propaganda gegen die Alpha-Abteilung. Die sogenannten Beweisfotos, die in ihrer Untergrundzeitung veröffentlicht wurden, sind nichts als gut gemachte Fälschungen. Das hilianische Wort sagt, wir sind die Lügenpress. Wobei, wir waren ja da. Wir wissen es besser. Wow. Wir haben jetzt 20 Stück. Juhu. 20. 20. Ich frage mich, dieser Sternenantrieb, der, wo der, wie wir den, also weil der kostet 30, ne, Freunde? Oh mein Gott, der kostet 30. Wo kriegen wir die ganzen Perlen her? Damn. Und ich muss hier mal speichern eben. Huch, Telefon. Ach, da geht keiner ran? Okay. Oh. Er schien sehr geschwächt zu sein. Also Paige, ne? Jedenfalls ist er am Leben. Und die anderen vielleicht auch. Wir müssen uns beeilen. Habt ihr Infos zur Mondbasis? Sehr wenig. Keines unserer Schiffe kann die Atmosphäre verlassen. Wenn wir erst das Vertrauen aller Helianer gewonnen hätten, haben hätten, wäre eine komplette Flotte zu unserer Verfügung. Ach so. Ah. Dann seid ihr quasi der Rettungstrupp. Weil ich mich ja in Selbstmord, äh, in eine Selbstmordsituation begeben muss. Weil der Plan gerade, ich dachte nur so, fein, dass ich das alles machen soll. Und was macht ihr so in der Zeit? Artikel schreiben. Hast du schon den Sender von, äh, schon lokalisiert? Die Wellen kommen von der Oberfläche des Mondes. Sie müssen da oben eine Basis haben. Weißt du, warum Paige sein Schiff versteckt hat? Wenn du mich fragst, hat er vermutlich versucht unterzutauchen, bis die Alpha-Abteilung ihn vergessen hat. Ja, 20 Jahre übrigens, ne? Aber ich bin sicher, dass es nicht weit weg ist. Wahrscheinlich bist du schon mehrmals daran vorbei. Ohne es zu wissen. Ja, das sind wir. Allerdings. Aber wir haben es ja auch schon ausgebuddelt. Ihr könnt euch erinnern? Falls nicht, guckt mal in einem Teil, den ich zuvor hochgeladen habe. Ich glaube Teil 12. Ich will mich nicht festlegen. Ich weiß es nicht mehr genau. Wusstest du, dass Paige der Chef von Iris ist? Niemand wusste das, Jade. Er hat nie einen Fuß hier hereingesetzt. Er hat immer nur über Funkkontakt aufgenommen. Paige, der Chef des Iris-Netzwerks. Wirf es ihm nicht vor, Jade. Er wollte dich nur schützen. Hast du die Fotos aus dem Schlachthaus gesehen? Ja. Iris Ausgabe 514 ist schon raus. Es ist fürchterlich, was dort vor sich geht. Ich konnte nichts tun. Da waren überall Wachen. Es war unmöglich, näher an die Opfer heranzukommen. Du hast mehr als genug getan. Die Dinge entwickeln sich. Die Helianer haben uns wieder einmal ihre Unterstützung bewiesen. Vergiss nicht, die Perlen mitzunehmen, die sie uns gaben. Ich heute nicht lesen können. So, beenden. Gut, dann gucken wir mal. Was wollte ich jetzt machen? Also, wir haben jetzt folgende Option. Perlen sammeln und finden. Moment, ich muss ja nochmal eben speichern nach den Gesprächen. Vielleicht hat sich ja irgendwie was ergeben, was jetzt irgendwie neu ist. Irgendeine Info. Ja, Perlen sammeln. Perlen sammeln, shoppen gehen. Meinen Beluga fit machen. Das auf jeden Fall. Ja, das mache ich jetzt noch. Das, da habe ich jetzt Bock drauf. Ich will jetzt unbedingt wissen, was hinter dieser Tür ist. Und hier ist auch noch eine Tür nicht geöffnet. Ihr wisst ja, das ganze Spiel über versuche ich herauszufinden, was in diesem dämlichen, abgesperrten Bereich da hinten ist. Moment. Sind wir hier irgendwo? Rufus, Miss Seven. Okay. Seien so, als wären das die Rekorde? Dann sage ich mal nix. Okay, da hinten, wo es leuchtet, da gehen wir jetzt runter und da gehen wir jetzt rein. Ach, jetzt haben die die Wachen hier abgezogen. Seht ihr bestimmt. Und jetzt sind die quasi vorne, im Stadtteil vorne und jetzt sind hier keine mehr. Können wir trotzdem hier rein, sowieso. Wir haben ja den Schalter, also den Schlüssel. So, dann gucken wir mal, was hier abgeht. Alpha-Abteilung, Hauptquartier. Oh Gott. Jetzt bin ich aber... Egal, was passiert, lassen Sie sich nicht erwischen. Die kennen keine Gnade. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also, mit Gnade habe ich sowieso nicht gerechnet. Okay. Hier ist noch so das Logo auf dem Boden. Ja, nice. Eigentlich schon ganz cool für so ein Hauptquartier. Also gut eingerichtet. Da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht bei der Deko. Hier so ein paar abgebrackte Fässer. Und da so ein Propeller. Also es hat schon so einen leichten Industrie-Charme. So, Kollege, bitte drücken Sie den Knopf. Warum sind Sie nicht einfach mitgefahren? Gut, jetzt mal abwarten, was hier so abgeht. Oh, oh. Ich habe Angst. Auf jeden Fall ruckelt es gerade tatsächlich ein bisschen. Was mich auch gerade ein bisschen ankotzt. Aber ich glaube, es wird besser. Müssen wir jetzt etwa warten, auch bis die Dinger da weggucken. Diese liegenden Blazer. Ich glaube, der oben dreht. Da ist jetzt noch einer dazu gekommen. Ach so. Ah. Ich glaube, der geht gar nicht weg. Da können wir bestimmt so dann vorbeilaufen. Oh. Scheiße. Wir müssen auch noch hoch. Okay, er kommt. Und geht. Und wir laufen hinterher. Kann ich mich hier verstecken? Ich glaube, ja. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt gehen wir hier lang. Gott, ich laufe hier quasi blind. Oh. So, ich habe mich täuschen lassen tatsächlich. Und zwar glaube ich, dass der da hinten gar nicht... Also ich muss gar nicht so vorsichtig sein, wie ich war. Ich kann ein bisschen, ähm... Ja, man könnte schon fast sagen... ...unvorsichtiger sein. Und zwar muss ich nicht... Also, ne, das hier geht ja voll klar. Und jetzt kann ich nämlich in einem so durchrauschen. Nämlich einfach hier drunter verstecken. So. Das reicht denen nämlich schon. Die sind da alle ein bisschen... ...schlecht in ihrem Job. Und gucken gar nicht hier unterm Rohr. Und jetzt ist er wieder am Start. Okay. Jetzt hier rüber? Ui. Okay. Krass. Okay, der dreht sich ja relativ flott. Aber der macht immer so... Halbkreise. So, jetzt kann ich nämlich mal eben hier hängen. Jetzt dreht er sich. Und dann... Wenn er zur Seite guckt... Jetzt guckt er da hin. Und jetzt guckt er wieder weg. Ja. So, wer klappert jetzt hier rum? Ah, da ist einer da drin. Okay. Das Doofe ist ja wirklich, dass sie dann aufsteht. Zum, äh... An der Wand langlaufen. Oh Gott. Oh Gott. Aber ich glaube... Also, ich weiß gar nicht, ob er sich hier dreht. Ich glaube nicht. Nö. Ich ziehe das jetzt durch. Bis zum Ende. Oh. Aha. Gut. Das hat doch ganz gut geklappt. Aber was müssen wir denn jetzt tun? Wir rollen uns erstmal hier rein. Drin ist drin. Kann ich dann auch viel besser erkunden. Ob er wohl ganze Runden läuft? Ich glaube ja. Nein, das ist nicht. Oh. So. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Kugelalarm. Damn. Ist das nice. Ach, wie schön. Aber jetzt nicht gierig werden. Auch hier könnten Fallen eingebaut sein. Aber das war jetzt auf jeden Fall sehr cool, weil das waren zehn Stück. Juhu. Schnell speichern. Mal eben hier auf Ming zu. Jawohl. Das war aber verdammt gut bewacht, ne? Ja gut, waren noch eine Menge Kugeln, die man hier abgreifen konnte. Das erklärt es dann natürlich. Um eine Vorwärtsrolle... Ja, hallo? Kriegen wir diese Nachricht jetzt wirklich jetzt? Wir kämpfen uns mit Vorwärtsgerolle durchs Spiel. Und die Nachricht kommt jetzt. Ich bin ein bisschen empört. So, wo muss ich denn... Kann man hier nicht hoch? Nee. Aber wozu dann bitte die Treppe? Oh, sinnlos. Egal. So, gerollt. Und was ist das? Ein Feuerbecken? Ach, das soll jetzt hier so weitergehen. Okay. Ja. Was sind das denn für Flügel? Ich glaube, ich muss rennen. Kämpfen ist zwar... Ich bin zwar immer bereit, mich irgendwie zu verteidigen, aber ich glaube, kämpfen ist in dem Fall keine gute Idee. Die rollen einfach. Können wir die abhängen? Go, Jade! Go! Wuhu! Oh, nein. Nein! Nein! Wo geht's denn hier runter? Ich fühl mich verarscht. Okay, die Kugeln haben mich schon geplündert. Jau, 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 jau! Ich bin voller Adrenalin. Okay, mal eben tanken hier. Essen, esst, essen. Okay. So, jetzt nochmal den ganzen Spaß. Erstmal ganz kurz, by the way. Was hatte er bitte für schäbige Flügel? Das war jetzt sowas, das Gegenteil von krass gruseliger Gegner. Ja, so Pseudo-Flügelchen am Rücken. Aber hey! Nein! Ich hab mich nicht verlaufen. Ich komm klar. Ihr braucht mir den Weg nicht zeigen. Oh nein. Oh nein. Aber wie er einfach so hinter mir rumschwebt. Ach, das war gar nicht. Mein Leben ist tatsächlich Herzklopfen im Ton. Wuhu! Ich hätte vielleicht auf so ein Taxi springen sollen. Das wäre viel schlauer gewesen. Auf so ein Blaues. Ich spring mal hier lang. Das kommt mir irgendwie schlauer vor, sicherer. Safety first! Safety first. Jade! Du musst springen, wenn ich das drücke. Verdammt. Nein! Nein! Ernsthaft? TNA, Team nicht auflösen. Carson und Peter, Seite 823. Lass sie gehen! Sie führen uns zu einer noch größeren Beute. Jawohl. Jawohl. So, erstmal danke, Kollege Double H. Ach, das sind sie gar nicht. Die habt ihr alle dieselbe Rüstung an. So, da steht ja. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, für das erste sitzen wir am Boden fest. Wir müssen es schaffen, den Beluga zu reparieren. Sobald beide Flugstabilisatoren eingebaut sind, ist er voll funktionsfähig. Hast du nähere Informationen zur Mondbasis? Negativ, Miss Jade. Ich weiß nur, dass man erst kürzlich eine Ladung mit Ausrüstung hochgeschickt hat. Ah, wir könnten uns theoretisch verstecken. Also wir könnten uns quasi als blinde Passagiere mit an Deck schummeln. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen hier unser Flugmoppet reparieren. Das scheint die beste Entscheidung zu sein. Und kaufen wir uns erstmal den Flugstabilisator. Weil wir haben ja 30 Kugeln und wir brauchen dafür 20. Uh, ne, schleichen muss ich hier nicht. Und, ähm, das heißt, das kaufen wir jetzt als erstes. Weil ich nicht weiß, wofür man diesen anderen komischen... Moment, wo fahren wir überhaupt lang? Basis, ja. Ich habe immer ein Glück, ne? Also ich biege einfach mal ab und ich bin doch auf dem richtigen Weg. Äh, ja, was wollte ich sagen? So, wir kaufen jetzt erstmal das Teil für einen 20, für 20 Kugeln. Bei der Mamago-Werkstatt. Bauen das ein. Und dann gucken wir mal, ob wir mit unserem Beluga eventuell so fliegen können, dass wir anders auf den Inseln um uns herum landen. Also, dass wir auf den Inseln landen können, um uns herum, um da vielleicht Vulkan... In diesem Vulkan sollen ja Kugeln sein, dass wir die dann sozusagen plündern. Flugstabilisator, so. Den kaufen wir uns jetzt, dass ich hier auch keinen Rabatt kriege für den Kram, den ich hier schon alles... ne? Was ich hier schon alles gekauft habe. Ich bin die einzige Kundin in diesem Laden. für Zwillingsreaktor des Schiffs. Gut, wir kommen wieder, wir sehen uns und dann kaufen wir... für 30 Perlen... den Sternenantrieb. Ja. Den könnt ihr uns schon mal reservieren. Kann sich nur noch um Wochen handeln. zack. So, wo habe ich noch mal gewohnt? Wo ist der Leuchtturm? Was? Ist ja nicht deren Ernst. Jetzt ballern die auf harmlose Kinder. Was haben die denen denn bitte getan? Und wieso habe ich hier... Ach, okay, Entschuldigung. Wieso habe ich hier so gerade so viel Power unterm Po? Also mit meinem... Powercraft... Kraft... Kraft... Ich fliege es nicht hin. Damn, was ist denn jetzt da los? Sind wir schon zu spät? Ja, Entschuldigung. Ich beeile mich. Und jetzt? Nein, 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 nein! Pablo? Finn? Johan? Vorsicht, Miss Jade! Die Alphas könnten noch hier sein. Bubble H, sie haben die Kinder. Ist hier jemand? Umi? Sasa? Und mein Hund? Nur so ein paar Kababs am Start hier. Oh nein. Aber die haben wir uns erstmal eingesteckt. Alle weg! Und wir sind wieder allein, allein. Oh, jetzt können wir dich knipsen. Du, dich habe ich die ganze Zeit gesucht. Was bist du denn für ein komisches Viech? Hier geblieben. Da gibt es bestimmt ganz gut Geld. Jetzt kriegen wir für den, weil der so selten ist, bestimmt ganz viel Kugeln. Ja, träum weiter. Erstmal ein Foto hinkriegen. Was geht denn hier ab? Ich weiß nicht mehr, wie man das Spiel spielt. Da war zu lange Zeit dazwischen. Ein zweibeiniger Otter? Unglaublich! Ja, glaub's lieber. Für tausend kriegst du das Bild. Ja, den zweibeinigen Otter haben wir noch und die Kinder sind weg. Toll. Gut, dass wir den Belua schon mal ausgegraben haben. Weil ans Terminal wären wir jetzt vielleicht auch nicht mehr dran gekommen. Also man muss jetzt auch einfach mal so denken. Ist zwar vielleicht fies oder asi. Tja. Jetzt ist es was Persönliches. Uff. Wenigstens dem geht's gut. Die Kinder sind weg. Und du? Du konntest nichts tun. Du bist hier. Gesund und am Leben. Was glaubst du, wer du bist? Hast du geglaubt, du hättest etwas dagegen tun können? Nein, Buff. Du hast dich getäuscht. Vollkommen und absolut getäuscht. Niemand kann etwas tun. Niemand kann etwas tun. Wir müssen jetzt gehen, Miss Jade. Es ist vorbei, Double H. Vorbei. Sie sind noch am Leben, Miss Jade. Paige, die Kinder, sie leben alle noch. Ich glaube, ich ahne, worauf das hinausläuft. Aber wir haben das Terminal ja schon benutzt. Aber danke fürs Zeigen, liebe Videosequenz. So, wir haben uns nicht zum Aufgeben bewegen lassen. Beziehungsweise, die können uns jetzt mal getrost... So leicht lassen wir uns hier nämlich nicht. Ihr wisst, was ich sagen will. Warum schleiche ich eigentlich? Ist schon wieder soweit. Ähm, ja, wir haben, äh... Im Endeffekt hatten wir eh vor, Paige zu retten. Den Grund hatten wir bis zum Schluss und dass die Kinder jetzt noch entführt wurden. Wir wären sowieso vorbeigekommen, wisst ihr? Und das ist echt eine Frechheit, Kollege. So, du kannst jetzt erstmal eine Runde Skifliegen. Wie gefällt dir das? Ach, da sind direkt noch ein paar. Ah, ich verstehe. Oh nein. Double H steht da nur rum. Die wird das schon regeln. Ja, ja. Mist, ich muss zoomen. Ich muss zoomen! Ich brauche Zeit zum Zoomen. Oh nein. Nein! Insgeheim kämpfe ich nur immer so lange, damit ich Gitarre hören kann. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's! Halt doch mal still! Damit ich dich auch wirklich erledigen kann. Ja. Nerv! Aber wir haben es geschafft. Was? Jetzt sind die einfach zerfallen. Schnell! Oh nein! Oh! Okay, ich reg mich jetzt nicht auf. Ich reg mich nicht auf! Was ist das hier eigentlich für ein Knöpfchen? Der Schild! Wir haben den Schild deaktiviert. Nichts. Nichts. Krass. Die haben uns hier echt komplett lahmgelegt. Die haben uns alles genommen. Selbst den Saft haben die uns abgedreht. Zeit für einen Beluga. Eine Beluga-Reaktivierung. Wo ist... Ich hab die Höhle doch schon aufgemacht. Warum haben die die... Warum ist sie denn... Ja, wieso ist sie denn wieder zu? Jetzt muss ich ja doch wieder ins Terminal rein. Oder auch nicht. So. Das aktuelle Teil, was ja fehlt, habe ich... War das gerade eine Spinne? Ich glaube, hier ist gerade eine spinnenlange Rand. Wahrscheinlich hätten wir die knipsen müssen. So, Freunde. Das sollte reichen. Das Schiff ist wieder voll funktionsfähig. Zeit für einen Testflug. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja, jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, was jetzt passiert und wie sich das Teil hier fliegen lässt. Und ob es nice ist oder ob es nicht nice ist. Das schiff ist wieder, was jetzt passiert. Hä? Wer fährt denn da mit unserem Bötchen? Um das Horrorcraft an das Schiff anzukoppeln. Aha. Ja, aber... Huch! Ach, das ist ja... Ich bin völlig begeistert. Wie cool ist denn das? Ja, ich finde es immer so frech, der ist so teuer. Ich gucke erst mal, wie ich hier andere Perlen aufsammeln. What? Nein! Ah, ich kann schießen. Oh Gott, wie steuere ich das? Oh Gott, nein, das ist nicht gut. Oh Gott! Hier geblieben! Ich darf das Ding nur nicht hochreißen, dann ist alles fein. Uh! Damn! Ja, ist ein bisschen wie Podracer fahren. Läuft! Kann man, äh... Kriegt man hin. Der Himmel leckt, wusstet ihr? Wo ist er denn? Ich hab ihn vor... Oh, ja. Entschuldigung, aber ich muss mich erst mal hier dran gewöhnen. Wie fliegt man eigentlich? Ja, wie fliegt man eigentlich? So, du musst dich gar nicht so schnell hier wegbewegen. Ich muss irgendwie einen guten Weg finden, hier auszuweichen. Ich würde sagen, der einzige Weg auszuweichen ist eventuell weiter runter zu fliegen. Ich würde dir schon mal hier hin. Ich würde mich gar nicht sagen... Das ist ein kleines Zei. Das ist ein kleines Zei. Das ist ein kleines Zei. Ja, der Beluga kann schon was, man wird direkt auch ins kalte Wasser geworfen, indem man sozusagen direkt hier dieses Ding killt. Oh Gott, ich glaube, ich habe jemanden freundlich besonnenen abgeschossen. Nein, wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich habe es, glaube ich, verloren. Ach da, passt doch von meiner Nase auf, okay. Ah, es gibt auch Kugeln am Himmel. Wie kommen wir da jetzt dran? Ich dachte schon, wo ist sie? Ich kriege sie nicht mehr, verdammt. Ja, das haben wir schon gehört, wir wissen Bescheid. Ähm, ich fürchte, wir qualmen gleich wieder. Reparieren. Ja, reparieren. Ist ja nicht viel, was man hier reparieren kann. So, ich sehe da was Vulkanöses. Sagt man das so? Nein. Was Vulkanartiges und, äh, uh. War hier nicht mal die Rede von so einem Perlenlager? Äh. Ui. Das könnte doch der Vulkan sein, oder? Müll abwerfen auf festem Boden verboten. Müll ab, aber ich habe nicht vor, Müll abzuwerfen. Damn, für wen haltet ihr mich? Ich würde doch hier niemals Müll hinschmeißen. Tut mir leid für diese Misere. Müll abwerfen auf festem Boden verboten. Krass, da haben die sich echt noch die Mühe gemacht und das Spiel hier von oben auch designt. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Letzte Warnung. Aber hier wohnen doch auch Leute. Was wollen die denen denn sagen? Sie verlassen die territorialen Gewässer. Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Letzte Warnung. Ja, das interessiert mich erst, wenn ich abgeschossen werde. Okay, ich fahre zurück. Ja, ja. Ja, aua. Ja, ich habe es verstanden. Oh Gott. Oh, damn. Ich dachte vorher immer so, ah. WTF, das betrifft uns nicht. Aber wir haben doch auch noch diesen Neutralisator. Oh. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Letzte Warnung. Sie betreten eine gefährliche Zone. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Okay, ich habe die stärkeren Waffen. Ich bin schon weg. Okay, okay. Ich wollte es ja nur mal versuchen. Aua, aua. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Letzte Warnung. Ach. Klappi. Oh, der war neu. Manta Cyania. Bravo, Jade. Das ist doch jetzt hier die Fabrik, oder? Ach so, ich habe ja auch... Auch hier habe ich ja einen Kompass. Warum nicht gleich so? Ach ja, auf der schwarzen Insel der Vulkan. Hat er ja noch gesagt. Äh, da. So. Das da, ne? Da war die Rede von? Von dem Perlenlager? Nein. Ihr versteht mich falsch. Ich versuche hier zu parken. Ey, was soll das? Stopp. Ah. Okay. Ja. Dann fahren wir jetzt hier rein. Hoffentlich finde ich das hier so wieder. Schatz des Vulkans. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Ja, warum? Der Schatz soll von einer Krohax-Kolonie bewacht werden. Okay. Damit werden wir fertig. Krohax, hin oder her. Hier gibt es so ein Speicherding. Oh. Ach, wie süß. Aber den haben wir, glaube ich, schon mal geknipst. Ja. Den kannten wir schon. Oh, was ist das hier? Aurelia Magnificenz. Magnificenz. Magnificenz, so. Die Auflistung wird langsam. Vielen Dank noch einmal. Okay. Dieser Film ist voll. Gut. Ich überweise eine Perle, Jade. Mhm. Und ich werde den Film neu laden. Jo, jo, jo. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Diese Seite haben wir voll. Also, so viel Perlen kann man gar nicht mehr kriegen hier. Doch. Können wir wohl. Ich habe gelogen. Hier ist noch eine ganze Seite und noch mehr und noch mehr. Geht also noch. Gut, dann überschreiben wir mal den Nordflügel. Kann ich das denn hier? Und was ist das da? Ach so. Oh, ah. Da müssen wir auch noch hin. Wie konnte ich das übersehen? Oh, hier hat irgendwer was netterweise für uns zurückgelassen. Gute Arbeit. Cool. Steigert nämlich unsere Fahrzeugenergie um einen Schraubenschlüssel. Und da ich ja immer alles kaputt fahre, ist das schon in Ordnung. Und schon ganz gut so. Quasi nice to have. Und jetzt gucken wir mal, was hier drinnen auf uns wartet. Ist das eine Schlange? Oder was soll das sein? Oder ein Seil? Lebst du? Oder was ist das? Deko. Ja, diese Schreie kommen mir doch stark bekannt vor. Erinnert mich an eine der ersten Teile in unserem Bein-Let's-Play. Hä? Oh. Jetzt. Ernsthaft. Ich fahr schneller? Muss ich hier auf irgendwas schießen? Oder was geht hier ab? Hier entlang mit Jade und dann ist er einfach hochgehüpft. Vielleicht hat er wieder irgendeinen Move drauf, den ich benutzen kann. Ne, hat er nicht? Hat er nicht. Wir kommen nicht in den, was? Wir kommen nicht in den Weltraum. Ich weiß. Alles über diese Schiffe. Was? Ich weiß alles über diese Schiffe. Wir haben sie in der Operation Tair benutzt. Tair? Tair? Es ist nur eine Frage des Antriebs, Miss Jade. Oh nein! Ihr wisst, worauf das hinausläuft. Mit einem Sternentrieb könnten wir die Atmosphäre verlassen. Ich hab's geahnt. Wir kommen also nicht drum rum. Wir brauchen Kugeln ohne Ende. Gut, dass wir hier sind, Freunde. Gut, dass wir hier sind. So, hier kommt man rüber. Wahre Worte. Wir kicken jetzt die Brücke damit hier runter. So, super Action! Jo, ich hab zu danken. Das ist ja immerhin wahrscheinlich unser Rückweg. Warte auf Befehle, Miss Jade. Ja, kommen sie ran. Kommen sie ran. Immer her damit. Also sie jetzt. Carson und Peters! So, der hing grad fest. Wir mussten ihn nochmal wie Special machen lassen. Und jetzt kommt er auch. Ist er da? Ja. Krochax. Krochax. Ja, die haben wir ja, wie gesagt, schon mal geknipst. Krochax in sich. Gesundheit. Versuch dir jetzt einfach mal ganz frech abzuschießen. Ich glaub, das wird mir eher nicht gelingen. Juck den gar nicht. Ich glaub, ich muss ihm gleich mal ein Herzchen sponsern. Also wenn ich ihn schlage, er verliert gar kein Leben, wenn ich ihn schlage. Ist mir grad mal so aufgefallen. So, direkt mal einsammeln. Ach, das ist jetzt hier Buggy, oder wie? Ach nee, da ist es. Okay. Ja, ich treff den trotzdem nicht. Doch. Ja, her mit der Murmel. Ja, gut. Eine Kugel mehr. Nummer 16. Von 30. Ich hoffe, das hier ist ein sehr langer Tunnel. Mit vielen Kugeln. Achso. Achso. Jo. So, Krochax. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Ich glaub, der ist für da hinten geplant. Hä? Wie geht's denn hier lang? Komm mal her. Versuch dich zu pullen. Er ist zu weit weg. Ja, vielleicht kriegen wir den ja so abgeschossen. Hau mal ab da. Ich versuch hier. Ups. Nochmal. Das geht also nicht. Eindeutig zu schnell. Aber. Wie kommen wir denn dann dahin? Ah. Also davon können meiner Meinung nach ruhig noch ein paar mehr auftauchen. Immer wenn die eine Kugel fallen lassen. Finde ich gut. Ja, Nummer 18. 17 und 18 sind safe. Ach, geht das hier lang? Nee. Irgendwie nicht. Ah. Können hier lang springen. Und dann nehmen wir einfach den Weg von der anderen Seite. Den hab ich gar nicht gesehen. So geht's natürlich auch. Ja, auch das hatten wir schon mal. Kick. Ich hab mich noch nie so über Krochax gefreut. Ohne Witz. Ist das nice. Aua. Und? Ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Welche soll ich jetzt zuerst mal prügeln? Irgendwie klingeln. Komm. Ja. So. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Hm? Cool. Jetzt fehlen tatsächlich nur noch acht Stück. Das ist sehr, sehr cool. Bringt uns eine ganze Ecke weiter. Oh mein Gott. Wirklich. Echt übel. Oh. Und das war noch nicht alles. Auf jeden Fall. So, das sind schon vier. Oh Gott. Ich freu mich grad. Juhu. Ich glaub, ich seh hier noch mehr. Wir sind reich, 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 reich. Reich an Erfahrung und reich an Kugeln. Ja, wenn wir hier lieben rauskommen, auf jeden Fall. Oh, er hat auch mal was erledigt. Krass. Oh, jetzt fehlen nur noch drei Stück. Ich glaub, das war's aber schon, ne? Also. Ne, ich mein, ich will jetzt hier nicht gierig wirken, aber. Ich glaub, wir haben alles gefunden, was es zu finden gab. Also, mehr Krohrax sind hier nicht. Dann zurück. Huch. Und ich glaub, wir haben auch gleich wieder eine Perle für unsere Foto-Action. Oder zumindest können wir auch vielleicht eventuell noch mal Ming-Tzu, äh, leer kaufen. Ich glaub nämlich, dass das wirklich sein muss, dass man, das ist, wurde mit einberechnet vielleicht. Dass man da hingehen muss. Und das kaufen muss. Könnte sein. Wenn ich mich irre, sagt's mir nicht. Dann wär ich traurig. So, da sind wir an unserem Schiffchen. Das haben wir schon geplündert. Okay. Moment, kurzer Kartencheck. Eventuell ein Tier übersehen. Ja, vielleicht. Maybe. Oder? Nö, doch nicht. Nö. Alles mitgenommen. So, dann nix wie raus hier. Huch, da lang. Nein, da lang. Um das Horrorcraft an das Schiff anzukoppeln. Ja, das läuft doch wunderbar. Ich kann, also, eine Technik hier, die mich echt begeistert. So, wie komm ich jetzt hier raus? Ach so, die Maus, äh, gibt die Richtung an. Ich brauch plötzlich ganz viel von meinem Mauspad. Das verwirrt mich total. Miu. Und dann haben wir, glaub ich, auch schon alles gesehen, was irgendwie wichtig und richtig und interessant ist. Hier ist halt mega viel Land, wo du dich fragst. Warum? Warum ist hier so viel Land? Gut, dann gucken wir mal, was, äh, Ming-Tzu, also, wie viel Geld wir erstmal haben. 6.717. Wuh. BTF. Ach, hier kommt man gar nicht rein damit. Man wird, okay, man wird immer zurückgeworfen. Nein, ich will ja gar nicht. Lass mich los. Ja. Jo, dann sind wir jetzt hier bei Ming-Tzu. Und der hat ja gerade angerufen und gesagt, dass er noch eine Kugel für uns hat, oder zwei. Er sagte, er hätte eine neue Lieferung gekriegt, was das jetzt hier heißt, weiß ich nicht. Es ist wahrscheinlich eine. Ich sehe eine. Wir quatschen ihn einfach mal an. Hallo. Hallo, Ming-Tzu. Hallo, Fräulein. Wenn Sie etwas kaufen möchten, brauche ich Ihre Kontonummer, bla bla. Konto-Identifizierung. Okay. Okay. Dann nehmen wir die hier. Fehlen noch zwei Stück. Und eigentlich... Ah, die haben wir noch nicht gefunden. So, die eine hat er angeboten. Ich gebe mal eben vollpint. Und dann können wir nämlich da hinten am Schlachthaus... ...rennen noch mal teilnehmen. So nice bin ich noch nie gesprungen. Cool. Yeah. Yeah. So, jetzt holen wir uns noch die vom nächsten Rennen, vom vierten. Und dann habe ich es auch hinter mir. Dann muss ich auch nicht mehr gegen Francis hier antreten, in seinem komischen Perlenspiel. Das sowieso fragwürdig ist, ob das alles so fair abläuft. Aber hier hat man echt keine Wartezeiten, ne? Wenn man hier reinkommt, geht es sofort los. Juhu! Yeah! Wir fahren direkt in die Mamak-Go-Werkstatt! Ist das schön! Ja, besinnliche Abendstimmung hier in Helis. Und alle wissen schon Bescheid, Jade hat die 30 Kugeln gekauft, äh, beziehungsweise erwischt, gewonnen, gefunden, wie auch immer. Ne? Ach, der Beluga wird mir jetzt ja auch angezeigt, okay. Na, wo haben wir denn hier unseren Flitzer? Ach, der ist hier oben. Den können wir ja connecten. So. Hier können wir auch drauf landen. Achtung! Wo kommen wir denn jetzt hier aus, wenn wir da gelandet sind? Ach so. Ach, dann haben wir nicht da geparkt, sondern sind hier durch. Verstehe. Macht Sinn. So. Gespeichert. Safety first und so, ne? Gab's hier nicht auch noch Automaten mit Carbabs? Ach so. Ist ein Starko drin? Okay. Das auf jeden Fall. Eine Boost-Kam-Dietra-Dietra-Einstar-Kurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Die Reparatur-SOD stellt einen Schlüssel der Fahrzeugenergie wieder her. Ja, sehr schön. Alles klar. Kann nicht schaden, wenn wir jetzt in den Weltraum fliegen. Wir brauchen auf jeden Fall eine kurzzeitige Verdreifahrung der Maximalgeschwindigkeit des Fahrzeugs. So. Kugeln investieren, also Perlen. Gut gemacht, Jade. Sorgt für den notwendigen Antrieb, um die Anziehungskraft von Hillis zu überwinden. Der Sternenantrieb aktivieren auf Q. So, nochmal einmal schnell speichern. Ganz oben. Am besten. So, ich bin gespannt, was jetzt hier passiert. Ja, ola. So, dann geht's jetzt ab in den Weltraum. So, dann ab die Post. Was, Alter hier? Wir müssen nur geradeaus, glaube ich. Wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht. Das hier sieht kraterig genug aus. Oh je. Selin? Hä? Wieso Selin? Mondbasis voraus, Miss Jade. Äh. Ja. Entschuldigung. Ist gerade... Bin gerade kameratechnisch ein wenig unsensibel. Da ist der Sender. Da müssen wir irgendwie hinein. Ja, da fliegen wir jetzt einfach gnadenlos geradeaus rein. Und gucken jetzt mal, was passiert. Äh. Ja, genau. Knapp dran vorbei. Fast getroffen. Hm. Ja. Ja. Jetzt aber. Gut, dass ich nie selber parken muss. Bin schon mal sehr glücklich. Von außen hat man eine gute Sicht auf den Sender. Ja. Sobald wir den Bericht fertiggestellt haben, müssen wir hierher zurück, um ihn zu verbreiten. Tabulare? Johnny. Ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Jo, lass mal sehen. Karte. Das ist ja sehr aus, äh, aus, äh, kunftsfreudig, diese Karte. Sie sagt ungefähr nichts. Zoom. Zoom. Achso. Da ändert sich auch nichts. Okay. Bin begeistert. Ja, dann gucken wir uns hier mal kurz um. Ich glaube. Ach, hier ist so ein Schalter. Also so Fußbodenschalter. Und das hier sieht verlockend aus. Da schlagen wir mal eben zu. Kababs, Kababs. Pronto, Identifizierung. Okay. Eine Büchse Kababs. Ein PB1 erhöht deine Energieanzeite. Oh, das ist auch schön. Eine Büchse. Ach, hier ist noch eine Kababs sogar. Das wäre auch was, ne? Äh, rausfinden, wie Kababs schmecken. Habe ich das schon gesagt? In einer der ersten Folgen wollte ich, glaube ich, wissen, wie Starkus schmecken. Aber Kababs? Könnte ich mir vorstellen, sind vielleicht so wie diese ummantelten Lollipop-Dinger, die man so nachbacken kann. Falls ihr einer kennt. Denken sich bestimmt jetzt auch, was quasselt die da? Äh, ja. Mal eben speichern. Ich überschreibe das hier gleich zweimal, weil einmal im Weltraum angekommen, wer weiß, was noch schief gehen kann. Okay. Ähm. Achso. Ne. Hier noch nicht hin, sondern hier so. Kann man das hier drücken? Ich weiß nicht, was dann passiert. Ah, okay. Die Kiste bewegt sich. Ja. Ist das da? Da ist auch noch ein Schalter. Mal gucken, wo wir da hin müssen. Ich werfe die immer schon mal ganz gerne ab und gucke, was passiert. Ich glaube, das war gar nicht so blöd. Ich kann mir schon vorstellen, was ich hier machen muss. Ich würde mal sagen, klettern. Gekonnt ist gekonnt. Ne, Spaß. Ich weiß nicht. Ich probiere es einfach mal. Wer weiß, wie weit wir kommen. Aber die Kiste hier hin zu verfrachten, war schon gar nicht so doof. Weil wir haben ja ihn dabei. Er kann ja drücken. Oder? Achso. Oh, da ist auch noch eine Brücke, sehe ich gerade, wo ich hier so hänge. Wahrscheinlich müssen wir die von der anderen Seite runtertreten. Und das hier war auch ganz gut. Wobei ich mich jetzt frage, ob wir das hier wieder anvisieren müssen, können. Weil ich glaube, drauf springen und hochziehen kann sie ja nicht, oder? Nein, das kann sie nicht. Schade. Dann geht es doch um die Wurst und um Schnelligkeit. Und mir scheint, ich muss hier... Und mir scheint, ich muss hier... Äh, ja. Hat muttert muttert. Weggefahren. Ohne mich. Jetzt musst du nochmal zurück. Warte, was war das? Oh, eine Karte von hier oben fotografiert. Auch gut. Ja. Gut zu wissen, ne? Dann bitte nochmal. Die Wartezeit, das geht ja eigentlich. Dann machen wir das direkt nochmal neu. Hä, wo ist der Schalter? Achso, da. So, voilà. Wir sind angekommen. Lief doch wie geschmiert. Dachte ich jetzt so. Da treten wir noch drüber, hier drauf und dann hier zwischen. Und schon haben wir die Leiter unten. So gefällt mir das. Und dann kommen sie mal ran. Ja, perfekto. Was sagt er uns eigentlich irgendwas Neues? Die Dinge werden langsam kompliziert. Darum kümmern wir uns später, Miss Jade. Zuerst müssen wir den Doms, Prisa, wahrscheinlich Prisa, Priester finden, um den Bericht fertigzustellen. Ubisoft, falls ihr noch einen Lektorat oder so, also einen Lektor sucht, ich biete mich an. Du kennst das Prozedere? Auf ihr Zeichen, Miss Jade. Glaubst du, wir können die Basis von dort aus infiltrieren? Positiv. Ich habe einen Antigraf-Aufzug gesehen, als ich draußen war. Was auch immer das ist. Gut. Er wird es schon wissen. Und wie kommen wir hier rein? Reichen zwei? Wir sind nur zu zweit. Spoiler-Alarm. Haben wir vielleicht irgendwann auch noch einen dritten hier bei? Maybe? Das ist der Zugang zum Sender. Das hat jetzt keine Priorität. Ja, doch irgendwie schon. Ach so. Okay. Dann nicht. Ich dachte, wir müssen hier hin. Ist ja schön, den Weg hier offen zu wissen. Dann gucken wir noch, was hier geht. Ja, sieht auch ganz nett aus, ne? Ach, das sind hier so nur zwei. Okay. Da können wir was mit anfangen. Rom-bom-bom-bom. Ach, wir fahren jetzt hier in diese Kuppel rein. Interessant. Doms-Basis. Das sieht auch wild aus hier. Es hat irgendwie so ein bisschen Alien vs. Predator-Feeling, falls ihr euch erinnert an die Filme. Ich habe die letztens erst gesehen. War ziemlich abgespaced. Also gerade abgespaced. Passt hier sehr gut. Und es hat so ein bisschen was von HR-Giga. Müsst ihr mal googeln, den Künstler. Der ist auch sehr interessant. Finde ich. Der macht so ähnliche Kunst. Also es ist auch irgendwie so ein bisschen, ja, so organisch meets Technik meets Weltraum. Irgendwie. Ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber es sieht schon krass aus. Oh, da liegt noch was. Und was ist es? Ach, ein Spiegel. Es steht oben rechts. Okay. Äh. Ja. Dann mal eben hier hin. Ich glaube, das können wir irgendwie bewegen. Können wir das? Hä? Habe ich das jetzt hier richtig geschoben? Ach so, da. Ah, okay. Jetzt macht das Sinn. Wie krass das aussieht. Das sieht wirklich aus, als wären hier so Venen irgendwie drin. Oder so ziemlich abgespaceder Marmor. Der Marmor from outer space. Nice. Oh. Oh, das Geräusch ist sehr schön. Das gefällt mir gut. Mal ein bisschen Gas geben. Damit ihr nicht nur seht, wie ich Säulen hin und her schiebe. Ja, der hat mich gerade so angelacht. War eine gute Intuition. Hui. Ah, hier kann man durchgucken. Guckt mal, ist ja cool. Ist schon echt cool gemacht. Also, ich kann mich da jetzt nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, als Kind bin ich nicht so weit gekommen. Da hat man auch nicht so die Geduld. Also, ich jetzt irgendwie. Und dann stand da auch wieder Mathe, Deutsch und Englisch Klausur an. Und dann war eh vorbei, ne? So für den Monat. Mit Zocken. Also, meine Mutter hat da immer sehr drauf geachtet, dass ich bitte auf jeden Fall lieber für die Schule lerne. Ist ja auch richtig. So, jetzt hier hin. Mhm. Den Strahl, den nehmen wir jetzt hier mit, ne? Der wird uns hier alles erleuchten. Wir gucken, dass wir das Ding jetzt hier bis zur Unendlichkeit weiterführen. Und hier ist es echt hell. Ach so, da können wir auch noch hin. Äh. Hä? Ach, hier können wir noch so eine Säule rausfahren. Jo. Ähm, so. Nee. Bis es Pling macht. Falsche Richtung. Erstmal kurz nach rechts. Den da. Genau. So, was haben wir da gefunden? Ruselig. Also, irgendwie ist das auch. Ach so. Ja, es fühlt sich hier nicht so sch... Also, es ist nicht so die... ...beste Atmosphäre. Gerade weil im Hintergrund die ganze Zeit... Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber irgendwer schreit. Und auch Kinder schreien. Oh Gott. Hm. Okay. Äh, ja. Den müssen wir jetzt drehen. Nein. War schon richtig. Jo. Äh. So, dann haben wir den hier hingefrachtet. Aber können wir den jetzt hier... Ist das schlau? Sollten wir den direkt weiterleiten? Ohne Zwischending, oder? Ach so. Den müssen wir anschießen. Ähm. Okay. Entschuldigung. Ja, ja. Verzeihung. Sie sind doch in meinen... ...Diskwerfer gelaufen. Keine Ahnung, ob das jetzt schlau war. Moment. Ich muss bei ihm hier fummeln. Bitte hoffentlich. Er soll nicht wieder an meinen Weg reinrennen. Ah, das ist also keine Option. Alles klar. Oh, was war es? Hä? Strahl? Wo bist du hin? Ach, Mensch. Ja, so. Oder? Ey. Der dreht sich immer noch mal ein Stück weiter. Seine Schweinerei. Gut, dann machen wir das da entlang. Ne? Und das Ding hier dann wieder raus. Dann haben wir es nämlich geradeaus raus quasi. Alles muss geradeaus raus. Ach so. Der noch ein Stück. Und zwar... Und zwar... Ein wenig nach da. Genau. Und das dann nämlich geradeaus. Und dann ist es auch schon fertig. Jetzt nur den richtigen. Ja. So, ich nehme mal an, der Vati wird uns weiterführen. Beleuchtet, ne? Jawohl. Gut, dann rennen wir mal eben ein Stück. Ein bisschen leckig. Huch, wo sind wir hier? Oh no! Paige! Ich glaube, der kriegt gar nichts mehr mit. Dann hole ich da raus. Ähm. Ähm. Das ist jetzt die Frage. Müssen wir die... Alle von... Also würde ich jetzt die erste Reihe... Wenn man sich das Gebilde hier so anguckt und man überlegt sich die erste Reihe zu beleuchten. Also außenrum. Huch, zurück. Kann man ja irgendwie davon ausgehen, dass vielleicht diese Wände hier sich bewegen und man... sich so Schicht für Schicht durcharbeiten muss. Ich weiß nicht, was ihr denkt, was passiert. Ich mach das jetzt einfach mal so. Wir arbeiten uns von außen nach innen wie durch eine Zwiebel. Klingt nach einem Plan. Okay. War es das nicht schon? Habe ich einen vergessen? Ach, den da! Ach so. Ja. Ups. Feintuning kommt jetzt noch. Ja, das sieht gut aus. Ha! Juhu! Bewege ich denn jetzt... den? Soll ich nochmal dieselbe Säule bewegen? Nein. den da. Ja, okay. Oh, wie schön das ist, ne? Sieht gut aus. Cool. Und jetzt würde ich den einfach wieder einen weiter drehen. Läuft! Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, Pagy Boy. Dann raus aus deinem Bärensteingefängnis. Was auch immer. Ach so. Ah. Aktion. Er kann helfen. Oh no. Oh no. Oh no. Ich werde dich holen. Ich bring dich nach Hause. Okay. Was soll das jetzt bedeuten, weil der gerade so den Kopf geschüttelt hat? Heißt das, Paige hat keinen Puls mehr? Wir können immer noch die anderen Opfer retten. Wir müssen den Bericht fertigstellen, Miss Jake. Ja, ich brauche mal eine Minute, Mann. Reden. Paige. Sag etwas. Oh man, er sagt gar nichts mehr. Was sagst du dazu? Der ganze Weg hierher. Umsonst. Er hat sein Leben dem Kampf für den Frieden gewidmet. Jetzt liegt es an ihnen, den Kampf fortzusetzen, Miss Jade. Wir kommen näher. Wir müssen das große Gewölbe finden, Miss Jade. Möglicherweise sind dort auch die Gefangenen. Und sicherlich werden sie da den Domspriester finden, um den Bericht zu beenden. Okay. Ja, wir müssen jetzt so ein bisschen, ähm... Wir dürfen uns jetzt hier nicht entmutigen lassen. Obwohl mir gerade danach ist. Okay. Dann machen wir hier eine kurze Speicherrunde. Kloster. So, so. Äh. Ach, hier ist offen. Schwer zu... Ich hab's jetzt echt nur durch Zufall gesehen. Geben Sie die Deckung nicht auf, Miss Jade. Wir müssen zuerst die Informationen übermitteln. Ja. I try so hard. Juhu. In den Lift gerollt. So, wo sind wir denn jetzt hier? Was muss ich tun? Ich werd mich mal... ...vorzugsweise besser ducken. Wobei, hier ist ja nix. Kann ich auch durchrennen. Ah. Wie, hm. Wer schreit? Oder wer, wer... Wer hat hier was gesehen? Ach, da hinten sind wieder so... ...dödel. Okay, aber wisst ihr was? Angriff ist die beste Verteidigung. Oh. Diesmal nicht. Und ich... Oh mein Gott, ich kann sie treffen. Was geht hier ab? Oh mein Gott, man kann denen die Schilder runterhauen. Wieso merke ich das denn jetzt erst? Das ganze Spiel über. Das ganze Spiel über. Ich hätte sie alle verprügeln können und hab's nicht gewusst. So, du jetzt auch hier mal. Feierabend, Schicht im Schacht. Ich kann nämlich hier Saltos. Uh, ha. Uh. So, jetzt... ...gibt's hier richtig... Also die Tatsache, dass ich jetzt hier nicht dumm rumschleichen muss, sondern ihn einfach wegprügeln kann, das ist mir auch durchaus ein paar Herzchen wert. Schönes Ding. So, krasse Belohnungsspitchen hier incoming. Und ich glaub, hier waren auch noch Kisten. Die können wir uns auch noch mal eben holen. Das muss sich doch auch irgendwie lohnen. Ach ja, so war ja der Salto. Hm. Ähm. Ach so, von da sind wir gekommen. Ne? Ja, und hier sind jetzt Schranken offen. Dann laufen wir hier durch. Bin mal gespannt. Nehmen wir hierher, Gott. Äh, das sieht richtig aus. Ich renne. Mir macht jetzt hier gar nichts mehr Angst. Wir sind eh gleich da. Und dann, äh... Kommt hier das dicke Endbattle. Ich seh's schon kommen. Ich hab's schon... Ich fühl's schon im Zeigefinger. Dass ich hier gleich die Maus hebelig drücken muss. Okay, das ist... Das macht zwar Spaß, aber wo müssen wir hin? Ach, zu dem Grünen vielleicht da unten? Ja, das Grüne sieht ein Land aus. Was, quasselt ihr da? Oh! Ich hab ihn nicht verstanden. Irgendwas mit die Hylianer werden langsam misstrauisch, oder so? Ach, wir hätten von da oben. Ach so. Ja, nehmen wir den. Okay. Ah, der Grüne. Jetzt sind wir hier. frisst bestimmt eine Menge Energie. Diese Technologie ist aber auch ziemlich cool. Nanu? Oha. Das ist das perfekte Bild, um zu beweisen, Das Leben verletzt mich. Nimm meine letzte Änderung und finde mir was welche. Ach. Schau mir Urwalds Methode. Schau mir Ich verstehe den gar nicht. Aber ich weiß, dass er uns irgendwie hat. Schau mir Urwalds Methum Schau mir Dumpen Stim Brat Ach, die sprechen auch noch eine andere Sprache? Läuft. Schönes Bild. Shawnee Double H Schnell Verbreitet den Bericht mit dem Sender und ganz Hillis wird mit uns sein. Die Gouverneurin wird euch sicher wieder helfen. Bin gespannt. Dann müssen wir das Ding jetzt irgendwie über den Radiosender oder über diese Funkwellen da verbreiten. Nichts wie weg Äh, ja Zur Hölle, wo geht's denn hier jetzt weg? Sie ist Shawnee Wo ist denn der Rückweg? Leute Ah Tabulare Krass Jetzt geht's richtig ab Da startet die Revolution Oh Ah Guckt mal Ich glaub, das haben sie uns nett gekennzeichnet Der ist dunkler als die anderen Das ist bestimmt der Weg nach draußen Wie kommen wir da hin? Connection? Ah, ich glaub hier lang Jo Rolle, Rolle, Rolle Hui Uh Ha Ja, ich glaub das war richtig Perfekt Ching Das Kloster So, es ist gerade ein bisschen Leggy Ich brauch dringend eine neue Grafikkarte Stell ich fest So, ich renne schnell zurück zu Double H Weil dann geht's nämlich los Weil dann geht's nämlich los und wir können die Ganze Geschichte hier mal publik machen Ach, da ist der Weg raus Das war nicht der Weg raus Oder? Doch, war er wohl Gott sei Dank Scheibe Ich hab die Gefangenen gesehen Es ist schrecklich Es sind hunderte Ja, sind echt eine Menge Was sagst du? Ich konnte Keck und den Domspriester fotografieren, während sie konspirierten Wir haben sie, Miss Jade Wir müssen unbedingt den Bericht über den Sender veröffentlichen Ja Genau Guter Plan Beim Speichern Na Immer den So, jetzt müssen wir hier noch die Leiche von Paige borgen Bergen Nicht borgen Ich bin dafür, du trägst, weil ich bin zu schwach und Das ist ein ziemlich dickes Schwein Paige, sag etwas Wir müssen immer noch die anderen retten Wir müssen den Bericht mit dem Sender verbreiten Hm Ja, okay Dann heißt es jetzt wohl Abschied nehmen Du warst ein echt gutes Schwein So, nix wie weg Mein Gott, ist dieser Weg hier lang Telefon Shani, es ist unglaublich Wir haben eine E-Mail vom Chef bekommen Er lebt, Jade Er lebt What? Wie? Wo? Paige! Wie, vor allem Sehr clever, diese Code unter den Schuhen-Geschichte Du hast sie gefunden? Hoffentlich hast du meine Einstellungen nicht verändert Sie sind genau, wie ich sie gefunden habe Mit Gestank und allem Paige, ich Du warst Tod Ich weiß Aber du hast mich gerettet Du hast mich wieder zum Leben erweckt Du bist nicht die, für die du dich hältst, Jade Tief in dir war immer eine unglaubliche Energie verborgen Jetzt endlich bricht sie durch Und du beginnst es zu verstehen Paige Die Kinder, sie Ja, ich weiß Auch entführt Sie haben sie in das große Gewölbe gebracht Der Landestreifen ist der einzige Weg hinein Wir müssen mit dem Schiff zurückkommen Aber im Moment können wir nichts für sie tun Wir sind viel zu wenige Wir brauchen Hilfe, um die Mondbasis mit voller Stärke anzugreifen Der einzige Weg, uns die Hilfe der Hylianer zu sichern, ist Ninos Plan zu befolgen Wir stellen den Bericht fertig und verbreiten ihn mit dem Langstreckensender Dann mal los, wa? Zurück rennen In die Doms Basis Äh, die Oh Gott Man will die ja nicht unterbrechen in ihrem Gespräch Da ist manchmal lustiges Zeug dabei Drei Wochen war also Paige jetzt quasi weg Und wir haben drei Wochen gebraucht Das stimmt aber nicht Ich hab mich extra beeilt So, Kollegen Einer muss hüpfen Ey, heute Danke Und klar, gerne, Mensch Dafür sind wir doch Freunde So, nix wie los Dagegenüber haben wir ja schon freigeräumt Allerdings Ja Naja, fast nichts machen Na, stimmt schon War schon ganz gut Das Ding war immerhin schon fast fertig verbaut Also gebaut Oh, da ist eine Weltraum-Ratte Oh, nein, nein, nein Oh, nein Aua Hallo Ich glaube, Takt Balddurch Balddurch Ich muss auch mal eben was essen Na, da Was? Danke Nein! Ich wollte die selber... Ach komm, weißt du, behalt das. Ist okay. Oh. Bestimmt wieder an die Gouverneurin schicken. Genau. Weckensender? Das ist unglaublich. Ich arbeite so schnell es geht. Haltet durch. Ist gebongt. Code, 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 bitte. Tabulare. Das ging... Schnell. Wenn die Bevölkerung rebelliert, muss die Alpha-Abteilung von hier fliehen. C4Q9. Generell... Könnte man das so einrichten. Korrekt. Sender Ausrichtung. Erzähl Einstellung. Okay, Daten eingeben. Jetzt liegt es an dir, Jade. Okay. Daten nicht erkannt. Geschütztes System. Blockierung. Zehn. Sie blockieren die Steuerung. Neun. Acht. Nullo problemo, Jade. Ich kümmere mich darum. Amigos. Secundo el Magnifico zeigt euch, wer der Beste ist. Zwei. Eins. System blockiert. Supermagnifico. Sieht eher nach Secundo el Superflasche aus. König der Idioten. Habst die Eierköpfe. Mein kleines Ferkel. Wen nur. Öffne Systemdaten. Hallo, General Secundo. Zu Ihren Diensten. Ich habe Una Amiga, die einen kleinen Bericht übertragen will. Richte uns auf 21-3 aus, por favor, schöne Fenorita. Ja, Sir, General. Daten geladen. Übertragung. Loyale Hylianer. Mit Hilfe der Verräter vom Iris-Netzwerk konnten unsere Feinde, die Doms, durch unsere Verteidigung brechen und die Stadt infiltrieren. Jeder Tag bringt einen neuen Dolchstoß. Ein Freund? Amigos, Senores, Senoras, y naturalmente Senoritas. Haltet Augen, Ohren und alles andere abierto. Ich will eure Zeit nicht mit langen Reden vergeuden. Ich möchte euch nur die ganze Geschichte erzählen. El Alpha-Abteilung sind Banditos, Verräter, Betrüger, Gauner, falsche Fünfziger. Aber seht euch die Fotos an, die wir gemacht haben. Die Alpha-Abteilung steckt mit den Doms unter einer Decke. Die Alpha-Abteilung war es, die die Hylianer entführt und zu den Doms gebracht hat. Sind die Opfer erst auf dem Mond, wird ihnen alle Energie entzogen und sie sterben. Von Anfang an wurden wir getäuscht und manipuliert. Hört nicht mehr auf die Lügen, die die Alpha-Abteilung euch auftischt. Hört nicht mehr auf die Lügen, die die Alpha-Abteilung ist. Hört nicht mehr auf die Lügen, die die Alpha-Abteilung ist. Die Kinder sind noch in der Domsbasis. Wir müssen sie holen. Aber erst mal sollten wir besser den Sektor evakuieren. Gute Strategie, Soldat! Leider zur Spend. Macht's gut! Selbstzerstörungsprozedur eingeleitet. Huch, oh nein. Wah, rennen! Oh nein, jetzt kommt wieder der Kameraschwink, auf den ich nicht klarkomme. Hallo? Becker! Oh nein, Double H, du stehst weg! Ich sehe nicht. Äh, ach da! Na jetzt aber! Nein, wieso rennst du da noch rum? Double H, wir warten! Oh nein, wieso rennst du da noch rum? Oh nein, wieso rennst du da noch rum? Er will uns einfach nicht gehen lassen. Was sagt eigentlich hier? Endlich haben unsere vertrauenswürdigen Kollegen von Iris die Wahrheit enthüllt. Die Hylianer haben sich verbündet, um die Alphas von Helis zu vertreiben. Und wieder einmal konnte der ehrenwerte Berufsstamm der Journalisten seine wichtige Rolle in der Geschichte beweisen. Hört, hört! Oh, dann knallen wir uns hier erstmal hoch nach dem Foto. Ähm, ich mache hier die ganze Zeitfoto. Das weiß ich auch nicht, was ich hier tue. So, die Dinger hier abschießen. Ups, sieht nicht gut aus. Ups! Ist so. Klingt das hier überhaupt was? So. Kass auch. Ich will da nämlich nicht reinfliegen. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Mit dem Neutralisierer kommt man da relativ gut dran. Ja. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Podracer fahren. Ja, man braucht tatsächlich... Man braucht tatsächlich nicht hysterisch rumballern, sondern muss nur ein paar Mal gut anvisieren. Ist jetzt aber auch nicht so einfach. Gleich mal reparieren. Schon mal das Reppen im Anschlag. Upsa. Was hast du gehofft? Du bist dem Untergang gewandt! Na? Oh, ich will nicht in die Laser da reinfliegen. Upsa. Ja. Das müssen wir wohl. Am besten den, der einmal alles repariert. Das lohnt sich ja doch schon. Ich habe ja eigentlich gedrückt. Ah, jo. Läuft. Oh nein, die haben so Wärmesensoren. Ja, ja. Ich weiß schon. Ich habe das verstanden. Hallo? Hast du jetzt meine Kiste getötet? Oh mein Gott. Nein! Ja, ich brauche vielleicht doch gleich mal was zum Retten. Wenn das so weitergeht. Wo ist denn hier noch eine Kiste übrig? Wieso? Hä? Wieso? Hatten die Mitleid? Keine Kiste mehr in Reichweite. Manchmal muss man ja einfach nur gut zuwarten. Und dann passieren die guten Sachen von ganz alleine. So, hier docken wir an. Schnell speichern. Okay, gespeichert ist jetzt. Jetzt gucken wir mal eben hier, wo wir hier reinkommen. Wahrscheinlich müssen wir vor diesem Kabel hier wieder ausweichen. Okay, zack. Und schnell hier durch. So, wo sind wir? Oh nein, es sind auch noch drei. Oh nein, ich fotografiere. Oh nein, wieso das immer? Wieso? Ja, super Action, bitte. Auf sie! Dass ich mal nicht alleine bin, muss ich ja mal lohnen. Eindringen! Oh nein, ich bin doof gelaufen. Ach, verdammt. Entschuldigung! Entschuldigung! Ja, dann muss ich aber mal eben Kababs essen. Wieso eigentlich ein Kababs? Ich hab doch noch Starkus. Nehmen wir einen Starku. Aber davon hab ich auch nur noch eins. Ah, das muss reichen. Müssen wir uns einfach mal vernünftig bewegen. Oh, Nanu, Nanu, Nanu. Okay, das geht aber jetzt, geht hier schnell, wenn ich jetzt hier richtig in die Sicht kriege. So, einer ist schon mal hin. Ich sehe nur noch er hier mit seinem blöden Schild. Ich glaube, wir haben so. Nein! Wenn die sich jetzt hier nicht reparieren. Ja, kick den mal bitte weg. Aua, mich doch nicht. Okay. Ja, das gefällt mir so. So, so find ich das gut. Und du, dich können wir auch noch eben wegkicken. So, dann gehen wir hier rein. Oder ich. Anscheinend gehe ich alleine. Oh, hier ist ein Knopf. Liebe knüpfen. Was hast du denn gehofft, hm? Jeder, den du geliebt hast, ist bereits tot. Deine Mutter, dein Vater, das Schwein und all diese kleinen Rutznasen. Wir haben ihnen alle Flüssigkeit erzogen, um selbst länger Leben zu können. Er sucht dich. Er ist seit Jahrhunderten auf deiner Spur. Deine Tage sind gezählt. Mögen die Engel der Dunkelheit auferstehen. Der meint es aber wirklich ernst. Ja, drücken wir. Wir müssen zurück zur Basis. Alle Gefangenen sind noch da. Ja, erstmal dicke Rettungs-Action. Wie meinst du das? Wir sind doch... Ich dachte, du willst zurück zur Basis. Achso, da oben. Drei, zwei, wechseln. Und rollen. Alles klar. Hier reinspringen. Na komm. Ja. So, dann eben kurz wieder verbinden mit unserem kleinen Beluga. Oh je, ich muss selber fliegen. Alles klar. Und jetzt? Ja, wir reparieren uns schnell. Dann können die uns gar nichts. Muss sich ja auch irgendwie lohnen. Aber ich denke, der nächste Teil wird ein krasses Weltraum-Abenteuer. Was denkt ihr? Ich habe mir einen Trailer angeguckt. Ich glaube, der wird schon sehr Weltraum-lastig. Aber ist cool. Also ich mag ja irgendwie so ein Science-Fiction-Weltraum-Kram. Ich stehe da irgendwie drauf. Ist nicht jedermanns Ding. Aber muss ja nicht. Ja, das sind aber eine Menge, ne? Müssen wir die überhaupt abschießen? Ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so der Plan. Wir werden einfach hier reinfliegen. Und dann werde ich hier lang. Achso. Hm. 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 Ich würde eigentlich lieber landen. Ernsthaft? Vielleicht sollte ich nicht stehen bleiben. Das ist auch dumm. Ich muss noch ein paar... Ich muss es hier noch ein bisschen... Also die Dinger noch ein bisschen reduzieren. Und dann kann ich nämlich auch landen. Ey. Och, danke. Danke. Gott sei Dank. So. Perfekt. Dann lenken die jetzt hier alle ab. Und wir können in Ruhe landen. kurz mal eben umgucken. Achso. Ja. Hier lang. Bereit. Das große Gewölbe. Johnny. Also bist du endlich zu mir zurückgekehrt. Du hast deinen Meistergut gedient, Johnny. Du alleine hast die Hylianer zu mir gebracht. Sie sind dir blind gefeuert. Miss Jade? Dort kaut, Papa. Ah, eine Falle. Die Steuerung funktioniert nicht mehr. Du bist nicht, was du denkst. Das Schwein hat deine Wurzeln vor dir verheimlicht. Jane, nein. Hör nicht auf ihn. Oh. Du bist die Quillen meiner Macht. Das Instrument meiner Stärke. Dann nahmen sie dich mir weg, in der Hoffnung, mich zu zerstören. Aber ich überlebte, indem ich mich nur von den unwürdigsten Opfern ernährte. Du wurdest ein Mensch, aber du bist nicht wie sie. Du gehörst mir, Johnny. Und ich werde den Mensch in dir töten. Jane. Johnny, don't sting her. Okay. Das können wir so nicht auf uns sitzen lassen. Jetzt prügeln wir die hier erstmal weg. Aber die halten auch nicht viel aus. Geht also relativ schnell. Ich bin übrigens vorhin, bevor der Kampf gestartet ist, nochmal extra zu so einem Automaten gerannt und habe den leer gekauft. Deswegen die ganzen Cup-Ups. Also ich bin... Huch. Scheiße. Moment. Ich muss sie eben aus dem Strahl. Ah, ich kann hier gar nicht raus. Okay. Ah, ich muss mich hinter ihm verstecken. Alles klar. Erstmal hinkommen. Hallo. So. Ins Auge schnippen. So. Zack. Jo. Okay. Nächste Runde. Oh. Kleine Pages. Die müssen wir jetzt schleudern. Und irgendwie die Kristallwand hier vorne kaputt brechen. Das machen wir am besten, indem wir Paige dagegen werfen. Ja. Na komm halt still. So. Durch die Mitte. Okay. Jetzt noch die hier verprügeln. Oh nein. Ah, okay. Oh Gott. Ich darf mich nicht erwischen lassen. Ich muss ihn immer treffen. Es ist nicht einfach. Okay, es wird immer resettet. Sobald ich einmal am Boden liege, muss ich das von vorne machen. Das ist der schlimmste Kampf meines Lebens. Ohne Scheiß. Ich habe noch nie so lange in der Bossfight gesessen. Von oben. Hallo von oben. Okay, da muss ich ausweichen. Das ist mega gruselig, wenn der so oben auf dich runter guckt. Der Boden ist Lava. Nein, der Boden ist Matsch. Okay. So, nächste Runde. Und zwar einmal die ganzen Double Ages wegprügeln. Und der hat ganz schön Power. Und der hat vor allem ein Schild. Mist. Also das mit dem Zurücklaufen für die Carpabs hat sich sehr gelohnt. Auf jeden Fall. Du verlierst die Kontrolle über deinen Geist, Shorni. Shorni um, Aka. Okay, das ist jetzt wie besoffen. Also vorne ist hinten und links ist rechts. Das ist für mich super. Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Ich gehe ein. Okay, erstmal hier. Jetzt rechts drücken. Und bloß auf dieser Plattform bleiben, sonst werde ich mit runtergezogen. Und jetzt wird es richtig schlimm. Okay, rechts drücken, links drücken. Rechts drücken. Scheiße. Ja, und von oben ist es natürlich auch kritisch. Wie mache ich, wie werde ich den jetzt los? Es ist mega gruselig, wie der auf mich runterguckt. Oh. Oh. Walsche Richtung. Alles klar. Nein. Komm, jetzt hauen wir mal ab. Links. Oh Gott, ausweichen. Ausweichen. Aua. Von oben ist wirklich schwer. Ah, okay. Das hat geklappt. Ich bin halt auch so doof, was rechts und links angeht. Schnell Kaba essen. Okay. Ich glaube, jetzt kriege ich es hin. Ausweichen. Nein, komm, geh weg. Oh nein. Geh weg. Nein. Au, hallo. Links. Kann sich nur noch um Stunden handeln, Freunde. Jetzt habe ich es, glaube ich. Ja. Zack. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018